Oh Ja, wir müssen, warte, ja Ja, mach du das an, mach du das an, keine Sorge Der ist schon an jetzt, nice, strong Ist er extra an, bei mir ist er nicht an, jetzt ist er an Jetzt hat er 90 Zuschauern, strong Gerade eben angegangen, nice Die sollen 5 Sekunden warten, okay, okay Ja, ne Chat, der Bracketbaum ist auch im Clean Feet drin, ich glaube wieder nicht, ne Weil Clean Feet dreht sich noch alles Da ist noch keine Grafik da drin, wäre echt cool, wenn wir einfach das mal haben würden Bloß halt muted, was der Mainstream hat Würde ich mir echt wünschen, aber na gut Anyway Dann rede ich halt einfach drüber Ihr seht, Fnatic, Mad Lions, Köln sind wir gerade hier unten Die 2 hat er schon gewonnen, hier unten sind wir gerade Der Gewinner von der Begegnung spielt dann gegen BDS Die jetzt ja schwächer sind als vorher, sie haben kein Adam mehr Und dann der Gewinner daraus gegen die 2 Also jetzt noch 3 bester 5-Sims bevorstehen Bevor wir unseren Winter-Champion küren dürfen Ja, ich hoffe, dass wir diese Die 2 sieht auch krass aus, Alter, look at him Mit seinem Ring am Finger, seiner Uhr, seiner Kette Hat sie was von dem italienischen Mafia-Boss Irgendwie Dabei ist er ja Rumäne Einfach Rumäne, Mafia-Boss, ja, sure We'll take it Zeug, ihn schlafen bei dem, nee, what do you mean Ich dachte, er hat den Drip Wenn ich das so gesagt hätte, hätte ich ihm nichts gesagt, oder? Dass er den Riz hat Den Dribben, den Riz Was mit Adam wissen wir nicht? Die haben getweetet, dass er nicht spielen kann Er hat getweetet, er kommt im Spring zurück Es gibt keine Begründe Könnt ihr euch gerne selbst den Tweet durchlesen Oder ich kann es euch verlinken Hier das Adams-Tweet, das ist auf Deutsch übersetzt Kann ich es euch verlinken, schnell, hier There you go Das Adams-Stellungnamen und BDS Hat vorher das hier getweetet There you go Viel Spaß Es war Drama Es war Back and Forth Es war Love-Hate-Relationship Es war ein bisschen alles Und am meisten, es war Älteren und Älteren und Älteren Und ich denke, was wirklich für mich ist Es war der Banger, die sie hatten Versus der Virus Ja, das sag ich mir eigentlich für Adam Aber haben wir gerade eben schon drüber geredet Ne, nicht heute, echt jetzt, sondern morgen Ansonsten ist der Command perfekt Weil du kannst einfach halt schreiben Also BDS Er spielt halt erst morgen, er spielt heute nicht Also heute spielt BDS halt nicht Da ist Mad Lions Koi, der heutige Anadoc Ich bin mega hyped darauf, was sie gegen Phenetic zeigen werden Denn sie hatten ja ein bisschen Vorarbeitungszeit Jetzt nochmal obendrauf, wir hatten ja ein paar Tage frei Riesiger, riesiger Erfolg Die Jungs sind wirklich insane in ihrem ersten Split Wünsche ihnen alles Gute Ganz genau, was Odoam sagt Julia war mal Rookie of the Split Jetzt muss er die Rookies anführen Und das ist im allerersten Jahr Im allerersten Split Mad Lions Koi, die überhaupt schon Die Spielenzahl des Game on Platz 3 Und allein das ist schon ein riesiger Erfolg Natürlich höher zu kommen, immer besser Immer besser Der Verlierer ist Väter, der Gewinner ist mindestens Dritter Potenziell auch möglich Erster zu werden Razzurk Spanische Jungler gegen spanische Jungler Oh Baby Hey du, mit seinem Nasenpiercing Muss sagen, die Mad Lions-Jerseys sind aber keiner sick aus Mad Lions-Jerseys mit diesem extra Kragenbund oder so, wie es ist Keiner nice Ich denke, er ist absolut schon in einer All-Pro-Kontenz Jo, danke dir War-Woopster Finan-Finance hat man bekommen Danke dir Mad Givin heute ist mein Call Einfach zu sympathisch mit Lions Ich sehe, wir haben ein bisschen Gegenbewegung Gegen die Fnatic-Fan-Kobe im Twitch-Shirt Huge Fanatic all the way Always fanatic, always reckless Aber er war reckless mit deinem Herzen, mein Freund Und das ist einfach bei T1 Kannst du damit umgehen? T1 ist rot und nicht orange Junge, look at Melioja's Stats LEC Summer hat er komplett geschmurft Und jetzt hier ist er fast an jedem Kiel beteiligt Dafür hat er weniger CS erfarmt, weil er einfach mehr gankt Was er einfach in der Meta liegt natürlich Aber obviously wird er auch mit anderen Junglern verglichen Er hat natürlich durchaus seine, ja Seine Prioritäten geändert Ich habe keine Ahnung, was S-Prox heißt Was heißt S-Prox-Chat? Support-Proximity? Nehme ich an? Wie viel er mit seinem Support sich bewegt? I guess, muss ja Ich finde irgendwie, Ayoja sieht aus wie ein Spanier einfach Er sieht aus wie so ein richtig typischer Spanier Wenn ich ihn sehe, hätte ich immer gedacht, dass er Spanier ist Weiß nicht wieso Irgendwie gibt er so voll den spanischen Vibe Jetzt werden die elektrischen Die werden gescannt, ne? Da gab es ja einen kleinen Skandal Ich weiß nicht, ob ihr Schach verfolgt habt Aber da gab es ein Gerücht, das nie bestätigt wurde Nie bewiesen wurde Deswegen zwei von Angeklacken Mit den Anal Beats Wichtig ist, dass LEC-Spieler nicht irgendwie Signale bekommen Vibrationssignale, wenn jemand den Nash starten sollte oder so, ne? Wichtig Er ist auch auch Spanier In der Klasse Spanier Er sieht auch genauso aus Elioja ist derjenige, der sich die Länen befinden, um seine Länen für Erfolg zu schaffen Für Fnatic ist die Länen, die sich die Länen befinden, um Räder für Erfolg zu schaffen Das ist das, was ich sagen, bro 17-11 in terms of the record zwischen ihnen in favor of Räder So, wir sehen Wir haben auch ein paar alten Rivals von der Superliga Facing auf in der Top-Läne Und Lor caught up with Merwin earlier Merwin, danke für mich zu beherren Ahead of today's Series Let's talk a bit about the prep you guys had this week Merwin! 2-0, 2-0 twice so far in the playoffs What was the point you wanted to focus on coming ahead of this week? I think mainly we want to focus on how we play as team And playing in our strengths Which is something we maybe lacked in regular season And we showed better in playoffs I think it's the reason we basically did double 2-0 We played really on our style Not playing also in their game We stayed really focused And basically it's that It all started with Fnatic 0-2 for you guys unfortunately And then you smurfed it But yeah, here it is back again And I remember the second game you played against Fnatic Was a banger and a half I think we can say What is special about playing Fnatic And do you think you can overcome them this time in Best of 5? So I think in the B of 5 We weren't really in comfort as much As into Giant X or Vitality And it's something we are As you mentioned Working on it I think we played We didn't really play our style It was a bit shaky With surprise also With the Darius We knew Oscar could play it But we weren't sure if he was going to pull it Inofficial But yeah He did I think it's really interesting with Mad Lions Because you have these Really different and interesting drafts And then you can You can pretty much play everything What would you define as your style Right now in the LEC? What should Mad Lions Koi be? I mean just go with the flow I mean for me That was my style Every time In every team Lieber man Yeah Improvisation And then today I think It is extra special Because as you mentioned To Riot You're playing against Oscar René You guys are really close You're friends beyond the Rift How much of an impact Is it going to have on the Rift And how much are you looking forward To facing up against him Even though it's been Not the great attempt For him lately I mean for Oscar It's always like hype To play against him Because I've known him for like Since I started competing We've been friends basically Like four years Five years already And even in Superliga I didn't have like That much many games into him Because he was always like One step ahead I was in Spanish Amateur And he was in Superliga already Then I go to Superliga And he's in one year Then in LEC So I really want to play to him Just like He's friends with me But I want to smash him so hard I want to crush him in the Rift So Friendship but rivalry When it comes to League of Legends Thank you so much for the interview And best of luck on the Rift today Sharks back to you Thank you so much Oh I love that Of course you'd want to smash him Yeah natürlich Auch volllegale Storyline, Alter Voll nice Er spielt Amateurliga, Superliga Der andere spielt schon Superliga Mainliga Dann LEC Er kommt immer einen Schritt hinterher Und jetzt endlich hat ihn eingeholt Die spanischen Matchups heute Auf Toplane Jungle Man muss es so hart sagen Aber Oscar wurde komplett gestompt Letzte Woche von Relevant Und hat trotzdem gewonnen Also muss ein bisschen gecarried werden Dann sieht den Topländer Vergleich Generell Toplane objektiv gesehen Die bei weitem coolste Räder zu zugucken in LEC Leute picken andere Sachen Die trauen sich Stuff Und seht den Chappepool Der ist überhaupt nicht groß geshared So die Tanks werden geshared Ansonsten ist Oscar so ein bisschen Tankman gewesen Und Mervyn ist so der Mann für die wilden Champions Bereit für Twisted Fate Jace, Akali, Varos Toplane Philistix Toplane Sachen die niemand spielt Außer ihm Und Oscar ist mehr so Und er hat nur Tanks gespielt Er hat ein Game Arthurs gezockt gegen Relevant Ist dann 2-8 gegangen Auf die Fresse bekommen Dann hat er gesagt Bitte, bitte, bitte Pick einfach Tanks Just pick Tanks Und be happy Er hat viel Kraft in diesen Spicks Ist er gesagt, ich habe meine Glässe Ich kann nicht sehen Das ist echt Aber ja, es gibt viel Kraft in diesen Spicks Er sieht immer einen Kessante Er ist ein Überraschungschampion Ja bitte, bann Kessante Just bann Kessante Knock him out Was hat er für eine krasse Kette, Alter Was ist das? Es ist eigentlich kleiner Because Du hast viel Erfahrung mit seinen Champions Und von dem ich glaube Of course Du kannst mich sagen Wenn ich falsch bin Aber wir haben Fnatic Winnen All die Zeiten Wenn sie in der Group Stage Phase At least Even though Toplane Actually went In Mirren's favor So Top doesn't matter In this matchup What ist es? Wir haben das oft Ich denke Es ist auch The fact The Jungles And the rest Of the map Really What likes Is dictated Around The Bot Side So While You have The rest Of the 4 Players Playing On The Bot Side Auf Wie geht's Ich sag Oder war das laut Alter Ey Da die Winnie live Man Danke On Young Side Steps Liebe Ja Oscars Steps Sind echt Nicht die Besten Was soll man Sagen Ey Liebe Winnie Liebe Wenn sie Spaß macht Man Danke Dir Und Wenn die Gehrelevent Wann weiß ich nicht, ob das der Weg ist, aber who knows. Your boy made it in time. Hey, grüß dich, Laser. Willkommen zur Anwesendenpflicht. Fanatic gegen mit Lainz Koi. Joke, Ferger spielt nichts. Nee, Anwesendenpflicht. Das Meme, glaube ich, nicht zu sehr ausweiten. Wenn wir es bitte in dem Walk-In haben, schon 7.1. 20 Sekunden noch, Chad. Die Expectation, die wir hatten seit dem Start, war, dass wir alles gewinnen. Die Lions Koi haben es geschafft. In der ersten Spiel mit vier Rookies. Sie werden die Top-4 gewinnen. Wir haben sie bereits 2-0 gewonnen. Ich denke, wir werden sie in eine schwierige Situation setzen. Und sie werden sie viel mehr tun, in meiner Meinung nach, zu beaten uns. Die Humanoid zerstört auf Niski. Und das ist es. Das ist die Spiel. Ich möchte nicht gegen Ljöwe, oder in der Jungle gewinnen. Ich möchte nur die Serie gewinnen, und die Semifinals zu gewinnen. Fanatic will machen, die Weg zu einem Match mit MDK. Die Anwesenden kommen zu uns, wenn wir die Nummer-1-Target haben, alle haben die Anwesendung auf uns. Und alle Team sind für ihre Leben. Wir müssen bereit sein, no matter who wir haben zu face. Das ist die Zeit, Hot Summon hat Ultimate. Die Ball ist es da. Severin Bolt von der Sky. Another kill to the side of G2! They just swept us, they were way too good. But I need to be grateful for the second chance and just use it. I do believe that we can just beat them. Oh, das ist so sad, man. I want to beat that guy, you know, I want the enemy team to be salty. I want them to be hungry, to beat me, to beat us. That is, for me, the greatest feeling. To be on top and everybody is chasing you. Mirowind now looking to knock back here. Desper to get the 1v1 back, oh! 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 We're really going forward, we're not going without any fear. If it's Fnatic, BDS, and then G2. So that's going to be really hype. Oh, Noah has the cleanse still here. We'll use it immediately as Nisqy thinks he can take him out in an ADC battle! For sure, if we beat Matkoi, then BDS, then we come with momentum against G2. We can also win everything. We're just getting ready for G2 rights. Because this is the real challenge that we have to face to win the title. I'm gonna do my best to make sure that doesn't happen. This is G2's world. We were just living in it. Hahaha! Okay, Top Faser. Entschuldigung, Broken Blade. Oh, my God! Can make it through to the next round of perhaps challenge G2 in our finals on Sunday. Fnatic and MDK about to take the stage. Hi, Medic. That's Fetty. Well, you can't see him, but he's next to me, I promise. It's Fetty. And the crowd in loud voice today. We're literally divided. Half Fnatic fans, half Mad Lions Koi fans. Interestingly, the Mad Lions Koi fans are sitting on the same side as Fnatic. It's like the away end of the stadium. It's great to feel the energy in the arena today. A big best of five on the docket. Both these teams. Always electric gameplay, whenever we get to see them play against one another. But without a moment's hesitation, we're gonna be getting ready for the draft. Fnatic. I was talking to you earlier today, that both these teams are quite predictable. When it comes to... Hey, die Stimmung ist schon mal richtig geil, ne? Ist schon mal nice. Bei diesen riesigen Fanbases. Vor allem aus Spanien. Die auch eine Überschneidung haben müssen zuseinander. In der Theorie. Aber ja. It's gonna be legit. Gerade Topline Matchup mit Wildwehren. Wir springen direkt in den Draft rein. Okay, dann werd ich kurz den Feed hoppen. Ganz kurz den hier machen. Dann mach ich kurz den hier. Dann mach ich den hier. Den hier. Und wir gehen rein. Perfekt. Hab ich hier Musik? Oh, huge. Oh, huge. Koi. 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 Ja. Das ist der Paper, der mich erwartet. Oskar Rini muss nämlich wirklich... Ist laut genug so, Chat? Oder zu leise, zu laut? Ist es fein so? Chat, was ist denn bei euch die Ansage? Seid ihr Fnatic oder eher für Mad Lions Koi? Für die Veteranen der Szenen oder für den Underdog? Fnatic hat ja seit vielen, vielen Jahren ganz mitmehr gewonnen. Seit den Tagen von Büppo und Co. 2018. Aber ich seh ne Menge Fnatic Logos im Chat. Aber auch einige Mad Lions Fans. Da muss ich sagen, die Rookies sind schon sehr sympathisch. Generell, der Underdog ist immer ein Team, das auch Sympathie verdient hat. Ist so. I mean... Steigen hier echt krass durch für den allererstes mit. Und Fnatic natürlich auf der Jagd nach dem Gan-Finale. Man muss ja sagen, leider ist im Halb-Trailer grade auch aufgefallen. Aber, ja. Adam hat ja sehr viele Ansagen gemacht. Er hat ein paar Sätze gesprochen im Halb-Trailer und Ansagen gemacht. Und blablabla. Und er wird einfach nicht spielen. Er wird nicht spielen. Ja, warum kein anderer mehr, wissen wir nicht. Guckt gerne seine Tweets an. Er hat einfach geschrieben, oder BDS hat gesagt, für unvorhergesehene Gründe. Und Adam hat nichts dazu geschrieben direkt. Einfach gesagt, dass er hofft, dass sein Team gewinnt und dass er im Frühling zurückkommt. Wir wünschen dem Braw das Gute. Sowas takt immer für den Pro-Play extrem. Denn, ähm, ja. Alles, was du als hast, ist League of Legends. Und wenn du dann bei den Playoffs auf einmal nicht kannst, weil irgendetwas krasses vorgefallen ist. Viel Glück und Stärkern, seine Familie und ihnen. Das kann nichts Gutes gewesen sein. Senna Norton ist wiederum etwas sehr Gutes. Das sehen wir in Korea permanent. Mit Fasting Senna. Ob Europa in die Richtung adaptiert wird, das stimmt nicht extrem. Sie picken Norton als Antwort weg. In Korea würden wir dann sowas sehen wie Senna und Ornn. Senna und Maokai. Generell einfach einen Tank-Support, der Farm verwerten kann. Mit Senna, die halt Fasting spielt. Durch Europa hat es ganz anders gespielt. Die haben sich für Farming Senna entschieden. Und Razorg und Jun machen direkt eine Ansage. Wenn du Branden Norton des Draftest, ist es immer geil zum Zugucken. Und vor allem hast du halt einen Carry im Wald. Du brauchst dafür dringend, dringend Frontline auf anderen Positionen. G2 ist so weit gegangen, zu sagen, wenn wir einen Carry haben wie Lillia im Wald, dann picken wir sogar Kestante mit Lendl. Und Caps schaltet dadurch indirekt Yike frei. Ey, weiß ja, einiges wäre auch geil für Razorg. Aber Juman oder Champion Pool geht nicht unbedingt in die Richtung. Und das ist auch nicht Pflicht. Du hast ja easy auch Oskar auf einem Tank. Pick Oskar einfach Kestante oder irgendeinen anderen Frontline, auch meinetwegen Ohren und so. Und du chalst. Ey, danke dir, hübsch genäht. Danke dir, Mann. Wird ein geiler Verabend mit L10 mit dir? Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe, heute wird ein geiles 5-Game-Battle. Und ich bin sehr gespannt auf morgen, weil Adam ist ja schon ein Großteil von der Stärke, äh, BDS ist, gerade in Pick-and-Band-Phase. Was ich der nächste mache, interessiert mich extrem, wie er den Platz ersetzt. Denn denkt dran, Leute. Der Gewinner von hier spielt morgen direkt am Anschluss, äh, morgen direkt am nächsten Tag, nicht am Anschluss, gegen BDS mit keiner Melle mehr. Kestante kommt durch, wundert mich kein bisschen. 22 Elfsteater-Champion in der LEC, 22 Wins und Elfdefeats. In Korea auch absurd broken, in China absurd broken, aber die machen ja gerade Pause. Champion ist so disgusting. Heute in der Benga-Begegnung zwischen Kong-Long-Freaks. Und, äh, und 4X hat Kestante alle Games gewonnen, alle drei Stück. Hoffentlich wird heute Kestante nicht auch alle drei Games gewinnen, weil es würde ja bedeuten, dass es dann ein 3-0 wird. Das wollen wir beim Best of Five natürlich nicht haben. Ja, mega OP. Oskar braucht das auch. Er hat vor allem direkt Kestante gespielt am Anfang des Jahres. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf Top-Lane-Match-Up jetzt. Weil wenn es einfach nur Gwen geworden wäre oder Sek, dann wäre es langweilig. Aber Mervyn spielt Fiddlesticks Top-Lane. Er spielt Cannon. Er spielt auch Varus, der hier gebannt ist. Aber ja trotzdem. Jeff ist ja auch schon gebannt. Heißt, viele von den Standard-Counter sind raus. Er muss was Krasses zeigen. Er muss uns beweisen, dass es fein war, das durchzulassen. Und wir sehen eine Jinx. Ich bin kein Fan von Senna Braum. Was mit Senna Sion? Das hat T-1 gespielt mit Guma und mit Keria. Für diese berühmte Kombo, ne? Senna macht W auf den Minion. Sion schiebt den Minion auf den Gegner rauf. Die sind geroutet. Sehr angenehm. Ansonsten On haben wir auch gesehen in den LTK. Braum gegen Brand-Ult-Blocken und Jinx ergibt irgendwo Sinn. Aber es hat auch Kacke. Du wirst so outranged. Not a Fan. Es wird wirklich Braum. Okay. Finde ich nicht so geil. Aber natürlich ist es in Ordnung gegen Nautilus. Und Jinx will ich natürlich später outrangen können, genau wie Brand. Und das macht mich absolut unglücklich. Aber ich hoffe, dass es nur einmal so passiert, ne? Und wir machen einfach kurz F5. Wenn es öfter passiert, dann werde ich sauer. Aber nö, es sollte fein sein. Ja, und es wird Topland Akali werden. Nehme ich an. Karma ist auch fein gegen Kessante. Am Ende ist es halt ein Flex-Pick bis zum zehnten Pick. Wir warten noch mit in der Match-Up. Ich glaube, jetzt Oriana. Finde ich sehr, sehr anfällig für Akali. Eines der Akali-Match-Ups, die du auf jeden Fall gerne haben möchtest. Heißt, ich würde es sogar probieren, Akali Mitte zu haben. Aber Mervyn hat es bereits gezeigt. Er spielt Comet, TP, Ignite, Akali Top-Lane gegen Kessante für Landing-Face-Kills und alles Mögliche. Also, ja. Das ist der Routerweg, den er offen hat, den er spielen möchte. Nach Akali. Äh, nach Gwenban. Wahrscheinlich auch Akali der beste in R-Damage-Champion, die du in Top-Lane haben wirst. Gegen Kessante. Aber ist immer noch nicht toll. Naja. We shall see. Jetzt habe ich Musik, aber mein Bild beim Tang. Riot. Riot. In der Arena gibt es kein Internet. Und hier gibt es ein paar Frames weniger, lol. Na gut. Warum geht das Stadion so ab? Ähm. Ja, es hat sehr gehypte Fanbases, ne? Ist ja auch recht voll geworden. Obwohl eBay gar nicht da ist. Alle Co-Stream-Boofs sind leer. Kein Co-Streamer ist da. Wahrscheinlich immer noch Internet-Stress auch. Vielleicht sind doch gar keinen Bock da hinzufahren. Aber ich hoffe, am Sonntag klappt alles. Am Sonntag wollte ich hin. Aber hoffentlich klappt alles. Am Sonntag. Oh, er spielt den Crime-City-Akali-Skin, ne? Dieser TFT-Skin. Weiß nicht genau, wie der heißt. Der sieht aber richtig cool aus. Mag ich. Mad Lion's Call wieder mit einer Draft, die auf jeden Fall ihre eigenen Stärken und Schwächen hat. Mad Lion's Call generell am meisten in der Lage und auch bereit und auch okay damit. Sehr, sehr schwere Coms zu draften. Wir haben letztens ein Game gesehen gegen SK, wo sie fünf Reign-Champions hatten und alle wollten hintereinander stehen. Und trotzdem haben sie es geschafft zu funktionieren zu bringen. Jetzt spielen sie diese Runde an der Draft mit relativ wenig CC, ne? Also sie haben halt Braum. Knock-Up natürlich noch von Sensau und so. Aber sie haben halt Catch-Tools. Sie haben Catch-Tools, müssen Front-to-Back-Fighten. Im Optimalfall mit Braum-Stacks. Es wird aber sehr, sehr hart werden. Farming-Center wird auf jeden Fall gespielt. Braum fangt nicht gut Minions. Und wir gehen rein ins allererste Game. Das Best-of-Five-Semi-Final-Lore-Brackets. Der Gewinner spielt im Finale des Lore-Brackets gegen BDS. Und am Sonntag ist dann das Finale, Finale. Rein da! Alter, die Mad-Lions-Fans, Alter, laut! Das ist safe, die Spaniere. Aber dann, ja, viele Spaniere sind ja auch für Fnatic. Ey, danke dir mal hallo für deinen 28. Ey, liebe Bro für den Scam-Train. Danke, Mann, Ice-Deal. Und willkommen auch an Bantu für den 25. Danke, Mann. Ich habe eine wilde Idee. Erstes Mal Delta in der Arena. Viel Spaß. Wir sehen den Runen nichts Besonderes. Wie gesagt, Mervin spielt seine Comet. Ignite Akali hier auf. Overgrowth sehr, sehr stark. Vor allem mit den gechangten Runen-Seiten. Nichter Tempo. Fliegt und alles Mögliche relativ Standard. Natürlich, trotzdem werden wir hier keine Fasting-Finner sehen. Mit Braum einfach schwerer zu spielen. Und auch kein TP jetzt auf den Supports, wie es dann manchmal in Korea blicken dürfen. Wir rotieren in der LCR ein wenig anders gespielt, was auch nicht schlecht ist. Und wir haben keinen Comet auf der Oriana, sondern Arry. Und normalerweise spricht das dafür, dass Karma Priorität genießen wird und dann in den Bot dann rein rotieren kann. Rotieren natürlich seit der Changes. In den Mini-Waves, Leute, schwerer geworden. Und auch hier Bot-Lane. Du hast dich wirklich Pryo. Jinx ist komplett fein in Bot-Lane. Ja, das ist ein nicer Trade, actually. Finde ich geil. Ich mag es, wenn man Sehensruhe bekommt. Gerade Braum mag so viele Trades auch. Aber John traded HP halbwegs dafür, dass sein Adicary in der Reichweite laufen darf. Ey, gut, dass ihr rechtzeitig da seid, Leute. Willkommen zu Playoffs. Die fast letzte Runde steht uns bevor. Immer Knockout-Matches. Alle Teams, die von ihnen sind raus. Das ist jetzt immer so beim Best of Five. Liebe Smoke und liebe auch ein Herr Rolf und ein Jazzes. Wenn es der echte Jazzes wäre, wäre ich sehr geehrt. Ich weiß gar nicht, was der echte Jazzes macht. Der war vor eine Weile der Support bei SK und dann der Coach von SK. Ich weiß gar nicht, wo Jazzes jetzt ist. Vielleicht ist er aus dem eSport rausgegangen mittlerweile. Razuok mit einem Bot-Side fokussierten Clear. Oh, wichtige Qs. Oh, 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 oh. Hier seht Jinx geht arg auf die Fresse, ne? Die Braum-Stacks sind im Early-Game so huge gegen Nortus. Aber er hat beide Qs gemisst, Alvaro. Und das war nicht in seinem Interesse. Die Jungle-Abhafen beide weg von Bot-Side. Und Leute, das stimmt gar nicht. Einer will weg von Bot-Side, der andere gankt jetzt. Ey, Julia sieht jetzt die Camps hinweg. Und das habe ich schon so oft erzählt. Aber deswegen musst du immer Bot-Side-Pathen. Und hier dann fighten. Weil Julia sieht jetzt, alle Camps sind weg. Also macht er was? Dritte Wave gestackt. Bot-Land-Diven. Und Razuok verkauft die Bot-Land mehr oder minder, weil er weg-Pathen. Da bespielt er doch Brand-Jungle. Er kann nicht einen Supporter-Playster spielen. Denn Saur ist deutlich besser darin zu Spam-Ganken und deutlich schlechter darin zu farmen. Julia stacked jetzt seine Q auf die Minions. Hat einen Knock-Up-Ready. Alvaro stirbt für die Wave. Das stirbt nicht mal. Oh mein Gott, jetzt Rediven. Wenn Jun noch stirbt, Rediven. G2 würde Rediven. Aber Fnatic sagt, Mad-Lands-Koi seid einfach gegenfällig. Machen wir es aber nicht. Jetzt kriegt Jun zwar alle Zers in allen Farmen. Aber trotzdem Muge. Sehr schöner Dive. Toll reagiert von Mad-Lands-Koi. Brand ist halt einfach nicht da. Sensor auffällt jetzt einiges, einiges an Ressourcen. Aber dafür hat er halt was Butt erwirkt. Und der Enemy-Jungle wird jetzt bei ihm im Wald halt in Baden gehen. Das macht Razuok natürlich nicht schlecht. Das sollte er tun. Trotzdem Bot-Land behind zu setzen. Immer ein toller Play. Immer und immer super. Bot-Land soll eine wichtige Rolle gerade dann mit zwei Hyper-Carries haben wie Senna und Jinx. Die sich gegenseitig outrangen wollen. Senna schafft das ja übersehen. Jinx über Level und Punkte in ihrer Queue. Erjua wird jetzt hier einen leeren Jungle vorfinden. Ist also ordentlich behind. Aber er hat einfach nur ein Level. Und er hat bessere Items. Er hat Longsorts. Und Dorans Blade. Das 7-G ist immer noch mal zur Dynamik jetzt. Jetzt kann Erjua den zweiten Respawn der Camps invaden. Entweder Wölfe auf Bot-Set oder halt Raptoren. Razuok sollte hier vielleicht auch passen. Aber ne. Aus der Sicht von Mad-Lands-Koi ist noch nicht klar, dass Raptoren da sind. Er ist jetzt fährt im Finale bekannt. Und Erjua kann theoretisch invaden, wenn er predikt, dass er Grompen gemacht hat. Wenn Senna jetzt invaden dürfte, bevor Brandt gebastet ist, hat er einen riesigen Vorteil. Aber einfach seine einen Camps fahren, Richtung Bot-Land gehen. Bot-Land-V ganken. Ist einfach der bessere Play. Sehr stark ein Ending-Face von Super und Alvaro. Großer Fan der beiden. Ich liebe sowas. Solltet ihr aber frisch in die Liga reinkommen und so gut spielen, ist absolut ein Zähn. Und auch Mervyn. Dann rückt hier Oskar auf die Pelle. Spielt als Heitzel von Oskar. Mit seiner Ehe dann nochmal nachgeholfen natürlich. Trotzdem hier fährt den Pots down. Aber dafür wurde auch gecounterpickt. Das war ja klar. Er hätte dafür Kessante gemeinpickt bekommen. Und Kessante ist mega OP. Und Oskar ist ein guter Kessante. Wahrscheinlich ist er bei White Master Champion diesen Split. Und er hatte nicht den besten Split. Irrelevant hat ihn hart gegappt. Drafte ihm Kessante und lasst ihn fein sein. Das ist immer der Weg. Erjua spielt durch die Borderline hindurch. Da hat er Prior, da hat er gedeift. Da kann er jetzt Camps invaden gehen. Das Camp wird ihm Level 4 geben. Rasog ist also ein gesamtes Level vor ihm. Was schon anstrengend ist natürlich. Mit dem misst ihr auch leider das Q von Frescovi. Und der Gromp hat geresett. Oh mein Gott, der Brand ist OP hier. Der Brand ist broken. Rasog ist 2 Level vor Joja und den Gromp gecancelt. Jumjum trotzdem. Das ist er so insane. Der Level Up Prog kommt durch. Du kriegst Strava Prog, aber trotzdem. Joja wird ihn sterben. Rasog ist sehr mächtig mit seinem Farmvorteil. Das war das Geile. Ich liebe solche Games zu gucken. Wenn einfach keine Handshakes kommen. Jetzt schirpt Alva doch in der Q. Jumjum ist da. Geiler Play. Dann ist er auch weggeroamed. Karma muss in der Midlane die Lane verlassen. Nachdem sie ihre Skillshots gemisst hat. Aber ich liebe sowas. Ein Team spielt einen Supportive Jungler. Im Sinne von er Spam-Gang teilt. Und der andere spielt einen Farming-Jungler. Der für sich selbst spielt. Und dadurch hast du auf einmal so eine Dynamik. Wo die Windconditions nicht identisch sind. Das ist nicht so Sejuani, die vom Mauker beantwortet wird. Sondern Rensau, der seine Windcondition auslebt. Und Rasog dir dagegen Place finden muss. Aus irgendeinem Grund wird der Gromp gecancelt. Dann bist du nicht Level 4. Du gewinnst den Fight initial ganz bisschen. Aber jetzt hast du eine Dynamik. Wo Wardlane behind ist. Auf der Seite von Fnatic. Aber dafür Rasog. So mächtig. Wer jetzt noch mal alles farmt. Drache machen kann. Was auch immer. Top-Side-Path. Der Brand ist super OP. Und Rensau kann nie wieder zurückkommen. Außer er gankt noch mehr. Er muss noch mehr gankt, um das Spiel zu spielen. Aber jetzt 2 Level Defizit Fight. Dann hat er Skills of Jun. Kann Rensau hochleveln. Aber der Fall natürlich schon sehr rough. Trotzdem geht mit Lurions-Kaul für mehr. Was fehlerhaft war. Sie hat noch umdrehen sollen. Lass der Yuya sterben, wenn er reinchargt. 1 für 1. Und dann werden sie happy gewesen. Aber so kriegen sie aufs Fressbrett. Oh, er spielt auch einen Humanoid. Der in den Mitteln outpressured hat. Outroamed hat. Und am Ende Botlane den Kill einschreicht. Muss sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir Fnatic sehen würden. Gegen G2. Meine Affliction war ja heute auch, dass Fnatic relativ bei Hände gewinnen sollte. Und ich glaube, es wird das spannendste Finale. Jetzt noch mal umso mehr. Wenn Adam nicht da ist. Alvaro wird wirklich sehr outplayed. Toller Gank. Die Chomp hat er doch im Weg. Er kann nicht wegjumpen mit seinem Stand behind me. Und jetzt kriegt man Botlane nicht nur den Kill auf den Champion des Gegners. Sondern auch noch Platten. Und du bist Level 6 vom Rap-Buff. Und jetzt haben wir den Fnatic. Ach du heiliger. Festweit. Macht mich nicht unglücklich. Roundgames. Bitte. Darin den Top für den Zap. Darin Wolfgorel. Willkommen, Leute. Trotzdem ist die Stimmung da mit Lions-Fans nicht trüben. Aber ich muss sagen. Razorg ist so far ahead. Wenn es mein Argorin im Wald wäre, der diesen Farm-Verteil und Champion spielt. Wäre ich so happy. Ich würde top top den AFK gehen und nichts machen. Für Mindestlast hinten und null Risiko eingehen. Wenn ich 10 CS behind bin, ist mir das egal. Vielleicht genau weiß mein Argorin. Wird jedes Camp einfach effizienter farm als der gegendische Jungler. Einfach weil sein Champion es besser macht. Und natürlich auch weil er einfach richtig gut im Game ist. Und dann gewinne ich einfach das Game mit der Zeit. Durch Razorg ist nicht jetzt auf Full Clear angewiesen. Er wird natürlich immer noch für Camps und Objectives auch spielen wollen. Aber du musst Ego erst zu spielen als Mage-Jungler. Es gibt nicht viele Mage-Jungler. Und die beiden, die es gibt, sind ja beides Carries. Thalia und Brand. Ganz selten noch mal einen Nico im Wald vertreten. Je nach Meta auch mal eine Morgana. Aber ja. Thalia und Brand farmen extrem flott. Brand deswegen, weil er einfach Camps one-hit. Und Thalia deswegen, weil ihre Passives sie über die Karte fliegen lässt. Wann habt ihr das letzte Mal Kathos-Jungle gesehen, Chat? Seid ehrlich. Ekko ist kein Mage. Das ist ein Bruiser. Come on. Ekko ist doch kein Mage. Ekko ist mehr... Er hat mehr mit Irea gemeinsam. Nur, dass halt AP-Damage macht. Ist Irea auch ein Mage? Ist Lilia so schwach? Nee, Lilia ist mega stark. Aber die ist auch kein Mage. Karthus habt ihr recht. Karthus habt ihr objektiv gesehen recht. Karthus hab ich einfach vergessen. Aber Lilia und Ekko sind keine Mages. Karthus hab ich vergessen, weil ich stinke. Jo, danke dir. First three standing. Finale von den Zappen. Willkommen. So, jetzt haben wir natürlich eine Dynamik. Wenn die Volk-Rubbies fallen, dann möchte Ras auch immer Botlane nehmen. Er ist schon Level 7, Level 5. Und jetzt möchte ich natürlich in der Botlane diven oder invaden oder halt den Drachen erhalten. Gerade in all diesen Sachen sehr, sehr strong. Immer in Level 6 jetzt geworden von der Yoja. Dank der Goobies. Und ja, du hast jetzt kritisch auch die Botlane neutralisiert. Jynx mit drei Schüsse ist komplett fein. Im Farm ist sie auch fein. Und Noah scalt ja fundamental fantastisch, dieses Game. Die hohe Reichweite des Raketenwerfers wird Jynx sehr, sehr, sehr entgegenkommen. Wenn er in eine doch recht lowe Range kommt, natürlich ist es schwer, die Gegner anzugreifen. Gegen das Braumschild. Zinsau ist eine Verwundbarkeit. Gegen die Shroud. Und Burki würde jetzt sagen, ich habe keinen Bock zu Auto-Attacken später. Weil es schwer ist, das zu Teamfeil. Dann hat er absolut recht. Ist sehr schwer hier mit Auto-Attacks zu carryen von Noah. Aber wenn die Fights lange gehen, hat er sehr viel Zeit. Und es ist ja nicht nur seine Auto-Attacks, die abgefangen werden müssen oder seine Spells. Allein das Braumschild und noch diesen Zinsau holt, werden jetzt sehr schnell von Brandt erzwungen. Gerade wenn hier in der Brandt auf 2-0 steht. Level 8 ist zu Level 6. Also Razork hat hier wirklich die Fäden in der Hand. Let's go. Das gefällt mir sehr gut. Let's fucking go indeed, mein Dude. Let's go. Danke, die Chirona. Den Afflenzer. Jetzt Bordlane vielleicht einfach nochmal 2. Aber der Pillowflame verfehlt sein Ziel. Trotz der getroffenen Dreadsline von Jun. Razork kommt nicht in Reichweite. Ich will den Lick. Ah, geil, Mann. Wenn du wieder LEC gerne guckst und gerne genießt, dann ist das ein tolles Kompliment zu lesen. Wir sind in der coolsten Ligen, die es gibt. Ich würde sagen, sogar aktuell ist die Most Fun Liga zum Zugucken. LCK ist viel langweiliger, was Rotationen und Champions angeht, die sie picken. Aber heute Rammus in der LCK hatten, was schon was Besonderes war. Und Garen auch. Aber LEC guckt halt immer neue Sachen. TF Toplane und alles mögliche. Schon sehr cool. Jetzt Bordlane Dive. Alvaro wird gestunt. Schöner Passive Frog. Verbrennt er. Ich glaube, es rechnet nicht ganz aus. Auch nicht mit die Gnade und Brand Passive und Leandris. Da brennt Alvaro ja dreimal. Dabei wird sein nur Philippe Potter ein und das halt ein wenig entgegen. Das heißt, der Dive hier mündet nicht dem Kill. Das ist sehr, sehr angenehm für Elioja, weil der endlich mal farmen durfte. Jetzt in EXP zurückkommt, obwohl er nach wie vor 30 Tests behind ist. Stain Brandt hier. Er muss eigentlich, ne? Oh, der Brandt ist gewecoilt. What is he doing? Jun vielleicht deswegen Flash, aber er darf leben. Flash Engage von Elioja. Der wird hochgeworfen von dem Debt Charge. Aber das ist ein Kill. Also Razog muss da stayen. Oder aber man muss sicherer Recall bei Jun. Er hat seinen Support geopfert. Ja, ich hasse meinen Support auch. Wenn das Kani wäre. Huh. Ich wäre weg von ihm geflasht, um ihn sterben zu lassen. Auch mal arbeiten. Du bist der Schönste. Ey, deine Kibu. Na und Sorrow forever, liebe Leute. Welcome back. Ich hoffe, dass Matt gewinnt. Ich hoffe, Fanatic gewinnt. Matt Lines ist Loki, die coolere. Anderdox. Also es hat die bei weitem coolere. Ähm. Außenseiter-Geschichte. Aber Fanatic gegen G2-Finale wäre halt insane. Ich glaube, der Gewinner von heute gewinnt wahrscheinlich morgen. Ich würde nicht sagen, dass Adam BDS komplett ausgezeichnet hat. Jenex ist kein schlechter Top-Laner. Aber es kann auch die Moral des Teams sehr killen. Wenn sie vor der finalen Series ihrer Season oder vom Finale raus wechseln müssen. Blablabla. Mal gucken, wie BDS morgen spielt. Bin sehr gespannt auf die Änderung. Ohne Adam. Mal sehen. Nuklear war insane, doch. Ja, absolut. Wirklich. Großes Kompliment an Nuklears mit seinen ganzen AOE-Champions. Ich erinnere mich immer prägnant an seine AOE-Hulls von Asio, Rihanna und Niko. Die drei Charaktere. Keine Frage. BDS ist verdient da, wo sie sind. Und trotzdem ist sie jetzt viel schlechter als G2. Deswegen glaube ich, wird es spannender, wenn wir etwas anderes sehen. Nämlich Fanatic, die jetzt auch angegriffen werden. Razorg wird hochgeworfen. Er muss rausflaschen. Wo kommt seine Ult? Die droppt schon. Haben wir, ne? Sind Saus und Verwundbarkeit außerhalb der Kuppel? Gewinnt er den Traits. Trotzdem ist Razorg schon wieder Level 9 zu Level 7. Also immer dieser Doppel... Also dieser 2-Level-Lead ist insane. Und man muss sagen, Leute. Humanoid cracked. Er hat zwar gerade auf Midlane versucht zu flashen für den Solo-Kill. Aber dieses Matchup geht normalerweise an Karma. Und Humanoid ist gerade ziemlich am aufpoppen. Er hat Preo in Midlane. Er roamed Botlane. Er hat die P-Advantage. Hat jetzt Flash verloren. Aber dafür beinahe gesolo-killt. Und Fresco, wie möchte ich hier scalen? Für Magic Dance und Teamfights. Natürlich auch nicht gerade schlecht für Oriana, wenn sie scalen darf. Not bad. Wenn Karma in Lannic-Face tatsächlich nicht gewinnt, sondern sogar... Ja. Sie wird ja nicht... Sie ist nicht used, aber sie wird outvalued. Dann ist das sehr überfällt von der Oriana. Good shit. Torquets liebst du morgen. Hanwha live gegen Gen.G. Ist ein richtiger Banger. Ich habe überlegt, ob ich morgen einen 24-Stunden-Stream machen möchte. Dann könnte ich quasi die koreanische Szene in LEC reinmachen und dann durchmachen und dann wieder Korea in Tour Europa. Weil es geht ja morgen um 7 Uhr los mit Hanwha live. Ich weiß nicht, ob ich um 7 Uhr aufstehe für Hanwha live und Gen.G. Aber am Sonntag ist es ja ohnehin 7 Uhr für T1 gegen Fox und ich stehe safe für T1 auf. Wo ist LEC, wenn es 5 Games sind? Also, wenn ich heute 3 Games sind, wenn ich schnell gewinnen würde oder mit Lions, dann gehe ich safe einfach pennen und bin wach morgen um 7. Aber wenn es 5 Games werden, wird es eher schwer, mein Freund. Wenn wir 5 Games werden, dann werde ich morgen nicht direkt wach sein. Hast du schon einen Gast für das Finale gefunden? Äh, Johnny ist dabei. Johnny ist mit am Start. Ey, danke dir Anatar, Walker und danke auch an The Hutmacher. Willkommen. Schön, dass Hombrero von Humanoid, der wird einfach 3x dived. Das ist so nice, ne? Dieser Zugang durch diese Wand beim Blubuff macht Midlane teilweise einfach zu diven, aber sie gibt dann auch Zugang, selbst schneller zu Romano, schnell an so einen Fuß zu kommen und zum Blubuff etc. Es ist ein zweischneiniges Schwert in beide Richtungen. Humanoid ohne Flash. Der hat ja aktiv geflasht, um Preskofi zu solo killen. Wird jetzt hier abgeholt und bestraft. Und all diese Kills sind insane wichtig für Ayoja. Er ist kaum in Gold behind, obwohl er knapp 50 zuerst behind ist. Und ich liebe diese Dynamik im Wald. Ein Farming, ein Swam gegen Jungler. Ayoja muss weitermachen. Er spielt gut, aber er wird halt einfach outfarmt. Right? Also beide haben ihre Wing Condition. Und ich muss sagen, ich hätte deutlich über den Brand am Team. So, mein Brand ist 2 Level vorne. Er hat bereits sein Jungle-Item fertig. Und Brand ist ja teilweise ein schlechter Skirmisher. Gerade nicht von der Head. Aber ja, Ayoja ist trotzdem bereits sein Standard Sky fertig. Er hat durchaus gute Heilung. Und die Unverwundbarkeit macht es schwer, ihm zur Pelle zu gehen. Zur Leibe zu rücken. Jetzt muss Razorg versuchen, irgendwie den Drachen zu testen. Und er kann. Ich meine, er ist halt so fucking fett. Trotzdem, Ayoja sagt, wir nehmen den Kampf. Ich habe meinen Crescent Guard ready. Und Noah hat keine Pressure gegen Super. Der kann es erst rein rotieren. Jetzt kommt die Ult durch von Nortelis. Und Jun wird doppelt hochgeworfen. Aufgewastrienen nach der Braumult. Das Dunstack sitzt und Jun ist sehr gepokt. Jun ist trotzdem reingutiert. Und die Toplaner sind dann wieder nicht dabei. Scheiß auf Toplaner. Wir haben eine 4 gegen 4 Banger hier unten. Gerade die Kammer schon einmal Toplaner. Ich glaube ja nicht. Aber auf jeden Fall. Der Hook muss sitzen. Der Hook sitzt nicht. Oh mein Gott. Die Shockwave aber schon. Und der Double Kill straight away. Wie kann sowas passieren? Manchmal gibt es im Late Game so Szenarien. Wo es einfach so. Da sind so viele Animationen auf dem Boden. Dass du den Ball von Oriana schlichtweg nicht sehen kannst. Das ist teilweise unmöglich. So Hawaii liegt seine scheiß E hin. Irgendwelche Braumult. Du siehst den Ball einfach nicht. Deswegen ganz viel Visual Clutter. Aber in dem Szenario. Bist du auf den Ball einfach rauf gelaufen. Hast eine Brand-Ult Point-Click gefaceted. Und bist einfach gestorben. Also Humanoid mit einer Crazy Shockwave. I guess. Well played an den Braum. Resort klickt nach mit seinen Pyro-Klasern. Und holt sich Double Kill. Und den Drachen oben drauf. Jetzt wird doch den Harald zu bekommen. Und das ein wenig übermütig. Sehr ambitioniert. Sehr ehrgeizig. Und das wird von Alvaro unterbunden. Jetzt kommt natürlich Ejoja dazu. Und Razorg will den Fight noch nehmen. Er dreht ab von Krux. Er will dazukommen. Aber er hat keine Space Ready. Oder doch? Es hört nicht auf Leute. Wir sind in LEC. Smite-Duell. Besseres Smite bei Razorg. Der ist schon mit seiner Quest fertig. Er kann nicht verlieren wenn er in Reichweite kommt. Aber er will nicht sein Leben opfern. Er ist nämlich ein fetter Bounty. Gebt einfach den Harald ab Leute. Ihr habt zwei Drakes bekommen. Das farm your Camps. Der selbe Zeit gerade Gwerset von Razorg. Humanoid calls auch Leute. Ich tippier nicht rein. Nicht den Bot turm. Farm deine Camps. Wir haben alles gekriegt was wir wollten. Scheiß auf diesen Harald. Goldgrubs braucht eh kein Schwein. Wir haben 3 Stücke abgegeben. Es werden ja nie alle 6 Contestiert. Das Objektiv ist zu schwach. Als dass es die Zeit lohnen würde. Wenn Brand jetzt schon gefarmt hätte. Wäre glaube ich schon wieder Level 11 gleich. Aber ja. Wir gucken mal auf den POV rauf von Humanoid. Er hat den Ball einfach hingelegt ne. Und dann geultet. Und sie laufen da doch bewusst rein. Und fängt einfach den AOE Schaden. Der beiden starken Fanatic Mages. Well played an Humanoids. Q-Ults. Sorgt dafür den Double Kill und den Drag Tag. Und ja das ist heiß. Ah das tut weh. Und da seht ihr Nightshare wer einfach lacht. Einfach grinst. Und wieder die Fanatic Fans ne. Mardik Brazda. Nice. Ist aber auch verrückt. Dass sie nur den Namen von Humanoid kennen. Sie haben noch nie einen anderen Vornamen. Oder kompletten Namen. Gerufen. Immer nur den ihres Mitländers. Ist auch der einzige von dem ich den Namen dann auch weiß. Deswegen. Ich hab keine Ahnung wie Noah mit Vornamen heißt. Oder wie Razorg heißt. Keine Ahnung. Jetzt kommt die Ult durch. Wieder so viel Schaden verbrannt. Und der flasht sogar noch auf Super rauf mit der Ult Passive. Boah der Brand ist so broken. Der ist auch wieder 5. Der ist 5-0. Razorg mit dem First Rotation Brand. Confidence Pick. Dein Team spielt mit ihm. Aber er spielt primär für sich selbst. Das ist ja richtig in der O-Dynamik. So richtig geil. Oder einfach wenn du einen starken Jungler hast. Auch immer gerne nur für ihn spielen willst. Natürlich ne. Du gibst so viel ab wie du möchtest. Auf Early-Game-Botline. Du wirst sogar gedivet. Mittenspiel safe. Topenspiel safe. Und dann sagen wir ja. Von deinen Camps. Wir rotieren später dazu. Und so. Geil. Sehr, sehr sexy gespielt. Ja. Jetzt der Brand einfach Monster P. Er hat 2 Items. Auch U-Nord ist kurz vor der Angrieß. Also da wird auch ein Power Spike sich anbahnen. Der sehr, sehr mächtig ist. Also keine Frage. Und dann let's see what happens. Da ist der Key zur Access. Aber wenn du einen O spielen. Das klappt immer. Ja. Ich rede jetzt nur darüber. Weil Argun halt so viel Brand gespielt hat. Vielleicht haben wir im Endeffekt noch ganz andere Games gehabt. Wir hatten noch viele Backdoor-Games. Wo Top 9 extrem wichtig war. Wir hatten viele, viele Bröki. Civil Jinx, 1v9 Games. Und eine Menge Victor und Corkis. Die Teamplats gecarried haben. Ja. Wir haben über verschiedene Art und Weise spielen können. Wir hatten auch mal eine richtig, richtig, richtig crazy Smurfende Renata im Team. Ohne die wäre unser Krokodil 30 Mal gestorben, Alter. Jetzt aber vielleicht muss Oskar sterben. Der Stunt kommt nämlich nicht ganz durch. Aber er ist halt einfach gesamt. Ich sollte gar nicht darüber reden, dass er jemals sterben kann. Er kann nicht sterben. Er ist fucking OP. He can't die. Bam. Oskar. Wir versuchen das Auge zu hitten. Kommt aber nicht ganz dazu. Das auslösen brauche ich auch nicht. Jumalot kriegt hier gerade so viel Gold. Das sehen wir des öfteren in Karma-Games. Sie mutiert halt zu einem Mid-Game-Support der Deathborn-Nöchte. Was das bedeutet, dass quasi die läuft zu ihrem Team und versucht einfach zu 5 zu groupen. Und währenddessen gehen dann Oriana und Azir oder auch Corki ihre primären Gegner auf Sidelane. Und Karma verliert extrem an Wert. Jetzt hat Jumalot den Bot-Turm er-Split-Pusht und den Top-Turm er-Split-Pusht. Das heißt, er ist sogar in Gold am weitesten vorne gegenüber seinem eigenen Lane-Match-Up. Natürlich hat er immer noch weniger Gold als Razorg, aber er ist sehr weit vorne über Turrets. Und dann hat es Karma low-key outscaled. Gefühlt ist Karmas größter Wert wirklich in der Pick-und-Band-Phase der Flex-Pick. Denn in Laning-Face erscheint sie mir nie sonderlich broken. Diese Runde natürlich Sonderfall. Jumalot hat Laning-Face auch triumphiert. Was nicht der Fall sind die Leute gerade nicht dann, wenn du Karma gedraft hast und Kommit spielst und dafür Lane-Primier halt Push holen möchtest. Blablabla. Jumalot well played. Aber Karma wird am Ende einfach so schnell outscaled und kann halt nicht Sightline beantworten, wie es eine Oriana zu tun vermag. Aber Karma hilft auf jeden Fall einem starken Team zu gewinnen. Von vorne ist Karma sehr geil. Du buffst einfach deinen Jungler hoch, wie auch immer er sein mag, und der läuft einfach auf Leute rauf. Sensaoli Sin mit Karma haben wir schon oft gesehen, als sie im Mitteln-Meter waren, nicht wahr? Oder selbst als sie Top-Land-Meter waren mit Chorias First-Item, dann haben wir es auch gespielt. Gute Erinnerung an den Champion in verschiedensten Ligen. Aber ja, hier sieht sie gerade fucking bad aus, also mal sehen, was passiert. Vielleicht Karate Madigan nennt sie ja. Erstmal ist der Top-Land-Er dabei. Wer kriegt den ersten Assist? Ist es Oskar oder Mervyn? Das Game beginnt jetzt. Shockwave kommt durch und er ist tot. Wichtig. Aber kein Assist für Oskar. Der war der einzige ohne Assist. Top-Land also noch 0-0-0. Jetzt Joja, okay. Aufgepasst. Oskar hat der Ult-Ready erst am Ende. Kessante ist so unbalanced. Er steht in drei Mann drin. Und er hat nur Tabis und Kayonic. Bitte lass ihn sterben. Lass ihn sterben. Oh, geil. Da haben wir Top-Land angekommen. Assist und Kill. Jetzt geht Mervyn rein. Mad Lions Koi strong. Wichtige Kills. Sammeln noch Seelen ein, aber halten sich im Game. Das ist jetzt nicht der Drake, der bereits Soul-Point darstellen würde. Wichtige Kills da. Jetzt hat er ein wenig zu weit vorne am Ende. Obwohl ich verstehe, was Oskar da gemacht hat. Er fühlt sich einfach wie ein Halbgott, weil da einer ist. Der CP-Flank von Humanoid. Und diese Oriana, die ist gefährlich. Brandgefährlich ist aber nur der Drache, der gerade von Brand verbrannt wird. Da soll man vielleicht aufpassen. Humanoid natürlich hier in einem Flank mit Ult. Bedrohlich. Aber er kriegt nicht wirklich Zugang. Nur Oskar kann als Kessante sterben. XD. Die Armin. Da waren wir heute von Korea, als wir die Series zwischen Dunn und Clear hatten. War auch ein bisschen illegal. Zwischen Dudu und Clear. Nicht Dunn, Dunn. Dunn hat er vorverloren. Ah ja. Da haben wir ein bisschen gespoilt mit Kessante-Gameplay. Von zwei Kessante-Mains. Oskar ist aber auch ein Kessante-Main. Aber ja. Er hat jetzt nicht Terrier. Also er hat halt Frontline gespielt, ne? Das sah es mal so. Diplomatisch ausgedrückt. Toll-Kiloi. Wie finde ich Kuro hat fucking Humanoid Shockwave? Weil er hat gleich ReconTV und hat einfach wieder Shockwave ready. Kann doch gar nicht sein. War das ein Overlay-Bug oder sind meine Augen mit Tomaten bestückt? Look at Oskar, er ist so tanky. Er hat dann versucht über irgendjemand rauszuholen. Oh, das fickt mich ab. Das macht mich sauer. Jetzt kommt. Jetzt haben wir halt kein Lapp mehr, right? Jetzt, jetzt, jetzt. Da wird kurz ein bisschen Delay drauf. Ne. Ich hoffe, dass der Tweet einfach ein bisschen buffert. Wenn ich kurz pausiere, dass er einfach das weggeht, das Problem, ne? Haben wir halt ein paar Sekunden Delay. 1, 2, 3, 4. Okay. Whatever. Ist okay. Wenn dafür der Stream clean klappt, bin ich glücklich. So. Oh. Jetzt also kein... Warte, Fennig hat doch Soul, wo er natürlich Soulpoint bekommt. Wo der Fight nicht schlecht ausging für Mad Lions Koi. Aber mit Humanoid's DP-Vorteil hat man es rausspringen können. Er ist ja dann nach Fortnite-TP, ne? Auch mit den technischen Schwierigkeiten. Ja, ist ein bisschen der Anstrengung manchmal. Aber, ja. Wie das Wort, das ist. Man muss auch fairerweise einfach sagen, Leute. Es ist der allererste... Es ist allererste Jahr mit LEC Co-Stream. Und dann hat Dryout Games natürlich auch in Berlin einige Leute entlassen. Dass dann halt in der Arena ein paar Probleme sind mit Körperproblemen. Und dann online ein paar Clean-Team-Probleme. Dafür können die Leute dann am Ende nichts wieder vor Ort sein. Die haben ja die Entscheidung nicht getroffen, right? Also da bin ich absolut dankbar, dass sie überhaupt möglich machen. Ähm. Ja, ist ärgerlich. Aber wenn wir jetzt ein bisschen Delay haben und es dafür kriegen klappt, dann sollte ich mich nicht beschweren. Dann ist alles entspannt. So. Razor geht hier die Wölfe invaden. Und guckt, ob er noch mal einen Kill... Äh. Oh, der Stun. Das, you get it? Ryla Slow oben drauf. Und das dann. Kannst du killen, oder? Jörg Brand ist so unbalanced. Brand ist so unbalanced. Brand ist so unbalanced. Brand ist so unbalanced. Er trifft die W. Der Slow sitzt. Dann kommt der Stun. Dann Humaner Shockwave. Dann Brand E. Und dann Passive. Was? Brand Ul. Ich glaube, war Brand Ul. Brand im Dancer. Krakenslayer. Oriana mit Tempest plus Dingens. Plus Leandris. Und natürlich Brand selbst. Mit all seinen Verbrennungsfähigkeiten. Trotzdem. Turn-In besser als Flippen. Mad Lions Core hat keinen guten Zugang. Aber dafür hat Fanatic keine Olds ready. Schöne Old gegen Razor. Der Dornyship sitzt. Und Ejoja. Oh mein Gott. Die werden beim Nash thrown. Wer kriegt das meins? Es geht an Senna. Wait. Super kriegt das Nashorn? Mad Lions koistiert den Nash und sie chasen. Oh mein Gott. Das war im Overlay auch gerade extrem bugged. Der Overlay ist jetzt ausgeschaltet. Okay. Mad Lions koist erstmalig im Gold vorne. Und sie werden Nash haben, wenn die Seele spawnt. Fanatic turn zu spät. Und werden auch einfach schlichtweg von Senna outranged. Die Ulti der Dawning. Shadow trifft drei Mann. Zwei Mann. Beide Carries. Brand und Zera. Meine gute Jinx. Oriano und Shockwave kann niemanden sohnen. Mervyn. Mit einem tollen Play, der mir komplett untergegangen ist im Play-by-play-cast. Auf 1240 Leben. Qt. Super den Wort. Und währenddessen Smited der Joja. Und dann ist es die Senna Q. Die gemeinsam mit den Sau Smited den Nash bekommt. Während Brand gar nicht gesmited hat. Mad Lions koist also komplett Klatsch. Secure das Objective. Und bleiben auf einmal im Game. Und nicht nur das. Sie haben sogar leicht die Nase vorne. Und was soll ich sagen, Leute? Die Sennas in Europa, sie farmen. Dadurch haben sie kaum Seelen. Nur 70 Seelen. Aber dafür hat der Bro Items. Der hat Lord Dominix fertig. Dadurch Opportunity fertig, ne? Ja, Opportunity, Lord Dominix und Jumos. Also Movement Speed an Mass bei Super. Reichweite eher weniger. Aber dafür hat er ein gutes Spacing. Mit Swifties seiner E-Feed Footwork und den beiden Athlete Movement Speed Items. Kann er halt wirklich in Reichweite kommen, ohne Reichweite zu haben. Weil er halt brennen kann. Und jetzt aufgepasst für Jun. Wenn einmal Razog stirbt, ist das ein 1000 Gold Bounty. Jun brennt hier. Aber wird er fair brennen? Haben wir noch einen Dawning Shadow. Super. Er legt den Sniper an. Er sucht nach dem Winkel. Wird er snipen können? Er geht lieber für den Fight. Mervin wäre dessen sehr gepokt. Mad Lions koist. Sie hat Nash. Aber was machen sie damit? Sie sterben einfach. Fanatic bestraft sie. Die europäische Schlammschlag wird angespielt. Der Klassiker. Ja, da wird hier wirklich geworfen. 0-7 Braum. Rein da. Hau mal mit dem Schild nach vorne rennen. Also benutzt man Nash, um Red Buff zu invaden und einfach zu sterben. Anstatt Windows zu buffen. Muss mal ein bisschen Flame-Talk ihn. Ich hab bisher schon sehr diplomatisch kommentiert. Aber es war fucking garbage, was Mad Lions gemacht hat. Davor war es fucking garbage, dass Fanatic sich den Nash stehlen lässt. Aber, you know, it happens. Jetzt haben wir 1.000 Körper heute versorgt und die Seele spawnt in 50. Mad Lions koist nicht rechtzeitig auf der Welt, äh auf der Welt? Auf der Map. Um zu contesten. Fairerweise, der Mann, der letzte spawnt, verfügt über den Summoner Spell Teleport. Kann also einiges an Zeit gewinnen, indem er jenen aufwendet. Kein Death Cap bei Humanoids. Noch kein ausgebautes Shadowflame und Co. bei Razog. Also die Power Spikes Fanatic sind nicht ganz nah. Noch kein Infinity Edge. Aber es ist der Soul Fight. Wenn du Fanatic bist, du kannst die Seele hier einfach, also den Drake, halt nicht nehmen. Das ist für den Gegner ja nicht Seele. Und du kannst was anderes traden. Und währenddessen auf Infinity Edge warten und auf Death Cap. Aber, wenn ihr das reine Positioning betrachtet von beiden Teams, wissen wir alle was kommt. Jetzt wird der europäische Kopfstoß angespielt. Und der muss durch die Wand gerammt werden. Fünfmal positioniert Akali, die einzige Person, die in den Flank wirklich spielen möchte. Mervyn findet auch den Flank gerade. Und er wird nur flanken und nur löst die Vision-Kunde aus. Mervyns Position gefällt mir sehr gut. Anders als in dem Fnatic, in dem SK-Game gegen NNO gestern. Gibt es ja hier kein Twisted Fate. Also Akali kann ein Team, weil es sehr stark ist, an dem sie unsichtbar wird. Jetzt geht Mervyn auf die Jagd nach Frischfleisch. Und er joe währenddessen gechunked. Oh, die Ult ist stark. Toller Flash von Razog. Flasht beide Uls halt endlich. Sowohl Jing als Senna als auch die Braumuls. Und trotzdem mit Lion-Score über Positionierung und Play sichern sich den ersten Drachen dieses Games. Alvaro gibt ihn ab. 08 ist das gleiche wie 07. Wenn ihr beide schleppt, ist es terrible. Alvaro lebt aber noch und Friscobi ist fast. Jetzt ist er tot der Alvaro. Aber das ist okay. Du hast noch Flash auf Friscobi verloren, das ist nicht super. Aber, you know, du hast Seele bekommen. Und jetzt geht Razog. Oh, Razog ist 1000 Gold wert. Aber die Chompers. Oh, Mervyn! Unser Rookie-Top-Laner. Und schon, er brennt. Und das kann man mit Mantra. Oh mein Gott, Oskar ist tot. Oh, weil er laggt extrem, weil Riot Games auch den Stream direkt ausmachen möchte. Weil Fnatic zerstört wird er statt, nicht im Script drin. Und mit Lions Koi aced Fnatic in der 28. Minute. Das ist insane. 700 Gold-Bounty auf Noah. 1000 Gold-Bounty auf Razog. Der Turm wird noch gefacetankt. Der Drache wird genommen. Und am Ende ist es Mervyns Akali im Flank drin, der den Fight entscheidend an sich reißt. Der Mann hat Eier. Der Mann geht rein. Der Mann weiß, was er will. Er hat für Jahre Oskar hinterhergegangen. Er hat gesagt, seit 4 oder 5 Jahren ist er mit Oskar befreundet. Und er war immer ein Stück hinterher. Als er in der Amateur-Liga gespielt hat, war Oskar bereits in der Haupt-Spanischen Liga. In der Super-Liga. Dann war er in der Super-Liga drin. Aber Oskar war bereits LEC. Und er musste immer Jacht jagen. Jetzt diesen Split im Winter ist er angekommen. Er hat ihn gejagt. Und er findet diesen wundervollen Flank. Mervyn sucht den Winkel. Und Mervyn auch performt damit in diesem Fight. Den Enemy-Top-Laner. Das ist jetzt die Storyline. Er macht seinen Job nicht gut, weil er nicht peelt. Aber ja. Die Chompers sind eigentlich geil. Aber Rasog läuft zu weit vorne. Die Chompers können vielleicht überleben. Mervyn mit einer 3-Mann-Ult. Holt einen Double-Kill und dreht damit alles um und generiert 1000 Gold. Das ist huge. Das ist huge. Und auf einmal ist Mad Lions kaum im Game drin. Fnatic. Ja. Haben wir aber noch Seda als Wind-Condition. Wir sind noch nicht raus aus dem Game. Aber nach diesem überragenden Early-Game werden sie Hops genommen. Und das ist die große Schwäche, die du hast bei einer unkonventionellen Draft. Es ist einfach schlichtweg schwerer zu spielen. Ne. Und wenn du gerade nur einen Tank hast, ist es so wichtig, dass der Tank seine Carries peelt. Der Tank muss auf seine Carries aufpassen. Und das ist nun mal einfach die Aufgabe von Oskar. Und auch von Jun. Aber in dem Fall halt eher von dem Warden. Denn das ist ja was Oskar ist. Sein Champion ist ja als Warden definiert. Also ein Charakter, der seine Carries peelt und keinen Gage hat. Aber Leute wegschiebt und wegultet, rettet. Sowas wie Braum halt. Auch ein ganz klassischer Warden-Champion. Weiß gar nicht, ob es noch mehr so klassische Fälle gibt wie Gesante und Braum. Aber natürlich Gesante ist ja auch in das Hessen. Also er ist auch nicht so klassischer Gäste. Aber ja. Der Brand ist aufgegangen. Und es möchte ich wiederholt haben. Der Pick ist geil. Der ist stark. Rasorg spielt klasse. Aber es ist sehr schwer zu spielen. Und die Truths-Mindset war ja sogar, dass sie sowas wie Gesante Mitte draften. Und dann Lilia-Jungle, damit sie sich gegenseitig beschützen. Carry im Wald. Er fordert halt auf der Karte auch einen Tank für den Carry. Weil oftmals der Top dann ja nicht dabei. Der ist ja für das ganze Game woanders normalerweise. Und dieses Game halt auch. Was mit Poppy? Ja, Poppy und Shen sind gute Beispiele. Poppy ist auch ein klassischer Warden. Mit sehr wenig Engage-Potenzial. Targ ist ein gutes Beispiel-Chat. Ja, genau solche Charaktere, ne? So andere Tanks, die halt Engage mit reinbringen. Wenn wir dann so Oran, Malfa, Zion. Die auch nicht hier aufchargen. Aber das ist nicht die Aufgabe von Gesante. Gesante geht niemandem tränken oder so. Und nun geht's auf die 50. Zur Liebe, geht raus. Deiner als 3, er toll wird. My man. Danke dir, Jagerman Jets. Für 40 Monate hier. Liebe, Bro. Und mich, dass du viel seit so langer Zeit den Spaß genießt. Und dass du auch E-Sports begeistert bist. Denn das ist das, was mein Team eigentlich auszeichnen soll. Ich liebe diesen E-Sports. Und mit Lain Skoy? Die spielen ein Zähnes-Leak. Dafür, dass die so ein Underdog sein sollten. Gegen all die Teams, die sie spielen. Auch hier natürlich noch lange nicht gewonnen. Aber Fnatic muss jetzt den Nesh-Kontesten. Rasorg muss in Reichweite kommen. Jun versucht Akali zu finden. Wenn Akali markiert werden könnte von Norte, das ist das Beste. Denn Gesante kann sie nicht wirklich aufhalten. Aber ja, Norte hat noch einen Verklick. Flash engage. Ayoja stackt seine Q auf den Nesh. Und Jynx is one-hit. Kein Tank steht neben ihr. Akali darf sie töten. Aber das war Ayojas Play. Mad Lain Skoy. Wird das ein cleanes Ace werden? Die Antwort ist einfach ja. Mad Lain Skoy verstört Fnatic in dem Fight. What in the name of holy fuck just happens. Ayoja stackt den 3 Talon Strike aufs Nashorn. Flash Audacious Charge. Wirft Jynx nach oben. Mervyn geht rein. Cleanup Triple Kill. Explosion. Jynx konnte nichts tun. Und der Fight ist zu Ende. Das Game nahe sich dem Ende an. Jetzt ist erstmalig. Ayoja im Gold vorne im gesamten Game. Aber das ist so geiles League of Legends. Verschiedene Win Conditions. Ein Team kommt will anders spielen als die andere. Ich liebe das. Ich liebe es. Das ist so cool. Und im Jungle war es gerade komplett reflektiert und gesehen. Und Oskar macht seinen Job nicht gut. Jon auch nicht. Das müssen wir nochmal im Replay gleich angucken. Denn ich bin mind blown, dass das so geklappt hat. Mad Lain Skoy sichert sich den ersten Win im Best of Five. Insane. Komplett geil. GG in den Chat-Chat. GG in den Chat-Chat. GG in den Chat-Chat. GG in den Chat-Chat. 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 Ja Fanatic ist noch immer Favorit. Ich habe sogar vielleicht gedacht. Ich habe gesagt 3-1. Weil ich nicht dran los sei. Aber ja Fanatic. Wurde auch teamfightet. Schlicht und ergreifend. Wir haben wieder keine Musik im Hype Trailer drin. Na gut. Dann schalte ich jetzt auf den anderen Stream. It is what it is. Man, man, man. Ja, aber scheiß mal. Schau mal drauf auf die Werbung jetzt. Die muss ich ja theoretisch gar nicht zeigen. Wir machen mal kurz das hier. Wir gehen in den einen YouTube-Stream. Weil der lag zum Glück nicht. Und dann kann ich in meinem einen YouTube-Stream zurückspulen. Und die hat uns den Fight nochmal angucken. Ich will den Fight nochmal sehen. Aufs Nashorn. Aber ich will meine Stimme nicht hören. Aber ich will ein bisschen In-Game-Sound haben. Kompromiss gibt es da nicht wirklich. Ich liebe diesen E-Spot. Und mit Lain Skoy? Die spielen ein insanees Leak. Er hat eine Fresse vergangen als Zeugin. Sehr leiser. Ja, sorry. Der Clean-Feed kann ich nicht so rückspulen. Das tappt nicht. Der leckt immer. Aber mein eigener YouTube-Stream, der geht. So, warte. Jetzt seht ihr Julia. Er hat 3-Tall und Strike gestackt. Mervyn im Flank. Und allein jetzt schon. So, Oskar. Ich meine, er muss auch vorne stehen. Es ist ja auch schwer zu spielen. Man kann Oskar gar nicht so sehr kritisieren für. Aber es muss halt Jun oder Oskar ihren Job halt machen. Und ihren Job verstehen in der Situation. Und einer von beiden. Also, Arcadi kann nicht ungemarkt ohne Vision auf einem Flank sein. Oh, warte. Hast du nicht sogar Vision hier? Du hast ja Vision. Bruder. Mervyn, like, no. Mervyn ist auf full Vision. Ja, Julia. Geiler Play. Er stackt auf Nash hoch. Und im Gegensatz zu Fnatic. Matt Lain Skoy hat einen klaren Plan. Als Flank der Nash geklaut wurde, haben sie einfach 50-50 und wurden weggesont. Und jetzt hat der Call. Wir tun. Unser Play ist auf Flash zu spielen. Und der Flash in dem Fall. Ey, Julia. Er stackt auf den Nash seinen Q. Flasht rein. Und er wird hochgeworfen. Dann ist Mervyn ready, der auf komplett Vision rein rotiert ist. Crescent Guards. Warte. Warte, wie geht das? Wait. Wie geht das, Chat? Hat er vorher noch irgendwie einen anderen markiert bekommen? Wait. Er hat Razorg markiert bekommen. Wie? Wie? Hat er noch einen Auto-Attack gesetzt? Ein Auto-Attack ist das Beste. Die W war auf Brand? Ich kann wirklich aufhalten, aber ja. Die W hittet Brand. Du hast recht. Das ist jetzt so ein Zähn von der Julia. Wenn es beabsichtigt war. Der hat den Fight komplett gesmurft. Er stackt auf den Nash seine Q. Flash engaged auf die Jinx. Wirft sie hoch. Ich habe gerade mein eigenes Auge gefasst. Ich trolle. Anyway. Okay. Er wirft sie hoch. Und markiert mit der W währenddessen den Brand. Und dann ultet er. Wirft alle von sich weg. Außer das Ziel, das er markiert hat. Und deswegen wird Jinx in die Umarmung von Akali geworfen. Wer soll sie denn noch peelen? Einer muss Akali entgegenlaufen. Aber am Ende war es Ajojas Play. Von vorne bis hinten. Holy shit ist das insane. So eine geile Ult. Und dann ist einfach instant won it. Mervyn sagt einfach Danke. Silbertablett. Alter was ein Fight. Wenn das. Also. Ich gebe ihm Credit für Ajoja dafür. Komplett. Junge. Banger Game. Also Banger Fight. Wenn das geplant war. Von vorne bis hinten. Dann großes Kompliment an den Bro. Das war ja cracked. Also das mit dem Nash. Und dann halt Q reinflaschen. Natürlich war das geplant. Obviously. Aber dass die W hittet. War vielleicht auch ein bisschen lucky. Maybe. Ich meine es ist gerade Lower Brackets. Sammys der LEC. Der besten Liga. Die wir haben hier in Europa. Also. Ich gebe ihm Credit. Das ist Predicted. Dass es gewollt war. Alter. Digger. Cracked. Komplett geil. Komplett cracked. Komplett geil. Komplett. Komplett geil. Ach krass. Ey. Danke dir. Full Buster. Vielen Dank für den Zappmann. Willkommen. Danke dir. Vielen lieben. Thanks. Oh. Ich habe den deutschen. Ja du hast recht. Scheiße. My bad. Ups. There we go. Aber heute ist die Farbe der LEC anders. Deswegen passt mein Overlay jetzt nicht mehr. Das haben die geändert. Das ist jetzt ein bisschen awkward. Dann mache ich wieder die andere Szene. O7. Die haben heute so Winterfarben gemacht. So weiß und. Und. Und blau. Ich habe kein Update bekommen für das Overlay. Naja. Ey. Danke den Nickenackt. Danke euch für den Support. Danke euch für den Support. Und da waren Dead Crow. Dead Crow. Vielen Dank für den Support. Da 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 da. Da da da. Der 1st BO5. Auf der Weekend. Jetzt schon Voice kommst? Joa. Die LEC ist schnell. Haffig. Ey. Lieber Bro. Klingel. Ja. 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 Auch Super war so gut diese Runde. Ja. 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 Er ist ja nicht flashy, wie sein Jungler und Toplaner, aber er war Monster-Konsistent super, also krass. Danke. Danke für den geilen Pass. Er ist gemutet, Odo Amne. Du bist mutet, Odo Amne. Odo Amne, dein Mikrofon, du warst auf der Toilette, du bist mutet. Ich höre dich nicht, Odo Amne. Ich höre dich gerade durch Schocks Mikrofon. Hallo Regie, sag ihm mal Bescheid bitte. Jetzt kann ich dich hören. Aber alles, was er gesagt hat, war schon so smart. Ja. Es ist ein bisschen Respekt in der Akali und du weißt, wenn du zu nah am Sonntag fliehst, und das ist das, was MDK zurückgekommen hat, mit Razor, der in einem zweiten Spiel hat, der Ball in diesen Fife. Ja, und sie haben das Spiel wirklich zurückgezogen, nicht wahr? Sie haben eine Menge Pics in dem Mid-Game gefunden, zum Beispiel Humanoid als Unit, aber die beiden Nash sind wichtig, nur? Die beiden Nashes. Dieser Flash-E fand so sexy von der Yoja. Ja, aber das war El Yoja nicht, der Play. Das war absolut El Yoja. Arminian Mervin hat gesmurft, er hat am Ende den Kill geholt und so, er hat auch besser gespielt als Oskar, keine Frage, aber es war trotzdem El Yojas Play. Also safe. Auch wenn am Ende Triple-Kipbar gerade steht, da habe ich einen Sauer gesehen, der gewinnen wollte. Auf meinem Bildschirm. Daran hieß der, Laram-Sikobia und Jotanius und Admiral Ghostbuster. Willkommen, Leute. Junge, dieses lila ne Shirt sieht auch mega nice aus. No joke, die Farbe ist nice, ich mag das Sakko nicht so sehr. Zu lange Ärmel, bisschen zu groß für den Bro. Für den guten Eragon, so ein Master-Top-Lainer in der britischen Szene, der Bro. Aber er hat ne geile Stimme für Vodcast, safe. Deutlich besser als meine Stimme. Sehr viel ruhiger und tiefer und generell auch jetzt besser. Ich bin glücklich, dass wir noch über Meryl und dass er so gut gemacht hat. Aber wir werden es an Goldberg geben, um darüber zu sprechen, warum Jungle nicht wichtig ist. Hä, was? Jungle nicht mehr, erklär mir. Jungle nicht mehr, ich denke, es ist ein bisschen mehr als Top-Lain. Vielleicht nicht in diesem Spiel. Aber ich wollte euch über den ersten Spiel und wie er funktioniert, wie er funktioniert. Das ist eigentlich bad, by the way. Mal gucken wir uns. Ah. Geil, Goldbock. Gut. Grange heißt gerade. Aber Brom ist hier bei der Q's bei dem Fight. Wenn ich beide Q's misse, ist der Fight insane für Madline. Und wenn das jetzt die Tool wäre, wären beide tot, weil du diven würdest noch ein zweites Mal. Ist ja actually bad, dass Rand weg geht. Ist ja actually bad. Ist ja actually bad. So, wenn jetzt noch gedeift wird und die ganze Welt weg ist und die nächste auch noch, ist es insane. Wenn DJ Tool wäre, wäre Jungle tot und dafür auch Miki oder Elioja, wer auch immer tankt. Und dann denaisst du alle Minions, wäre komplett cracked. Also am Ende war Razor okay von dem Play vorne, ne? Aber es war actually schlecht für seine Botlane. Es war richtig anstrengend zu spielen. Das ist absolut kacke für seine Bot-Side. Aber Razor, das Bild ist nice. Warum ist eigentlich CS-Diff in der 8-Minute jetzt angezeigt worden? Wollen sie hier die... Was ist das denn für eine Statistik? Warum? Früher war es immer CS-Diff und KDA in der 14. Warum jetzt in der 8? Damit die Stats krasser aussehen oder wieso? War es in der 8-Minute? Früher ist der Harrod gespawnt, aber jetzt spawnt er ja nicht mal mehr Harrod. World Cup sind der 5. Na gut. Ja, in der 8-Minute war krass vorne. Nicht bad. Der 14. war auch noch vorne. Er war dann permanent 2-Level ahead. Aber der Botlane-Dive war gut. Der Botlane-Dive hätte ja noch besser sein können für Madeline-Skoy. Sie haben ihn gemisplayed zu einem gewissen Grad. Zumindest aus meiner POV. Ich glaube, der kann noch mal diven. Andere Teams würden da diven gehen. Und das sieht immer strong aus. Auch wenn du dabei stirbst, ist es worth. Ähm... Joa, ne? Start für Madeline-Skoy. Elioja musste weiter ganken. Und Elioja hat seinen Job gemacht. Da sorgt man durchaus um einiges mächtiger. Aber... Konnte er damit was anfangen? Nein. Denn niemand stand vor ihm, der ihn peelen konnte. Und niemand hat Akali gematcht. Das ist dann immer ein unangenehmer Teamfight. Akali matcht ist aber auch dumm von mir, die Worte so zu wählen. Weil du kannst Akali nicht matchen. Die ignoriert dann auch Nortelis und Cassante. Nortelis kann sie wandeln. Cassante kann sie auch ignorieren. Aber du musst ja zumindest ein bisschen peelen und sie ziehen. Die darf nicht auf Leute rauflaufen. Deshalb... Wenn Akali Point-Click-Ult auf Jinx oder Brand machen kann, hast du gemisplayed. Mit Cassante und Nortelis. Gibt da nicht. Ey, danke dir Holy und danke auch an... Warte, kann ich den anderen Feed wieder anmachen? Der hat noch leider... Es wäre echt cool, wenn ich einfach den gleichen Feed kriegen würde, bloß ohne die Caster. Weil sonst habe ich das Gefühl, ich verpasse was, wenn ich den anderen Stream gucke, weil wir halt immer nur die Totale kriegen. Ich will einfach nur den gleichen Feed und den Caster haben. Es wäre so huge. Naja, ist fein. Deine Qualo, auf jeden Fall von den Zertmann. Willkommen. Danke dir. Wir lieben Sharks, du. Ich bin großer Fan von der englischen Analyse. Gerade wenn sie Experten reinbringen, wie Udo Amno und so. Aber ich habe wirklich viele DMs noch bekommen, die sich gewünscht haben, dass der deutsche Broadcast mehr Deutsch ist. Also weniger englische Sprache dabei ist. Weil ich einfach eine DMs kriege, wo Leute halt sagen, ich kann einfach kein Englisch. Für mich ist das Kacke. Die Analyse jetzt mit Guildrock zu haben, wie er den Jungle analysiert, bringt mir nichts. Weil ich einfach nicht verstehe, was er sagt. Oder verstehe ich auch. Right? Aber... Boah, ich bin ja trotzdem auch irgendwo kurz streamen. What can I do? Vielen Dank dir Florian. Danke an Quarlo und an Zateles. Vielen Dank für eure Subs, Leute. Willkommen. Danke euch. Oh, ist ein bisschen laut, glaube ich. Wer ist in dem Match-Favorit? Äh, das ist Fanatic. Das ist Fanatic definitiv. Aber mit Line Squad haben wir Game 1 gewonnen. Und dieses Roster ist der ganz... Also seit Split-Start sind die Underdog. Sie sind Außenseiter, Newcomer, bla bla bla. Und immer wieder überzeugen sie und übertrumpfen alle Erwartungen. Und ja, quasi die heute Favoriten werden das beweisen. Guck mal, wie Friscovi in die Kamera guckt, Alter. Ja. Kurz Blickkontakt gehalten. Der Snoopy ist der. Wer sich da daran noch... Ich hab mal erinnert an Snoopy. Ich glaube dafür seid ihr alle. Zu jung. Natürlich wieder Twisted Fate-Bun. Diesmal auch wieder von Oskar. Oskar hat also nicht adaptieren können. Muss auf beiden Seiten Twisted Fate-Bun. Ein riesiges Problem für Fanatic, dass sie ihn weder picken, noch counterpicken können. Das heißt, wir müssen auf beiden Seiten bannen. Das macht The Best of Five sehr hart. Sehr, sehr, sehr viel härter. Und natürlich eine Menge AD-Carries werden ansonsten auch gewandt. Twisted Fate ist ja auch ein AD-Carry. Mit Crunkenslayer Rapid-Fire-Bit. Wie ist er das nochmal? Obwohl Mervyn ja sogar Rage-Bit gegangen ist. Was auch fein ist in einigen Games. Aber ich bin großer Rapid-Fire-Cannon-Fan. Diese Long-Range-Standkarte ist nicht balanced. Oh! Vier AD-Carry-Buns und ein Twisted Fate. Wow! Boah, den Fokus wurde groß geschrieben. Und das in All-Caps-Log. Karma First-Bick. Jetzt von der Seite Fanatics. Bisher, Karma, hat mich nicht überzeugt. Ihre größte Stärke ist wirklich Pick-Band-Phase. Dass du sie schlichtweg flexpickst und dem Gegner Angst machst, wir könnten sie auf allen Positionen spielen. Das ist ihr größter Vorteil, der zuweilen ausgespielt wird. Aber ich bin nicht begeistert bisher. Nicht begeistert. Snoopy, Froggen, Treppo, Wicked, Yellowpeed. Banger Line-Up, oder? Hier kommt der Adam-Jag, meine gute Garenhover. Oh! Aphelios Milio? Interesting. Aphelios Pick von Super. Ein Charakter, der für ihn schon super funktioniert hat. Der Mann ist nicht bad auf solchen Hyper-Carries. Er kam in unsere Liga rein und hat direkt aufgespielt. Und hat es geschafft, einen Pentakill zu erwirken. Ich glaube, das war Aphelios, oder? Chat? Ich glaube, das war Aphelios. Sein Pentakill war Aphelios. Also, not bad. Gleich in seiner ersten Spielwoche. Ja, Cassandra Pick für Oskar. Ich glaube, das ist der richtige Call. Bring einfach Oskar auf Tanks rauf. Das finde ich auch wieder interessanter. Du hast wieder sorgt auf einem Carry-Jungler. Jetzt ist mir eigentlich schon relativ sicher, Karma wird Mitte sein, right? Du musst dich Karma unbedingt Mitte haben. Aber Karma ist schon durchaus ein zuarbeitender Support-Champion. Ist nicht so geil wie ein Tank zu haben. Brand will keine Schilde. Brand will jemanden haben, der vor ihm steht. Deswegen Karma-Support in Midlane. Also, Karma-Mitte. Der Brand-Support ist nicht ganz so geil. Aber mit Cassandra und Co. Kann es durchaus schwerer sein, sie runter zu rennen. Junot natürlich trotzdem auch ein Playmaker für Fnatic. Ihn auf diese Karma abzustellen. Irgendwie kacke. Aber wenn du halt Razok unbedingt Brand geben möchtest, dann musst du halt nur mal irgendwo Abstriche setzen in anderen Positionen. Der Jungler braucht nur mal Gold mit diesem Champion. Auf der anderen Seite wieder Ayoja, der zuarbeiten wird. Mauken natürlich ein ganz traditioneller Kontroll-Jungler. Viel viel Pressure mit Vision und mit seiner Oils viel CC. Carry Pick für diesmal Mervyn, der die Gwen früher pickt. Letzte Runde wurde der Gwen Akali gebannt. Diese Runde pickt er die Gwen früher, damit sie halt nicht gebannt werden kann. Junot Band zwei sehr starke Midlaner in Oriana und Hawaii House. Was natürlich für Karma Mitte spricht. Aber es muss noch nicht aufgelöst werden. Bis der Gegner seinen Champion gezeigt hat. Er wird Tristana Mitte führen. Frescovi. Hm. Das Matchup ist zuweilen recht schlecht für Tristana. Im Erleggen kannst du raufjumpen. Aber sobald Karma ein wenig AP bekommt, gibt sie dir halt Mantra in die Fresse. Kriegt Mantra Reset. Und kriegt dann nochmal Mantra und macht es sehr schwer, dich zu töten. Gerade weil Tristana ja nicht mehr in Ignite gehen kann, so wie früher. Trotzdem muss Karma nicht unbedingt Mitte sein. Das ist immer noch ein Flex-Pick. Und Frescovi sagt, das ist mein bester Blind. Gerade dann, wenn ich Maokai spiele mit Gwen, haben wir auch genug Magic Damage. Und ich sage es seit über einem Jahr. Aber China liebt diese Drafts. China draftet sehr, sehr gerne Maokai mit Double AD Carry. Es ist extrem stark, extrem simpel zu spielen. Und extrem mächtig. Währenddessen sehen wir den berühmt berüchtigten europäischen Lucian. Ganz gefährlicher Pick. Ganz gefährlicher Pick. Oh mein Gott, Lucian Medio. Oh, in Korea hat Lucian Medio auch alle Games verloren auf 14.2. Lucian Medio hat in Korea alle Games gedroppt bisher. Seid ihr auf dem neuen Patch sind. Ohne Double Support, Alter. Das heißt, selbst in Korea geht Lucian Medio nicht mehr auf. Und dann in Europa der Lucian. 1-9. Regular Season. Und im Playoffs hat, glaube ich, ein Game gewonnen. Dann wurde ein Game gespielt. Eieieiei. Fanatic also mit einer Draft, die mir gar nicht gefällt persönlich. Ich finde, fairerweise, der Gegner hat keinen Akali mehr. Heißt, die vier Squishy Champions sind nicht ganz so bedroht von Gwen wie von Akali. Das muss man sagen. Trotzdem, Blitzkern-Pick ist hier zuckersüß für Mad Lions. Jedoch ist quasi ein Kill. Und nur Cassante kann sie blocken. Und Cassante muss auch zeitlich versuchen, Flanks zu markieren. Oskar hat eine richtig harte Aufgabe, dieses Game. Er muss normalerweise halt Hooks blocken und auch die Mauka ult blocken. Er muss auch tanken und er muss auch die Gwen-Zone, weil der einzige Carry ist. Der einzige Tank ist, der die Carries beschützen kann. Aber Mauka ult Kamilio beantworten. Du lässt dich einfach routen, Milio drückt Ult. Alle sind safe. Das geht. Trotzdem eine harte Aufgabe für Oskar diese Runde. Joan hat da schon deutlich geholfen. Ich weiß nicht, was davon halten soll. Ich möchte mich nicht wiederholen wie so eine gebrochene Schaltplatte. Aber der Playstyle von einem Tank Midlane und dann noch ein anderer Tank Toplane, wenn du Brand-Jungle hast, gefällt mir deutlich besser. So Cassante Midlane, Zack Toplane oder sowas und dann das Brand-Jungle. Angenehm. Natürlich kann es nicht jedes Team spielen, aber mir gefällt es, wie G2 das gemacht hat. Hat mir einfach gefallen. Naja, Fnatic auf jeden Fall mit einer Winnable Draft. Lucian Mido ist super stark. Auch in Landing-Face. Natürlich müssen sie aufpassen, bevor du Blitzwing guckst und sie wurden gecounterpickt. Keine Frage. Und selbst in Korea gewinnen die Jungs nicht mehr dieses Match-Up. Also... Ah! Not sure. Ah! Not sure, Fnatic. Wir gehen rein ins Game Nr. 2 dieses Best of Fives. Best of Fives, Entschuldigung. Loa Brackett Sammies. Der große, große Anadog. Mad Lions Koi. Ganz frische Liga gekommen an diesem Team und nochmal gerenamed gegen eine der prestigelastigsten und erfolgreichsten und bekanntesten Orks, die der League of Legends eSports je gesehen hat und die Europa jemals hatte gegen Fnatic, die sehr gerne mal wieder ein Finale gewinnen würden. Aber erstmal dahin sich arbeiten müssen, den Weg. Und Jena ist steinig und schwer. Gerade wenn du hier diese Draft spielst. Also ich würde lieber Mad Lions Draft spielen, aber ich bin auch vielleicht zu sehr fokussiert auf dieses Brand-Ding mit Lainern. Aber ich finde es einfach sehr schwer zu exekuten, so zu spielen. Wenn niemand vor dir stehen möchte. Dann ist es einfach schwer für Range Champions zu agieren. Du kannst argumentieren. Du hast halt Karma-Schild. Du hast Mido-Schild. Du hast eine Menge Movement-Speed. Aber trotzdem ist halt Blitzcrank-Hook direkt Tschüss. Und die Schilder werden ja auch gehartkontert von Blitzcrank. Du machst AOE-Mantra-Schild. Blitzcrank macht Ult. Alle Schilde weg. Denn Blitzcranks-Ult, das Static-Fielder, wie die Ult heißt, ist ja ein Shield-Break-Effekt. Nimmt alle Charaktere. Hopps, die Schilde benutzen. Naja. Ich bedanke dir, D-Deck-Philip. Vielen Dank für den Zappen, mein Dude. Das lieben viele... Ach, vielleicht muss ich den Sound lauter machen, ne? Die Musik ist ein bisschen lauter, aber dann ist das Ingame sonst zu leise. Chat, kurz Feedback bitte. Laut genug? Leise genug? Hit me, Chat. Hit me. Ja. So ist gut. Perfect. We do take those. Bisschen zu laut? Ich kann es leiser machen, aber noch schreie ich auch nicht. In Tiefels rede ich ja normalerweise ein wenig lauter, weil ich etwas motivierter bin. Als wird Ayoja gerade den Web-Buff-Counter-Jungle. Gefällt mir sehr gut. Der Sorgs-Parfing wird damit extrem eingeschränkt. Brand liebt es zu fullcleanen. Brand liebt es effizient zu bleiben. Natürlich kann Brand jetzt ebenfalls den Mirror akzeptieren. von Top-Side in Wäden gehen, aber mit dem Spot-Lane entlöst. Und Top-Lane wird Mervyn gerade. Oskar extrem. Oh, warte mit Lane. Die U9 kriegt ein Weakster-Tier. Verscovi durch. Der Antwort ist ein 9. Noch nicht genug Tech-Speed im Early-Game. Ohne Little-Tempo, ohne Hell-of-Blades. Mit viel Footwork hast du auch nicht so viel Tech-Speed, ne? Ey, dummse Play. Vielen Dank für die 10, Alter. Liebe, wenn dir Kuss und Spaß macht, du was lernen kannst. Und der eSport dich begeistert. Vielen lieben Dank, Mann. Einen guten Umzug. Danke für die 10, mein Dude. Ey, guten Umzug. Den werde ich am Montag hoffentlich haben. Ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch. Ich hoffe aufs Beste. Wenn das platt geht am Montag. Oh, okay. Feser, my man. Vielen Dank für die 20. Oh Mann. Ach, krass. Ach, krass. Vielen Dank für die 20, mein Dude. Willkommen zu Fnatic gegen Bad Lion's Coil. Alle 20. Die es erwischt hat. Liebe, Bro. Vielen Dank euch beiden. Willkommen, Twitch-Chat. Danke, Mann. Geruzak. Oh, die Hook misst ihr Ziel. Alvaro für dich den Zugang, den er suchen wollte. Razorak hat jetzt gar keine Camps. Der wurde so hops genommen. Ey, Yoja. Counter-Jungle hat einfach alles. Razorak muss jetzt Spotlane diven. Aber ohne Wave-Prior und doch gerade gegen Blitzcrank ist das nicht möglich. Deswegen jetzt zu Tanki. Du hast keinen, der tanken kann. Nee, der hat einfach seinen fucking Mana-Barrier. Du hast keinen gestackten Wave. Aber du hast keinen besseren Play. Also der beste Play ist wahrscheinlich abdrehen und Krabbe machen. Trotzdem, jetzt geht Fnatic dafür, weil Razorak den Counter-Jungle nicht predikt hat. Wir haben jetzt ein Bot-and-Dive-Chat. Liebe für die Subkits und die Subs hier gerade reinfliegen. Aber der Play hier ist gerade wichtiger. Razorak wird gedeiht. Razorak dived und sie tanken den Turm. Superflasht gut. Oh, oh, Fnatic. Das kann ganz böse ins Auge gehen. Haben wir noch einen Hook? Super. Alter, Fnatic clean. Fnatic clean. Das ist nicht einfach. Das ist ohne Tanks mit Range Champions only, die sehr squishy sind. Natürlich immer richtig super zu fokussieren. Der ist deutlich weniger tanky als Blitzcrank. Ich habe leider nicht darauf geachtet. Vielleicht habt ihr es gesehen, Chat? Also ich habe darauf geachtet, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Wo die Hook lang geflogen ist. Wo war denn die Hook? Hat er die für Damage Emilia-Reichweite benutzt? Wenn ja, vielleicht großer Fehler. Vielleicht lieber jemanden zurückziehen, anstatt für den Damage zu gehen. Unter dem Turm selbst. Auf jeden Fall toller Dive von Fnatic. Das einzige, was Brand da machen konnte, war genau das, weil alles von ihm geklaut wurde. Und das ist der beste Play, den er hatte. Schönes Ding. Wichtiger, wichtiger, wichtiger Kill. Baut er damit also sehr denied. Und auf Toplane muss Mervyn einfach... Kann er hier Diven gehen? 1v1? Junge, Oskar ist wirklich hart dabei, letzten paar Wochen. Die Matchups, die gegen gespielt werden, sind fairerweise auch meistens nicht zu seinen Gunsten. Aber er spielt auch die Matchups nicht so gut, die wir anders kennen. Kann er hier 1v1 gedivt werden? Eieieieiei! Okay! Auf der nächsten Welt wird Mervyn Level 6. Spätestens dann wird er aber getaucht, oder? Ich würde stay'n. Nicht V-Coin. Stay! Stay! Auch wenn Brand da ist. Der ist nicht strong. Du hast Ghost und Ult. Er geht mit dem safe Play. Er weiß, dass der Jungle ist Base. Er weiß, Brand muss Toplane sein. Weil ja Maoka davor die Camps invaded hat, weiß man genau, wo Brand sein darf. Also ja, ich verstehe den V-Call, aber... Man schaut dir einfach gerne zu. Schwarzes Herz. Ey, liebe Snacks. Freut mich, wenn du genießen kannst, mein Freund, ey. Freu mich. Danke dir an Slim Kaktus und Snacks und Galaxy. Dahinter. Warum die Hook ist es nicht der Hook? Äh... Weiß auch nicht, warum ich die Hook sage. Was würdet ihr sagen, Chat? Die Hook oder der Hook? Der Greifarm. Aber... Es heißt ja der... Ich würde auch der... Ich würde der Grab sagen. Was heißt der Rocket Grab? Aber es ist ja... Es ist auch der Haken. Es gibt gar keinen Sinn, dass ich die Hook sage. Aber der Hook klingt falsch. Er hat die Hook gemisst. Klingt viel besser. Boah, der Dive-Protten ist gefährlich. Super, ist der mit 3. Der ist aus dem Game raus. Wenn er hier stirbt. Stirbt er? Er sollte sterben. Er ist einfach dead. Ha. Oh, das ist so geil von Noah und Jun. Aber auf der gestackten Welt gibt es auch keine Ausrede. Es gibt keinen Sinn, dass du da nicht da bist als Blitzfank. Du musst wissen, was passiert auch als Aphelios. Also... Wo ist Blitzchen hochgeraumt oder was? Die eine junge Lady im Publikum. Ist das etwa Justine? Vielleicht. Das wäre sehr witzig. Oh, die Story erzähle ich gerne, ne? Es gibt einen so einen LEC-Superfan. Die junge Lady, die sich immer als Gwen im Cosplay anzieht. Die war auf allen Events bei Tulpa. Die war in Montpellier. Die war beim Red Bull Event jetzt immer am Start. Und sie wurde einmal gebeten vom LEC-Stuff, dass sie nicht so laut schreit. Weil sie immer sehr laut schreit. Und sie ist Hardcore-Fnatic-Fan. Gwen wurde gedraftet. Fnatic spielt. Lauter Schrei im Publikum. Die Parallelen sind da. Sage ich, wie es ist. Sie hat gerade beim Blü-Plane nochmal geschrien. I mean... I'm just saying. I'm just saying. I'm just saying. I'm just saying. Oskar redeemt sich und solo kill Toplane. Bitter natürlich für Mervyn. Ich habe gar nicht darauf geachtet, weil ich irgendeine Story gelabert habe. Tut mir leid. Wichtig für Fnatic-Confidence. Wichtig für Oskar. Hat er noch zwei Sits bekommen. Ich habe... Ich habe... Tut mir leid, ich habe nicht gefokust. Ich habe überhaupt eine Kacke gelab. Ich habe... Ich habe richtig hingeguckt, aber nicht hingeguckt. Jure, Technobrain mit 105 Euro? Ich habe auch ihm nicht zugehört. Es tut mir auch... Ach, tut mir leid, Bro. Ah, liebe Mann. Nie, wenn dir Kurs zu Spaß macht. Das ist viel zu viel Geld, Bro. Guck einfach gerne zu. Und genieße. Vielen lieben Dank für deinen Raid. Äh... Ach, oder? Vielen Dank, Mann. 105,39. Das ist auch ordentlich spezifisch. Das ist ordentlich spezifisch. Vielen Dank für den Raid. Ja, ey. Technobrain, Alter. Liebe für den Raid, Bro. Nein, Mann. Vielen Dank. Wenn der Kurs zu dir mehr wird, bietet deinem Leben dann Ehre. Ist der Jure und Vision, oder war das ein Augen-Bug? Das ist ein Augen-Bug, ne? Oh, der Engage kommt durch. Ja, aber die Ult sitzt nicht so toll, wie du es gerne hättest. Auch Demiru ist hier sehr tanky. Der ist aber noch nicht dead. Und wir haben ein Frame verloren. Ich habe lieber Riot Games. Dafür, dass wir ein Double-Kids gesehen haben. Ja, ich spür mal... Also, ich weiß nicht, warum wir jetzt ein Frame verloren haben. Das macht mich wieder traurig. Wo ich jetzt zurück? Oh, warte, warte. Nein, nein. Mervin. Mervin gegen Oskar. Who wins these? Oskar hat jetzt den Old-Vorteil, aber Mervin steckt sich hoch. Oh! Goal! Oskar Redemption Arc. Fnatic 8-0, baby. 4.000 Gold vorne. Snowball, die Scheiße. Kriegen noch Drake obendrauf. Actually, maybe not. Oskar, well played, Bro. Back to back. Mervin da auch komplett auf Messerschneide, auf der schärfsten Seite, die du spielen kannst. Die Schere würde da selbst ein Haar zertrennen, wenn du es drauflegst. Aber ja, die Schere ist doch nicht scharf genug, um Kessante zu zerschneiden. Border engage. Wir sehen es jetzt im Replay. Vielleicht ist der Frame Drop ja auch im echten Stream gewesen. Wenn wir jetzt nochmal einen Frame verdienen würden, würde ich mich echt sauer machen. Am Ende einfach Noah zu tanken, ne? Dieser Milio hielt alles entgegen. Und er hatte nicht mal Breath of Life. Und sobald er Breath of Life hat, nimmt er die AOE-Mauker und Hops, weil die sie sieht alle auf AOE-Level. Milio rettet alle auf AOE-Level. Also, das ist dann auch sehr entlastet für Kessante. Fnatic's Draft ist sehr hart zu spielen, wenn sie nicht von vorne agieren dürfen. Reign Champions haben immer Probleme zu facechecken und Büsche zu contesten, Areale einzunehmen, bla bla bla. Aber wenn sie halt selbst das Ariat schon eingenommen haben und der Gegner facecheckt muss, deutlich angenehmer zu spielen, ne? Deutlich, deutlich angenehmer. Und Lucian steht 3-0 hier. Vielleicht wird unser nächstes Lucian-Win in Europa passieren. Das wäre dann der erste Lucian, der gewinnt. Das würde mich freuen, wenn wir den in Europa haben. Auf 14.2, denn selbst Korea gewinnt ja nicht mit Lucian. Aber wenn wir jetzt zwei junge Koreaner in Europa und die spielen eine Lucian-Milio, vielleicht gewinnen ja die damit. Who knows? Huge, huge, huge. Tolkien, was ist deine Meinung zu... Snuzz by Stream? Äh, Snuzz? Das gab mal Top-Learn, der hieß. Ungefähr so. Aber was meinst du? Ich glaube, der hieß nicht Snuzz, der hieß... Wir vergessen, wer hieß. Was ist jetzt schon wieder los? Die Juna wird gefokust, der kriegt ein Reset auf die Bombe. Er wird geroutet. Schöne Twisted Advanced. Juna wird aber mit Mantra-W, ein Monster-Tank. Es wird angefasst von Alborno. Er wird hochgeworfen. Rocket Grab trifft, aber kein Follow-up-Damage. Erst jetzt ist Juna... Oh, er lebt immer noch! Ist Milio balanced? Milio ist balanced, oder was? Breath of Life und Schilde. Einfach zu uns zählen. Kose-Kämpfer auch. Wird Fnatic hier das Game zu Null gewinnen? Sind die Jungs sauer? Sind Favoriten heute? Wie gesagt, war mit Lions Koi im ersten Game extrem strong. Jetzt hier Fnatic aber mal aufspielen. 9 zu 0. Ocean Rack Secured Void-Grubbies abgegeben. Chat, wie ist eure Wahrnehmung? Wenn du Void-Grubs bekommst, aber kein Turm, kein Kill, kein Drake und kein Harald, kein Nash, ist es dann trotzdem Perfect Game, wenn du halt Void-Grubs hast. Weil eigentlich per Definition ist ja Void-Grubs das, was auf dem Scoreboard drauf ist. Und auf dem Scoreboard sind die Void-Grubs ja eigentlich nicht drauf. Aber jetzt ja irgendwie schon. Also müsst ihr entscheiden, Chat, ist das Perfect Game oder nicht? Wer Fnatic hier zu Null gewinnt? Ohne Turrets zu verlieren? Nur mit Void-Grubs gedroppt? You need to choose. Oh, wir haben nämlich Overlays im Overlay. Oh, Lucien hat... Hey, strong, ja. You are strong. Teleport is ready. Und das ganz oft. Ist kurz wieder Overlay ausgemacht worden, kommt bestimmt gleich zurück. Wir warten, Chat. Ist alles okay. It happens. Ah. Durch Leute, die da sind, machen einen tollen Job. Jetzt haben wir das alte Overlay, ohne Void-Grubs und ohne die CS-Anzeigen und so. Weil es andere Overlay zu spinnen scheint. So wie ich gehört hab, war der Dude, der dafür verantwortlich war, der ist jetzt leider nicht mehr bei Riot. Deswegen die Boys, die jetzt noch da sind und Ladies, tun echt das Beste. Also alle, die da sind, große Kompliment, dass die Liga trotzdem so geil weiterläuft. Trotz der Änderungen im Personal. Also, ne. Kann man auch mal den Leuten, die noch da sind, lieber da lassen, safe. Ey, deine Duck, Queen, Melly, Finalfinanz hat man. Liebe Harry, Liebe. Ja, Chat, ich bin auch mein... Was soll ich sagen? Was soll ich dazu sagen? What can I do? Die Leute, mit denen ich rede, haben doch damit auch nichts zu tun. Da müssen wir jetzt auch nicht... Also ja, es ist wo das ist. So. Wir haben einen sehr behaltenen Aphelios aus Sicht von Madeline's Koi. Eigentlich scannen sie gerade fürs nächste Game, sind wir mal ehrlich, Leute, ne? Das Game ist so rough. Es ist so... Raffi, McDarfi. Es ist so Raffi, McDarfi. Es ist so Raffi, McDarfi. Okay, was ist Control-6? Ist das das Emote? Das darfst du machen. Du darfst emoten. Eine Nikotin-Bombe. Ist das das mit dem Zahnfleisch? Oder ist das, was du hinterklebst? Ausgesprochen Snooze. Okay, okay. I didn't know. Ja, okay, ne. Sorry, Leute. Habe ich noch nie benutzt und noch nie geraucht. I don't know. Ich bin clean, Tolkien. In meinem Spiegel ist Wasser. 4 Monate Abo. Danke dir, True Samo GHG. Da rüber. Komm, Bergmann. Ne, habe ich noch nie gesehen. Noch nie gemacht. Keine Ahnung. Aber das ist doch dieses Kautabak-Ding. Da haben wir doch letztes erst drüber geredet mit irgendwem. Das ist irgendwie für Fußballer wir machen. Und dann... Oh, warte. Habe ich da on-stream oder off-stream? Oder war es off-stream? Weil mir fällt eine Story dazu ein. Aber ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf, weil ich nicht mehr weiß, wer die erzählt hat. Ich glaube, die war off-stream. Wer hat mir die erzählt? Aber war es on-stream? Naja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall werden die Spiele auch regelmäßig auf solche Sachen. Und dafür auch schon wieder Frame verloren. Ach du Scheiße. Trotz der Felicke in einer tollen Ausgangslage. Sie sind so weit vorne, dass sie eigentlich nichts mehr falsch machen können. Jeder Fall, den sie nehmen, ist nice. Das einzige, wovon man vielleicht aufbauen sollte, ist der Nash, der spawnt, ne? Der vielleicht im nächsten Spawner Nash ist gefährlich. Der nächste Nash ist sehr, sehr gefährlich. Ja, danke dir Gott, King Bart und The Death of Me und God of Darkness. In Valant wurde ein Pro Player dafür gepunished, weil er Snooze drin hatte, Tolkien. Okay, was war das Punishment und warum? Zählt das als Droge während des Games? Ich hätte gedacht, das zählt nicht als, also... Ist das denn Performance Enhanced? Also spielst du dadurch besser? Bist du aktiver? Denkst du mir... Also, keine Ahnung. Ist die einfach nur schlecht für dich? Es erhöht die Konstellation, really. Okay. Zählt als Doping. Dann ist natürlich fair, dass er gepanisch wurde. Of course. Competitive Integrity muss gewahrt werden. Und da ist Riot Games eigentlich sehr gut drin. Riot Games achtet extrem auf sowas. Mit allem möglichen Stuff. Nicht nur... Also, allen möglichen Cheating-Optionen. Fairness, Competitive, blablabla. Anyway, Fredrik hat den Drachen, den Heriot abgegeben. Das ist huge mit Lions Koi. Damit ist Perfect Game jetzt wirklich final vom Tisch. Mit Void, glaube ich, so ein Ding oben drauf. Ist nice. Und ebenfalls werden sie mit dem Turm... Er wird fast immer einen Turm bekommen können. Mervyn wird hier halt in. Und er wird in die Richtung von Human-Ord geschoben. Aber er hat Ghost. Er sollte rauskommen dürfen, oder? Er darf rauskommen. Schöner Side-Step auch. Aber er war eh immun. Jetzt in Gates plus dritte Ult von der Gwen. Nice! Shut down! Oh, Mervyn ist tot! Oh! Malignant-Proc von Human-Ord killt ihn, right? Mantra Q plus Malignant-Proc burnt und stürtet den guten alten Mervyn. Er kriegt den ersten Kill für sein Team. Aber er muss direkt das zeitliche segnen. Währenddessen holt Mad Lions nicht den Drachen, nicht den Top-Turm. Verlärte kriegt den Drachen und vielleicht sogar den Top-Turm geplasht hat. Trotzdem, Mad Lions Koi kann noch mal einen Play-Off setzen in Top-Lane. Denn sie haben Tele-Bolf-Werfer-Skobi. Das heißt, das ist der Play, oder? Human-Ord zieht sich zurück. Kein TP. Oh doch, ATP Top-Lane auf den Turm rauf. Da sie wird auf den Wartipin. Alvaro geht hooken. Und sie versuchen, Human-Ord zu killen. Wenn sie Human-Ord töten könnten, Bounty bekommen. Und dann Harrodspawn für den globalen Bounty. Kann man mit Lions Koi-Skans zurückspielen. Aber all das ist leicht für Fnatic zu unterbinden, indem sie einfach ihr Gehirn benutzen. Ob mit Snooze oder ohne. Kriegen sie auch ohne enhanzte Gehirnaktivität hin. Und wir haben sie. Es war überfällig. Ich habe mich nach Game 1 schon gefragt, wo sie bleibt. Die Fnatic-Pause, Baby. Es wurde tight. Sie wird eingeloggt. Von Riot Games. Fnatic-Pause. Und wir gehen rein. Nice. Stodong. Gerade was da vorgefallen ist. Ich kann auf meinen Discord gucken. Aber ich werde informieren, sobald ich mehr weiß, Chat. Pause ist natürlich ärgerlich. Aber it do be like that sometimes. Die Competitive Integrity muss gewahrt werden. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht werden wir gleich informiert. Fnatic-Pause-Hack. Wie immer. Strong. Die Kameramänner kommen näher. Film Noahs Gesicht. Look at him. Wer an die Kamera nickt. Und angrinst. Bist ja auch sehr stark auf dem Lucian. Lucian-Midio. Eine Kombination, die wir oft gesehen haben. Aber ohne dabei Support-Adams an Stärke verloren hat. Fnatic-Game-Pause-Hack. Insta-Winning-Every-Team-Fight. L9-Buck-Abuse. You will not quite if. Game-Break. Oh. Okay, sorry. Ich hätte schneller lesen können. Aber nicht, wenn ich laut lese. Sonst muss ich zu schnell lesen. Zu schnell reden. Schade. EU-Win-Streak. World-Exploit. Turbo-Boost. Illegal. Fnatic-Game-Pause-Hack. Insta-Winning-Every-Team-Fight. Ja. Pausen können Momentum töten. Das sehen wir immer wieder. Ja. Aber jetzt singen erstmal wieder ein paar Mad-Liance-Koll-Fans. Was machen die jetzt? Joa, die Spaner bringen eine Stimmung rein. Und auch vor allem auf eine angenehmere Art und Weise als die einige der K-Cop-Fans. Zumindest. Ja, nicht alle K-Cop-Fans. Aber einige K-Cop-Fans, ne? Was singen die Chat? Kann jemand Spanisch? Kann jemand Spanisch? Irgendwas mit Koi Kompana. Ist gar nicht übersteuert. Jetzt singen sie La-La-La. Ja, das hab ich auch verstanden. Das La-La-La. Und dann die Phenetik-Kurve. Warum? Die Phenetik-Kurve ist ja wie ein Kurier. Einfach 70% weiblich. Lol. Dabei spielt Racktas gar nicht mehr. Aber dafür Razzock. Und er hat auch blondierte Haare. Look at him. Mit seinen Augen. Und seinen Augenbrauen, Alter. No bad. Ja, ich hab keine Ahnung, warum gepaust das. Mir hat auch keiner geschrieben auf dem Discord. Also ich, ja. Wir haben vielleicht gleich... Gehen wir ins Game rein. Wenn ich schalte dich rüber zu reduzieren, dann werden die uns da, warum gepausiert wurde. Who knows? Mit seinen Augen und Augenbrauen. Das ist doch attraktiv, oder nicht? Augen und Augenbrauen. Hallo, schöner Mann. Zum 30. Mal 3. Was ist los? Ach, zum 30. Mal. Your Liebe, Bro. Danke dir auch mal, Lucas. Vielen Dank, Mann. Wenn du so Charaktere siehst wie Legolas. Der hat auch sehr helle Haare, aber extrem dunkle Augenbrauen. Weil es ihn irgendwie mehr assertive aussehen lässt. Dominanter, I guess. Und es soll attraktiv sein. Hab ich nicht erfunden. Hat Daenerys übrigens auch. Extremelle Haare, aber sehr dunkle Augenbrauen. Weil es irgendwie dieses so... Da gab es mal so eine Analyse von allen krass blonden Charakteren in möglichen Franchises. Und wenn ich mich richtig erinnere, war Lucius Malfoy einer der Einzigen, der es nicht hatte. Weil du mit ihm irgendwie keine Supertee aufbauen solltest oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie so eine komplette Reddit-Analyse von... Aber ja, Rasorgs Augenbrauen nicht bad bei hellen Haaren. Ist scheinbar meta. Ich hab's nicht erfunden. Ich hab bloß grob einen Reddit-Thread zitiert. Und jetzt sind wir auf einmal wieder in-game, baby. Let's go. Fennec, Pause zu Ende. Wir können mit Cringe-Themen aufhören. Und gehen zurück auf die Kluft der Athleten. Let's see what happens. Denn hier haben wir Action bei der Kluft. Und ehrlich gesagt, haben wir Action? Fennec gewinnt einfach, lol. Die einzige Frage ist halt wirklich, was macht mit Lions-Koi, mit dem Harald. Das ist ihr temporärer sechster Mann und ihr bestes Werkzeug, um vielleicht einen Drachen frei zu boxen, in den Turm zu nehmen und damit globale Bounties einzustreichen. Kein leichtes Unterfangen, wenn der Gegner fertig heißt mit auch viel Wave-Clear und guten Rotationen gerade. Denn sie covern sowohl die Board-Wave, Mid-Wave als auch Top-Lane. Rotieren zu Jumannort rein. Währenddessen covert Midner natürlich einfach Lucian alleine. Und Cassante ist Board-Lane nicht divebar, denn er ist Cassante. Aber jetzt kommt die Vier-Mann-Rotation, um Cassante tauchen zu gehen. Jumann hat Teleport-Ready. Er kann ihn also bewahren. Harry wird gespawnt und Oskar wird auf die Beine in die Hand. Er kann nicht wirklich sterben. Es wird eingestiegen und der Turm genommen. Gut von Wind-Lane-Skoi. Kein Fan von Fnatic, dass sie es nicht besser covern. Weil ja, sie kriegen Top-Lane-Turm und Mittel-Turrets. Es ist immer noch ein positiver Trade für Fnatic. Aber es ist ein Trade. Und von Ahead musst du oftmals nicht traden. Von Ahead kannst du einfach dominieren und dir Gegner einfach nichts erlauben. Natürlich trotzdem viel besser für Fnatic. Wir kriegen drei Turrets für zwei. Das ist nicht schlecht. Aber, ja. Mit Bounty obendrauf ist er trotzdem drei Turrets für zwei. nicht unbedingt so geil, right? Es ist immer noch Winning. Auch gerade für Kontrolle auf der Karte ist ja das Gold nicht so wichtig. Es geht ja mehr darum, dass auch die Türme weg sind und die Mini-Waves tiefer reingepusht werden können. Die Wards tiefer platziert werden dürfen und dass sie von Turrets aufgedeckt werden. Bla bla bla. Ähm, ja. Es ist nicht Terrible. Es ist komplett in Ordnung. Ey, danke dir Chazerim. Viel nachvollen jetzt hat man bekommen. Danke dir. Mit Lain-Turm. Auch noch mit Lain-Score. Mit Lain-Score. Ich krieg gerade drei Objective-Bow und die Spyder den Vierten noch obendrauf. Keisante wird weggehuckt, aber es ist Keisante. Willst du ihn wirklich auf deinem Körper raufhucken? Ich weiß ja nicht, ob das der Play ist. Ayoya muss sich opfern. Gut, wenn er schnell stirbt, aber Nash ist eh nicht am Leben. Ayoya muss rennen. Kann aber nicht. Face Rush reicht nicht aus. Keisante entführt ihn. Ich glaube, da hat Oskar auch gedacht, dass Ayoya noch Flash hatte. Weil Ayoya so an die Wand gelaufen ist. Sonst hätte er gar nicht ulpen müssen. Aber vielleicht wurde er bei KDR. Und das ist der vierte Bounty. Harrods. Zwei Bot-Turrets. Und mit dem Turm. Also vier globale Objective-Bounties. Mad-Lain-Score natürlich immer noch weit, weit behind. Aber wenn sie jetzt der Champions töten könnten, die auch noch Bounties wert sind. Wären sie back im Game. Also vier Objective-Bounties sind eine ganze Menge. Phanatic aus meiner Sicht mit zu vielen Trades, um das Game wirklich clean zu finishen. Mad-Lain-Score spielt wieder mit guten Makro-Elementen. Aber doch einfach die Stärke des Harrods. Der hat Push natürlich leichter gestaltet. Und Phanatic hat ganz bewusst getradet. Sie haben es ja nicht beantwortet. Sie wollten ja nicht. Sie wollten ja nicht traden. Sie wollten ja traden. Sie wollten ja nicht beantworten. Ey, danke auch an Luciana. Vielen Dank von den Zappern. Willkommen. Danke dir. Schöne Anwalt. Human-Leute kriegt ein Mantra durch. Julia hat keinen Flash. Der würde jedes Mal sterben. Oh, die Hook. Uh. Aber die Schilder sind ja gigantisch. Die Schilder sind ja riesig. Die sind huge. Huron ist auch einfach eiskalt geblieben. Wurdu guckt. Hat nicht gepanikt. Er wusste genau. Ich drücke Ult und dann E. Riesiger Movement Speed und Schild. Rennt raus. Frescovi durfte Grades überleben. Weil er dank des Bombenresets einen weiteren Rocket Grab hatte. Und konnte dementsprechend dem Enemy entgehen. Trotzdem mit Lineskoi ist sie deutlich besser im Game, als sie es sein sollten. Fnatic hier immer noch Hard Winning. Aber man sieht ein bisschen vielleicht die Schwäche der Draft. Sie sind nicht bereit nach vorne zu gehen mit mehreren Mann und waren mal wie gerade Zeit verloren. Ich habe das Gefühl, wenn ich... Oh, Alter. Leute. Das fuckt mich wirklich ab. Ich weiß nicht, wie das passiert, aber es fuckt mich ab. Dass wir immer wieder Frames skippen und dann Pause kriegen. Aminado noch. Können wir gleich versuchen in die Zukunft zu reisen zwischen den Games. Vielleicht hilft das. Ich habe das Gefühl, wenn ich zu weit hinten bin, haben wir diese Frame-Probleme. Aber ich kann im Clean-Feed ja auch nicht hin und her spulen. Ich weiß echt nicht, warum das so bad ist. Mein Einer-YouTube-Live-Steam funktioniert ein bisschen besser als das. Ich weiß nicht, wieso. Schöner Catch auf Humanoid, doch. Aber der ist so tanky. Milio-Heilung ist Mad-Lineskoi. Wie sind sie das Team, das Place findet, by the way? Jetzt sind sie immer wieder die Leute mit der Ansage, obwohl sie so verbeint sind. Und Humanoid ersmurft. Hat er noch mal einen Antrag? 600 Gold-Bounty für Blitzcrank. Das ist terrible für Mad-Lines. Trotzdem ein 1-2-Trade mit Bounty. Mervyn tippeet raus und sagt, tschüss Raskovi. Ich bin raus. Und er darf das machen, aber Noah ist jetzt im Flank. Keine Gwen mehr da. Noah. Er hängt super ab und super besterben. Er hat noch Ghost. Er hat noch Ghost. Meine Güte, Flash und Healer war es gar nicht niemals aus. Das ist wahrscheinlich eine Aufräume-Arbeit für Fnatic. Solo-Kill von Razog. Solo-Kill von Noah. Nash oben drauf. Das Game ist durch. Obwohl ich trotzdem sagen würde, mit Lines Koi sind kein Team, das langsam verlieren möchte. Und sie setzten Fnatic trotz riesiges Rolldefizit bla 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 unter Druck. Das finde ich geil. Also großes Kompliment an die Jungs, aber Fnatic ist schlichtweg besser dabei. Und dominiert gerade. Sehr, sehr stark von ihnen. Fnatic räumt auf. Weblight. Was rufen die? TSM ernsthaft? Nicht ernsthaft, oder? Hinsetzen. 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 Ja, maybe. Na, aber TSM ist doch so eine Cringe-Org. Würde ich niemals rufen. In meinem Leben nicht. Egal was für Memes. Oh, bitter natürlich hier. Das Blitzfaint das Gold bekommt aus Sicht von Mad Lions, aber auch Humanoid. So insane. Diese 3-Mann-Mantras. Er hat die ganze Zeit Reset auf Mantra deswegen, weil ja, wenn du mehr Chapits triffst, kriegst du halt weniger cool dann rauf. Humanoid hat da 2 Mantras in Folge gecued. No bad. Geil Aufräum, Robert von Fnatic. Humanoid wird da belohnt. Das war nicht mit Assists, aber dafür mit einem Nash oben drauf. Der Team ist so weit vorne. Fnatic gerade... Ich kann das nicht mehr. What is happening today? What is happening? Ne. Ich bin jetzt die Seed oder so. Ach, du heiliger Fistfight. Großer Jumpscare, muss ich sagen. Wenn ich diesen Bildschirm sehe, werde ich immer gejumpscared von meinen eigenen Tagen in der Produktion. Oh Mann, ey. So, jetzt Murdovin am Flanken und Mad Lions Coil. Das funktioniert niemals. Aber sie suchen nach Dingen. Und sie funktioniert halt niemals. Fertig ist zugefedert. Trotzdem werden sie unter Druck gesetzt. Aber sie antworten super. Fnatic draftet auch eher eine reaktive. Für Champions wie Karma, Midi und Cassante. Bist du sehr safe, wenn du angriffen wirst. Du schrillest dich halt gegenseitig. Rennst dich vor CC. Sehr geil von Fnatic gemacht. Gerade mit 4 Ranged Champions muss man auch so spielen. Da will ja niemand vorne stehen und den Gegner selbst engagen. Sondern im Gegenteil. Du willst ja auch rangen und peelen. Wenn du engaged wirst, dann kaltest du halt nach hinten. Das macht Fnatic gerade richtig gut. Damit gewinnen sie das Game. Recht dominant. Bisschen langsamer als gedacht persönlich. Ich hätte gedacht, sie kriegen mehr. Und früher. Mein Line Score hat durchaus Dinge freigespielt. Aber am Ende ist es immer noch ein Stomp. Den man ja ausspielen kann. Der Favorit. Klar Winning. Ich weiß nicht wirklich. Der Gwen Pick into Cassante ist nicht schlecht. Aber du wurdest gesolo-killt. Akali hat sehr gut geklappt. Na klar. Aber ich glaube, Oskar aus meiner POV ist ziemlich am anderen Performance zu dem, was er früher auch geleistet hat. Wenn du Cassante bannen könntest, könntest du Oskar auf jeden Fall ein wenig mehr entlösen. Der Champion ist schon sehr stark allgemein, Cassante. Schwer auf Cassante schwach zu sein. Und Oskar ist ein sehr guter Cassante Spieler. Der machte seinen Job gerade überragend. 4-1-3 mit einigen Solo-Kills in Lane. Und ja. Der wird nie wieder sterben, dieses Game. Er ist Full Tank. Danke dir, Actual Yuki, für den 26. Danke dir. Was bedeutet Front-to-Back-Spiel? Front-to-Back bedeutet, dass deine Champions, die viel Leben haben, viele Resistenzen haben, vorne stehen wollen. Und deine Champions mit viel Schaden und Damage hinten. Es gibt so Charaktere, wie beispielsweise in der letzten Runde Akali von Mervyn gespielt. Die greift die Backline an. Die spielt quasi einfach, die greift die Backline an. Aber wenn du Front-to-Back spielst, heißt das meistens, da steht jemand vor dir. Und du tötest einfach den ersten Gegnern, den du siehst, und beschützt dich gegenseitig. Während halt die Sin, Akali, Riven, solche Charaktere einfach die Backline angreifen würden und die Frontline ignorieren. So, jetzt wird hier Oskar natürlich einiges tanken. Aber es ist sehr, sehr schwer für Maokai irgendwas zu machen. Der Mad-Lion's Koi-Draft ist ja auch eine Front-to-Back-Draft. Du spielst Maokai mit Double-AD-Carry. Den Weg der LPL, den Weg Chinas, der halt normalerweise auch aufgehen kann, aber hier einfach auch übertrumpft wird. Du musst schlichtweg auch Front-to-Back spielen, aber du verlierst halt eben die PS-Department und im Tank-Department ebenfalls. Heißt Mad-Lion's Koi-Split-Busch sich ihre Vorteile. In dem Fall hat sich Mervyn da gerade eben den Top-Turm gegönnt. Mit Bounty oben drauf. Also der fünfte, ne der sechste globale Bounty für die Jungs von Mad-Lion's. Das ist stark. Aber trotzdem tropft er auf dem heißen Stein. Felix Gold-Lead wird größer. Wir waren bei 5K vor 3 Minuten, sind wir bei 7K. Trotzdem hält sich Mad-Lion's okay. Aber wir alle wissen, dass das Gang gleich zu Ende ist natürlich. Außer Fnatic trollt. Denn Felix Draft ist fehleranfällig. Es ist nicht leicht ein Game so zu finishen mit der Draft. Nur an einem einzigen Frontliner und den ganzen Enchant, dann Champion wie halt Karma, Milio und dann Carries wie Brand und Duschen. Aber mit dem Gold-Lead und dem Gold-Polster sehe ich da nicht viel Luft. Danke Molte und auch ein Moschino. Willkommen. Warum wird Gesante, wenn er so OP ist, fast nie gebannt? Bruder, ich habe keine Ahnung. Gesante hat absolut hohe Präsenz. Wir reden von mittlerweile glaube ich 75% Präsenz weltweit in allen Ligen. Also er ist fast jede Runde Pick-Bann. 3 von 4 Runden ist er gepickt. Er ist unglaublich stark jede Runde. Es gibt einige wenige Counterpicks, die aufgehen. Unter anderem der Garen von Adam. Aber ja, Gesante ist ja auch jede Runde broken. Also ich weiß nicht, warum mich niemand bannen möchte. Andere Traps sind vielleicht zu OP, aber nicht wirklich. Gesante ist auch OP. Wenn du ihn picken kannst, willst du ihn haben. Jetzt hier der Flank von Mervin. Er wird direkt herangezogen. Und aufgepasst, Milio ist gehuckt. Trotzdem Fnatic einfach zu reich. 1 für... Medlanski wird den Trade. 1 für 2. Die haben gerade von behind besser getradet. Wait, Fnatic. Na, man. Es ist immer noch zu gewonnen, um zu verlieren. Aber Fnatic endet nicht clean. Die spielen das nicht sauber runter. Mit dem Vorteil hätte ich mehr gedacht. Also, weiß ich nicht. Die Defense. Hinsetzen. TSM. Ja, nicht clean. Mervin wieder am Flanken. Also Mervin auf Akali und auf Gwen spielte halt den Backline Dive an. Natürlich Akali deutlich besser am Backline Dive als Gwen. Aber die Hook wurde geflasht von Razorg. Und dann kommt einfach Gwen von der Seite rein. Und das Wichtige ist wirklich, dass Milio hier gehuckt wird. Milio wird hier gehuckt. Und daraufhin hast du nicht wirklich viel Heilung in der Backline. Der wichtigste Heilungs-Enchanter fehlt. Du hast noch dein Schild-Enchanter in Karma. Aber Alvaro mit einem wichtigen, wichtigen Hook-Flash. Richtig sexy gemacht. Kriegt damit also den Kinn. Und am Ende Mervin tradet nochmal 900 Gold-Bounty auf den Lucien entgegen. Damit die erste Depp für die koreanischen Bot-Lane-Bros von Fnatic. Jun und Noah segnen das Zeitliche mit vielen Bounties und mit Lines-Koi. Damit wäre man happy, oder? Die Leute im Coaching sagen, okay, wir gewinnen jetzt. Aber der Goldie wird kleiner. Und du kriegst Minions. Du farmst Super-Versalien auf beiden Lanes. Du scalest sehr gut mit Double-AD-Carry. Und du hast später die besseren Frontliner. Felix sollte Schrohn den Sack langsam zumachen, wenn sie noch gewinnen wollen. Der Nash spätestens muss es sein. Du kannst den Nash benutzen, um zu baiten. Du kannst den Nash benutzen, um zu enden, wenn du ihn einfach machen darfst. Du hast gute Super-Versalien. Aber langsam ist nicht mehr lustig. Langsam ist jetzt auch mal ein bisschen besser das Game beenden. Langsam wird es schwer. Immer noch ein riesiger Vorteil. Der Nash ist, wenn du Nash kriegst, kannst du immer noch free enden und clean enden. Und ja, wenn das klappt, dann super. Aber mal gucken. Mal gucken. Ja, da kann ich auch nicht mutmaß, mein Freund. Das hat ja einfach keine Ahnung. Was wollte ich dir sagen? Ich kann dir sagen, das hat die LEC Berlin auf jeden Fall nicht entschieden. Alvaro wird jetzt noch weggeholtet. Fnatic geht für das cleane Finish Trust. Das war nie schlecht gemacht und schlecht geendet. Oh, warte. Mervyn? Hat er noch Ohm? Mervyn? Keine Holt mehr, ne? Oskar on Rampage. Elioja muss rennen. Aber ja, er wird runtergesprittet werden. Du gehst Mitte. Elioja wird sterben. Dann ist der erste respawnende Bro dabei. Alvaro und 10. Man fairerweise, du bist recht low, aber es ist ein Support. Fnatic wird also die Series ausgleichen. Mit einem sehr, sehr, sehr eindeutigen Game. Das Game war nie wirklich knapp. Trotzdem war es unsauber geendet. Aber... Mad Lions call mit positiven Akzenten definitiv. Fnatic deutlich besser in der zweiten Partie. Die early game haben sie durchgesnowballt. Wird noch langsamer als gedacht. Und damit wird es höchst interessant, wie Game 3 ausgeht. Dann hat Mad Lions ja wieder Side Selection. Können also ebenfalls wieder auf Blue Side gehen. Schon ein paar Make-up, auch gleich die Hook. Gigi in den Chat rein, Fnatic. Well done. Schönes Game. Wenn auch etwa... Also, ich wiederhole mich jetzt die ganze Zeit. Sie haben gewonnen. War dominant. Und damit holen sie sich den ersten Win hier. Musa Fnatics Draft erscheint mir aber durchaus angreifbar. Diese Art Draft mit Cassante als quasi primären Peeler im Gegen-für-Backline-Dive. Klar, wenn Dive-Backline schlechter. Aber Mervyn hat es ja trotzdem geschafft. Im Manchester ist doch mal Akali. Oder einen vergleichbaren ist Hessen in einer Position gedraftet, der Zugang finden kann. Dann kann das Game anders aussehen. Also Mervyn und die Boys von Fnatic sollten ja einige Ideen haben. Die sollten einige Ideen haben, die möglich sind. Mal gucken, ob sie welche finden. Masein Masein. Brand ist ein Problem? Brand ist D.P. Oh, ach krass! Ach krass! Wir sind hier, um zu sehen, ob vier Game-Arts zum Test stehen können. Ah! Hui, hui, hui! das ist ja krass alter oh mein gott ja mega gerne ach krass oh mein gott ist das perfekte timing chat oh mein gott oh es ist so beautiful oh mein gott ach krass ist das schön und zwar ich lese gerade in meinem whatsapp verlauf mit daniel bröckmann spontanen duokast ich habe gerade zeit also die restgames und daraufhin schreibe ich ja mega gerne aber wir müssen stehen weil ich keine zwei secret labs stühle habe und dann schreibt er ja dann los ich bin gleich da für 5 minuten ach krass der bröketon ist gleich da chat ach krass duokast für die letzten paar games also 3 stück noch bröketon duokast auch am freitag liebe dass er sich die zeit nimmt richtig cool freue mich extrem dass er bock hat ach krass direkt rumkommen rein da easy direkt rumkommen so ich bin kurz auf toilette bevor bröcki da ist ich glaube ich muss das ein bisschen sauber machen nicht dass ein bad noch im vizal da rumliegt das wäre nicht gut deswegen bin ich kurz wieder back in mir pause bis gleich ich mache werbung an aber wenn ihr keine werbung wollt dann ja müsst ihr es haben aber ihr verpasst eh nichts denn ihr seht gerade eh nur ein waterscreen bis gleich mit bröketon mir bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020 PESTE PIPPE 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 Dieses Wochenendeck, ich werd heute umziehen, aber dann hat heute ja die DC bis heute später. Deswegen konnt ich heute nicht umziehen. Der Dragdown, The Ghoul, danke für die Sassmann, willkommen. Es gibt nicht viel zu rüber reden über das Game, ne, also vom Snowball-Invent. Oh, Brück ist da, nice. Wir haben weg. Ich glaube, sie haben einen Schotdown auf den Humanoid, aber es gab leider den Blitzkranken, das war absolut tragisch. Sehr gut, das ist ein ikonisches MDK. Da kommt ein Punkt in der Zeit, wo man zuerst stoppen, League of Legends-Player zu werden und zuerst Bounty Hunters zu werden. Und man schaut einfach an die Schotdowns, und das ist dein nächstes Objektiv im Spiel. Das ist das, was hier passiert, weil du so weit hinter bist. Aber auch wenn das funktioniert für sie, in der großen Scheme der Teamfighten, und hier ist die Flank für Muric, für zum Beispiel, wo sie versuchen in von hinten zu kommen, ihr habt einfach nicht die Wolle zu tun mit Fnatic. Und ich denke, das Problem ist, dass du einfach ein Front-to-Back-Team-Composition versus eine Front-to-Back-Team-Composition. Und werfeuerns Carries sind mehr fed, die Tanks werden durch die Tanks quicker. Die Tanks werden dann tankier, und in der Ende, dein Team ist einfach zu gewinnen. Ja, wir haben es in der Beginn auch gesagt, dass du den Maokai zu locken, oder den Blitzkranken zu locken, aber wenn du in einer Situation bist, in der du so weit hinter bist, selbst wenn das passiert, wirst du auch nicht die Tanks töten, oder du wirst alle für ihn getötet. Also, ein bisschen riskierend in diesem Bereich. So, sie werden wahrscheinlich nicht das zurückgehen. So, hallo! Wo ist denn die Kamera? Da ist die Kamera! Hallo! Und ich habe mich beeilt, um den Draft hier nicht zu verpassen. Und dann habe ich die Rotten verpasst. Nee, das ist vom letzten Game. So, kein Schreif, das ist noch nichts verpasst. Du musst uns so hinstellen, dass du ein bisschen reinschützt. Wir haben schon mal von hier zusammen geklaßt, oder nicht? Ich muss mich noch hier ein bisschen hoch drehen. Das ist auch so eine ganz persönliche Nähe hier in der Kamera, muss man sagen, ne? Ja, das geht nicht anders. Ja. Es tut mir leid, aber es ist halt so. Ich kann dir nicht helfen. Es ist, was es ist. Was hast du in der Draft, Brücki, wenn du das so siehst? Welche Seite würdest du lieber spielen? Wenn du die Draft nur siehst. Einfach nur so instinktiv. So, als würde die Karo Nakamura eine Position sehen, und dann sagt er schnell. Ich habe nicht alles gesehen. Ja? Ich glaube, aus ADC Perspektive, finde ich den Redside Draft cooler. Ja. Safe. Einfach 4-Range Champions gegen Witzfänger und alles. Harte Greed. Ist auch eigentlich bei FedEx auch klar gewesen, dass sie es nicht wirklich so geil spielen wollten. Aber er ist jetzt nur noch nicht wahr, Chad. Und Nasa Brückis. Guck mal. Neue Chatter für Brücki. Direkt die Hose ausfordern. Ach, krass. Der Klassiker. Der Klassiker. Mit den Livern hier, ne? Geil. Leider haben wir noch im Cleanfield, Leute, kein Dingens. Ich weiß nicht, was angenehmer ist. Gar keinen Sound zu haben, oder deutsche Stimmen und englische Stimmen parallel zueinander. Ich finde immer, Duocast mit englischer Stimmen ist sehr anstrengend. Mhm. Zwei deutsche und dann drei englische Leute, die so anstrengend zu reden. Das ist safe anstrengend, ja. Wow. Aber normalen Sound gibt es trotzdem. Ingame ist alles gut. Ja. Bloß nicht für außerhalb des Games. Ja, Fanetik gegen Midlands Kors ein bisschen so die Storyline. Das krasseste Team, eines der krassen Teams Europas, so gegen den kompletten Newcomer. Ja. Hast Du dann Favoriten, oder sagst Du Dir ist eigentlich geil, wer gewinnt? Ich hab vor allem Midlands nicht erfolgt. Ich weiß nicht, wie gut die sind, oder wer sie gespielt haben. Deswegen wäre es für mich schwer zu sagen. Nasa Bröke und der objektiv bessere Torplane in einem Cast. Ich muss nicht so drüber reden, wenn Du willst. Achso. Der unterbrecht mich nur einfach bei SP. Kein Problem. Ähm. In Maryland ist es verbunden, einen Löwe mit ins Kino zu nähern. Ja. Ich finde die Jungs, was sind wir? Das ist Lower Brackets Sammys, das Game on Platz 3. I see. Der Gewinner ist Top 3 und spielt gegen BDS morgen. Und hast Du gesehen? Jenak spielt morgen. Adam ist... Moment. Das ist Spielplatz 3? Ja. Du tust im Finale? Ja. BDS wartet morgen. Wer hier gewinnt, ist Dritter. Also mindestens Dritter. Achso. Ich hab's falsch formuliert. Ist mein Final. Du bist mindestens Dritter, wenn Du heute gewinnst. Deine Verwirrung ist komplett. Got it, got it, got it. Und wir gehen rein, pickbandfasern, können wir eigentlich auch gleich die Dinge jetzt rüber wechseln, den anderen streamen. Das muss jetzt wahrscheinlich ein bisschen delayed, weil wir sonst... Ich kann mal in Zukunft reisen, aber das Problem ist, je weiter in Zukunft reisen, ist es mehr Problem, wenn dann vielleicht ingame. Äh, Phonetic aber, harte Favoriten, ne? Mit Freeze, ja. Mit Freeze Coach. Ich warte, jetzt sind wir in Zukunft angekommen. Wir sind leiser, machen sie Musik, glaube ich, im Game. Genau, wir haben jetzt sehr hohe Center-Priot gesehen, sehr hohe Karma-Priot gesehen, sehr hohe Karma-Priot. Wir haben Game 1 Jinx gesehen. Da hab ich auch sehr an dich denken müssen. Ja, ja. Aber sie konnte nicht spielen. Sie hat gegen Sau gespielt, gegen Braum und gegen Akali. Ja, gut, dann... Wen Autotext du? Na, Sonne. Ja, Braum, ja. Braum ein, ne? Und das war's. Ähm... TF, haben wir schon gesehen? Also, wurde er gepickt schon? Von Mervyn, aber nicht heute. Okay. Heute noch nicht. Ich würde mit Center for Speed Hardcore rechnen. Brandt war in beiden Games Turmobil von Razorg. Aber hat Game 1 trotzdem abgeben müssen. Jetzt hier Brandt waren mega nachvollziehbar. Ja. Joaquin, ein bisschen Leute euch stellen. Kein Problem. Ich hab was lauter... To be expected, ne? Kann hier gespielt werden auf ATX Speed und Poke. Super flexibler AD Carry Pick. Immer schon gewesen. Und aktuell sogar auf beidem stark. Ist richtig gut. Ja. Das Ding ist auch immer mit dem Charakter, ähm... war auch der Most Bad, der in der Liga. Und dein Ezreal, Bröki. Geh dir heute harte Botnet-Focus in Pick-Band-Phase? Äh... Das ist ja 14.2 und da ist er ja quasi gebufft auf... alle. Okay. Also er hat den Q's... Die haben ja quasi die Hälfte der Buffs wieder zurückgenommen, weil er so stark war. Und er wird auch hier gepickt. Da ist quasi der Q's improved. Besseres AD Scaling. Ulti hat besseres AD Scaling und mehr Base Damage, glaub ich, nicht gehabt. Und der W-Damage-Buff ist auch schon drauf. Also Ezreal ist eigentlich sehr, sehr stark auf dem Patch. Wundert mich fast, dass er so wenig gepickt wurde. Ist es dann Manamune Essence Reaver, äh... Navoris oder was ist es? Äh... Manche lassen sich wirklich Manamune weg. Okay. Weil die einfach so, so früh so ready sind, dass sie einfach sagen, okay, das ist jetzt ein Early-Game-Bulli statt einem, sagen wir mal Mid-Game-Champion. Verstanden, verstanden. Oh Leute, das fahrt mich extrem ab. Ich wechsle mal den Browser. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber es macht mich einfach mittlerweile ich kann ja nicht mehr. Ich mach mal ganz kurz den hier, dass ihr Brücke und mich Vollbild seht. Dann machen wir kurz das hier. Dann machen wir das. Dann gehen wir zurück in die Szene. Sekunde Chat, weil ich, ich hoffe einfach, dass es vielleicht was ändert, wenn ich das, wenn ich den Winkel hier anspiele. Beierst wenn ich Speed of Chojin. Speed of Chojin sehr, sehr gut. Äh... Aktuell übrigens auch noch stark, aber halt so ein dritte, vierter Item her. So, warte. There we go. Ich hoffe, dass die Bows, dass es was bringt. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es ja an mir. Weil das ist einfach anstrengend. Ich hoffe, ich klaff das. Alright. Wir sehen, Maokai ist hier... Kann man wahrscheinlich auch junglen, oder? Sogar? In den LEC Games? Auf jeden Fall. Nicht so, du bist ein hungriger Jungler. Vielleicht nicht schlecht. Ist primär gejunglet. Auch in Korea haben wir so Szijani getradet. Aber jetzt haben wir real Maokai Double Flexpick, wenn du so möchtest. Ah. Aber Wortlein, was da deine Expertise ist vom Nautilus Matchup? Ich glaube, ich hätte eigentlich lieber Maokai so von Gedanken her. Ja, Maokai ist safe. Also Maokai hat es vor Nachteile. Wenn Maokai W'd und Nautilus den Maokai hooken will, geht der hook durch auf den ADC. Weil Maokai nicht Targetable ist. Heißt, der ADC muss immer vorsichtig sein beim Follow-upen. Heißt, der weggewinnen. Die hooken lassen und dann einfach disengagen. Aber safe Rail Bout Lane, wenn wir ehrlich sind. Safe Rail Bout. Und Rail wird aber abgebrochen. Also es ist halt so... Hm. Also beide Matchups haben ihre Tücken. So, man kann aber beide Matchups easy spielen. Oh, God bless Cassantaban. God bless Finally Twitch. Ich hab darauf gewartet. Es wurde so Zeit, man. Letztlich. Es ist so ekelhaft. Und das hier bin ich nicht oft. Wir haben wieder drüber geredet. Nur El Joja spielt Alvan und... Und Sansara auch. Und Sansara. Aber der hat ja verloren damit. Hoffentlich kann hier El Joja gewinnen. Ich bin jetzt ganz ehrlich irgendwie... Ich will auch 5 Games haben. So wie immer als krasse Perspektive. Cooler für den Stream, cooler für mich zu kommentieren. Aber irgendwie... Dieser Underdog Server mit Lions holt mich halt extrem ab. So El Joja, der vor 2 Jahren selbst Rookie of the Split war. Und dann jetzt die Team, die das Team anleitet. Nachdem auch mehrmals bei Worlds dabei war. Vier junge Rookies. Mervin, Oskar, Rienin haben eine krasse Freundschaft miteinander. Seit 5 Jahren befreundet. Aber Oskar war immer unerreichbar für Mervin. Eine Liga weiter. Er war 2. Liga MVP. Oskar, äh... Oskar war 1. Liga MVP. Dann ist er in die MVP aufgestiegen. Dann war Oskar schon in die 10. Und hat er den endlich eingeholt. Und in Game 1 hat er ihn mega hart gedifft. Extrem hart tops genommen. In Game 2 wurde er Sobo-Kill von Oskar. Also haben sich gerade die Seiten überhast. Ist Fresco wie auch Spanier? Der ist Pole. Aber er versteht eigentlich Spanisch. Spricht aber nicht wirklich für Spanisch. Also 4 Spanier... Also sprechen die Englisch miteinander, oder? Die reden Englisch. Den Boys kommst du oft, ja. Mhm. Ja, ja, ja. Ey, liebe Jupiter für den Zappmann. Danke dir, Bro. Und wir sehen das, was das Copy-Pass dahergibt. Was die Ugolady hochgehalten hat. Nicht wahr, Chat? Wir sehen den Huay von Humanoid. Sehr, sehr gut auf dem Champion bisher gewesen. Und ich bin extrem gespannt darauf, wie er gegen Gages spielen sollte. Wenn wir gerade jetzt sehen in der L.E.C., ist er eigentlich immer Niski. Und der ist aber jetzt rausgeflogen gegen Fnatic. Ist es Top-Man-Barros? Ja. Das ist Mervins Top-Man-Barros, ja. Ist es ein Classic-Pick von ihm, ja? Er hat es schon gespielt in der L.E.C. Und er liebt die Champions-Serie, sagt er. Auf Top-Man. Okay. Und er spielt auf Warros und so. Ja, Phil ist nicht top schon gespielt. Der Typ ist, der ist am gucken. Also das ist das erste Mal, was wir sehen. Aber die Antwort mit Jays haben wir, glaube ich, auch schon mal erblickt. Und du wirst trotzdem lernig fest gebulliht. Also du gewinnst halt nicht. Eben. Also du gewinnst, also du brauchst ja einfach Hard-Winning im Early-Game speziell. Da kann halt ein Jays nicht gegenhalten eigentlich. Aber jetzt mit Game-Power-Spike zwei Items. Liebe. Ist Jays stärker? Ja. Problem bei Jays ist, bei zwei Items oftmals du gehst Eclipse und Humana im Juni. Du hast also nur Lethality bei zwei Items. Ja. Du kannst Opportunity für das Item gehen, aber es suckt. Und Mervyn spielt sogar oftmals Profane Udra, was auch suckt. Also ich bin vorher ein Fan des Varos allgemein. Ich glaube auch gerade mit dem Elioja. Enchanter Baum. Du hast genug Frontline, um zu spielen. Das ist, was ich bei Final Fantasy gerade kritisiert habe. Es war sehr schwer für die Leute, irgendwas zu feststecken ohne Kessanta und generell irgendwas zu machen. Aber hier in dem Game spezifisch, du hast halt ein Grakas Mitte. Du hast einen Northernist. Du hast Eivanderle schildet. Mit zwei AD carries of solo lanes oder AD carry on top lane spielbar. Und du kannst ja auch die Range beantworten theoretisch. Du hast ja mit Varos und mit Kaiser Möglichkeiten auf Range zu bleiben, ne? Ja. Also beide Teams können High Range spielen. Und ich weiß gar nicht, ob Phonetic das so mag. Also ob der Jays Pick wirklich was mag. Kommt auf andere, wie viele Ranger ausleben kann. Ich bin absolut bereit von Jays auch begeistert zu sein, wenn dann der Draft halt gut ankommt. Und es ist extrem auch kein Support geworden. Und Rail Jungle. Wo bin ich nicht gerechnet hab persönlich. So gerade so ein klassisches Wetter. Und ein Ivern macht Bäumen, Maok macht Büsch hin, Maok wirft Zappings rein. Ich glaube es ist deswegen vielleicht sinnvoll, weil Rail ja das Schild von Ivern wegnehmen kann mit dem Q. True. Und dann willst du lieber diese Fähigkeit halt immer haben, wo der Jungler etwas flexibler auf der Map hat. Und damit auch bei oben den Trades, mitte den Trades, egal wo du Gangst, du hast halt immer die Möglichkeit das Schild wegzunehmen. Und damit auch sehr viel Power von Ivern wegzunehmen. Denn ich mach mal jetzt so, dass wir ein bisschen ins Bild reinstechen, Brüge dich, aber ist halt ein Duocaster. Ist halt so in der Kamera, ne? Passt schon hoffentlich. Oh, oben rechts. Fizz 2 Level 1. Das ist wie beim Urf. Ja, wo ist die Kanone? Schöner E-Flash da von Frescovi. Jo muss direkt rausfaschen. Razog die Passive. Oh! Oh! Razog ist auf. Ist Razog geflasht? Noll! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die naughty Lebensort! Ey. Jetzt komplett wieder der Tat 3 hat das da da da. Oder die Spanier mit dem Auftakt cipi kill. Mich würde sehr interessieren wie viel Games gewonnen werden, wenn du 3 .0 n cluster liegt. Weil ich glaube du fühlt sich jetzt schon sehr sicher. Weißt du? Ja, du fühlt sich geil. Wollen wir auch mit Beinen der Kere engage und Erjoja. Ja, was ist überhaupt passiert? Razog hat hier noch Flash up, ist dann einfach zu dir drin. Und man kann den Damage nicht erwidern. Was real weird ist, weil du hast ja Ezreal normalerweise, ne? Aber einfach zu krass. Ich dachte, zwei ED-Carries und die Tempo und so, ne? Heute den Matchday. Und Kaiser auch ultra stark in dem Szenario. Ich glaube, Ferdinck macht heute den Matchday, aber ich werde immer eines Besseren belehnt von Midline-Score. Ich bin immer nicht Believer gewesen an sie. Und ich bin im Laufe der Zeit jetzt Believer geworden. Aber trotzdem ist Ferdinck heute Favorit, objektiv gesprochen. Sie haben auch gerade gestompt. Mervyn sieht irgendwie ein bisschen aus wie Ventair, ne? Oder? Mervyn. Warte ich auch, Digga, Zeit. Ich habe darüber geredet, Ejoja sieht richtig aus wie ein typischer Spanier. Und ich fand auch Mervyn sieht genauso aus wie Ventair. Also wirklich, so ein deutscher Top-Lainer. Aber er ist einfach ein spanischer Top-Lainer. Ist Kaiser nicht richtig bad im Moment? Kaiser ist für die meisten von uns sehr schlecht safe. Ihre Landing-Face ist nicht so stark. Aber gerade in so All-In-Lanes, gerade so Nautilus, vielleicht eine Leona sogar noch. Ist nicht schlecht, weil sie der Respect-Passive-Stacks halt immer noch drauf kriegt. Würde ich aber niemandem von euch empfehlen. Auswehrspieler Dukio. Der Jamskate immer noch insane. Und das, was ich jetzt später machen kann, ist krass. Aber die Landing-Face ist meistens zu anfällig und zu weak. Jetzt haben wir aber natürlich auch einen S-Rail gegen uns. Also gegen Mid-Lanes. Und die Lane ist eigentlich historisch gesehen immer sehr favorable gewesen für Kaiser. Kann man mitgeben, du triffst einen Random-Boids-Säger, also das ist tot. So war früher auch mal das Match-Up auch super unangenehm. Und als Top-Lain, wenn du warst bist mit dem extra-goldige Stack-Away, wird fast Angst, dass du gesololotet werden kannst, aber ausgabelt wird ihr von Rasorg beschützt. Trotzdem, also die ganzen auch negativen Summoner-Space, die man jetzt verloren hat, machen einen verschiedensten Lain angreifbar. Denn Elioja wird safe-call, wenn die das Opening hat Top-Lain-Dipen. Das hat er schon davor mit Merville getan. Jace ist auch sehr angreifbar. Rasorg covert das jetzt hier. Ich glaube, wir könnten uns einen kleinen Zweigen-Zeit-Skirmish haben für die Krabbe Top-Lain. Mal gucken. Ja, im Mitteln ist halt Range gegen Milimatch-Up, da weiß ich auch nicht, wie. Ich weiß nicht, wie stark Quay ist. Wir sehen den ersten Trade zwischen Rasorg und Elioja. Der scheint aber auch nicht gut zu laufen für Rasorg. Elioja hat ja einen Damage, das ist auch in Level 4, ne? Ja. Sleppt damit Elio ordentlich rein. Die Rasorg, was ich zurückziehen. Ich glaube, er muss hier fast... Er hat kein Fleisch, also er muss laufen, ne? Kein Rootko Nummer 2. Aber ja, keins Fissball für die Krabbe, sondern davor. Und jetzt Top-Lain wird der Dive angepinkt, finde ich geil. Und das war's eventuell mit Oskarini, ne? Ja, der Top-Lain Dive hat schon gecallt. Und jetzt weiß er auch ausgerechnet, was ihm gleich geblühen wird. Im wahrsten Sinne des Wortes geblühen. Und Elioja kommt um die Ecke. Geschlichen. Kriegt den... Oh, kriegt auch den Recon nicht mehr durch. Natürlich Flash hier verlieren. Oh, ist schwer, es wegzuflashen. Ich glaube, er ist tot. Er hat ihn einfach... Er hat ihn einfach... Er hat ihn einfach... Das ist einfach so okay. Der Baum. Der Baum. Das ist einfach gut von Mad Lines. Du hast Treasure-Top-Lain, du feilst für die Krabbe, du bist sogar Level-Ahead, weil Elioja schnell erklärt. Ich glaube, er hat auch den Clear-Trick gemacht, den uns Canyon damals gezeigt hat. Wo du quasi markierst das eine Camp, jumpst mit der Blaskon rüber, fliegst rüber und fliegst zurück. Weißt du, ob du's kennst? Bei Wölfen und Blubuff? Du machst Q auf das Camp, nimmst Blaskon, blastet das Camp und fliegst dann zu deiner Q hin und kannst beide sofort machen. Und dann bist du auch richtig schnell am Clear dabei. Ich weiß, ob er es gemacht hat, aber es geht auf jeden Fall. Und er ist ja Level 4 zu Level 3. Du zohnt resorgt, Dive Top-Lain, wo Mervin gestackt away fahrt, damit kommt mit Varos. Also er will ja obviously für Lain spielen. Geil, gut gespielt. Ja, richtig, nice. Auch wundervollig, also Rel wirkte jetzt in dem One-on-One-Match-Up sehr, sehr fucked. Und sie haben ja trotzdem Rel reingepickt, ne? Sogar. Sie haben ja Alvan gesehen, dann Rel als Antwort gedraftet und es wirkte jetzt nicht wie die beste Antwort. War natürlich flashlos, ohne Mitte-Priot, ohne, wahrscheinlich waren die Priots alles anders gelaufen. Nach dem 3-0 hart, ne? Der 3-0-Auftrag, wie du gesagt hast, fühlt sich so gern anzuspielen. Wenn du 3-0 startest, du alle Lanes, wie konntest du mit einem Longsword oder einem extra Pot, aber immer Top-Lain spielt sich von allein Bot-Lain auch im Early-Game in so einem kleiner Kill so viel wert, weil einfach so extra Sustain extrem hat reingekickt. Ich will lieber einen extra Pot haben als extra Longsword manchmal auf einigen Top-Lain-Match-Ups. So gut schon, Early. Ich finde es jetzt ultra schwer zu spielen, egal wo, wo Elioja mit dem Alvan ist, ist es sofort Kontrolle auch da. Befreit hier seinen Supporter, Alvaro kann romen, vielleicht kann man sogar mitte-diven, Jumen heute abholen. Jumen heute immer noch flashlos, wahrscheinlich auch gecallt und hier, wie er hat das mit einem Kill? Von Jumen kann auch nicht gegenschalten. Heftig. Game 2 war ein weggestompt von Mad Lions Koi, von Fanatic gegen Koi. Jetzt sind die Jungs komplett am Return das gefeilend. Da war es ein 10-0-Auftakt. Wie lief der erste Game? Das erste Game war sehr hart umkämpft, am Ende hat er fertig Nash geflippt, Nash verloren und dann waren sie erst mal nicht behind und dann hat Mad Lions Koi runtergesnowbollt und selbst besser Nash gemacht und so. Aber Game 1 war sehr knapp. Game 1 war sehr, sehr knapp. So, der andere Baum fuckt auch Menschen ab. Wir können also insgesamt sagen, Bäume sind sehr hasserfüllte kleine Kreaturen. Jupp. Hasse die Ends. Und ja, Astro hat sich für das Scaling-Build entschieden, hat die Träne geholt. Auch der Standard mittlerweile wieder, würde ich sagen. Aber gerade auf dem Patch habe ich gesehen, Leute auch ohne Träne spielen. Dann richtig so Essenstreiber, Navoris, Shoujin war da gut rein. So. Nächster Top-Man-Dive, maybe, aber der wird beantwortet und er ist einfach dead hier. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Das sind auch der Axel-Stacks, die weg sind. Er kann auch mal flashen, wenn er will, aber es wäre mehr verfahren als für alles andere. er fliegt. Oh mein! Oh mein! Oh! Das war so gut. Oh mein Gott, das Eiver-Knowledge, das zu spielen mit der Bush-Vision, die er selbst erschaffen hat. LOL! Oh mein Gott, der Baum. Das war ja insane. Der Baum-Experte, Alter. Das funktioniert so. Das ist so gut. Ich hätte nicht gewusst, dass es so geht, aber er hat sich die Vision in den Gegner geklaut und die Vision Pocket reingeflasht. Ja, das war richtig, richtig krass. Hier sehen wir es nochmal. Erstmal, Gut von Razog, das zu predikten hier. Da kommt er rein. Schön gespielt, auf Mechanically, Flash Q in, der ist jetzt jetzt 10. Und hier denkt man eigentlich, ja, safe ist der Tod. Ich sag so, oh, es geht direkt weiter. aber mit der Winning mit Lions-Koi, Razog ist auch noch der 6-0-Auftakt. WTF? Da wird er drei Boy-Grabbies bekommen. Well played. Puh, 3-0-3, da würde ich schon mal ein Jungle-Diff-Coin. Safe. Oh Mann, Alter. Ich finde es so geil, irgendwie, dass einfach der Jor, das hinbekommen hat, das so zu spielen. Ich finde, Burki, das ist beeindruckender als so mancher Jinx-Pentakill. Dieser Play. Ja, safe. Viele Jinx-Pentakills sind so, oder auch, keine Ahnung, andere Reset-Champions, Katharinen oder so, aber das hier war so gut. Weil so ein Champion-Specific ist. Das ist ja so richtig, wirklich geil. Da musst du eine Game in die ich gespielt habe, um zu wissen, wie die Vision da funktioniert. ein oder zwei Games vielleicht auch Alvan haben. jetzt mit Lions-Coin soweit vorne, können für Drake spielen, aber warum eigentlich? Gefühlt paft jetzt gleich wieder Jor an, auch er geht für Drake, oder? Ja, nimmt jeden Fall, den er haben möchte. Generell als Faustregel für euch, Chad, Alvan liebt es, Midichampions zu buffen, weil sie sein Schild mit Damage nach vorne tragen können. Tratsnäher ganz gerne gespielt mit Jax, Fiora, Klett, aber auch mit Jax, mitten in den guten alten G2 tragen, wo noch Trick gejungelt hat. Und sowas mit Kragas zu spielen, absolut sinnvoll, gefällt mir diese gute Kombination, gerade mit WADK, brauchst du noch ein bisschen Magic Damage. Oh, ein bisschen, klein wenig zu deep hier, June flasht auf ihn drauf und das ist jetzt endlich auch mal der Kill, aber, dann lässt sich hier nicht lumpen und holt sich den Counterkill, den Gegenkill. Oh, richtig. Und Trailer, am Ende 2 für 1 sogar. Super gut gespielt, Freskobik mit einer wunderschönen Gragas-Ulte in der Stelle, wurde übrigens auch gebaut in einer der letzten Patches, habe ich feststellen müssen, mehrfach. Wo es gewonnen ist? Nicht gewonnen, sondern der Speedwood gebuffelt. Ah, okay, okay. Und dann kannst du wieder gar nicht mehr tagstappen. Das ist schon sehr tricky. Ego-Ult-Flaschen in 14.3 oder wie ist das? Ich bin mal um 14.2 mit meinem Kopf, weil alles immer 14.2 ist. Der Rastbuff war, glaube ich, letzte Season sogar schon. Am Ende der letzten Season. Ach, dann rollst du gerade, das ist doch Standard. What do you mean? Hä? Hä? Ich dachte, du meinst du auf 14.3. Der Travel Speed, der Travel Speed ist... Ja, aber es ist schon seit Ewigkeiten dann so. Ich bin ständig in den Gegner tritt, weil ich immer versuche zu sidesteppen, wie die letzten 10 Jahre in den League, weil man fliegt dieses Ding instantly. Okay, verstanden, verstanden. Ihr fragt mal Razzak danach. Ja, dem geht es genauso. Hat er auch nicht wirklich Flash, hat er auch nicht Ready und der Juge ist auch von den beiden Double Kids Level 6 erst in Base geworden, mit Daisy wäre es mal anders gewesen, aber so hat der Razzak sogar den magnetstummen Vorteil. Trotzdem Vorteil auf der Fall für mal Deins Koi, obwohl wir damit kein Perfect Game mehr möglich haben. Denn Brückich hat dann entschieden, dass Volcrubbies nicht als Perfect Game zählen. Also wenn die da sind, dann ist es immer noch fein für Perfect Game, aber der Kill natürlich macht es unmöglich. Schade. Ja, oder? Das hätte so schön sein können. Tollt ehrlich. Karma schreibt Brückich, 0,5 Sekunden vom 0,55, das ist der Buff. Jo, aber spiel mal Eddie Carrey. 0,05 Sekunden. Das Ding fliegt so schnell. Du sagst mir, das fühlst du. 0,05. Bist du Faker oder was? Nee, aber ich bin, also erst mal bin ich älter geworden und dann ist es aber auch eine halbe, also nicht mal eine halbe Sekunde, sondern es ist schneller geworden. Ich spiel das. Ja, okay, ja. Safe. Faker sagt ja auch, er spielt Ping-Increment von bis zu 5 Minisekunden. Brückich ist der europäische, der deutsche Faker. Quasi. Ja, weiß man. Hustmormon wurde zustimmen. Hustmormon ist wieder da und er schreibt, Brückich hat recht, bin er jetzt gewundert. Wundert mich jetzt nicht. Mich auch nicht. Ja, siehst du, wie schnell die geflogen ist. Sie ist super schnell geflogen, Alter. Komplett einmal über die Karte rüber und dann in eine andere Richtung angekommen in die Ult. Junge ist die schnell. Also, Top-Man sieht echt cool aus für Oskarinen. Er hat richtig gute Zeit. Aber ihm geht es noch ein bisschen lauter. Ich glaube, es fallen. Vom Ulti, einfach mal weg, Marvin. Einfach mal weg, Ulti. Ach, krass. Ach, krass. So. Drei Leute rotieren in die Top-Man rein. Man hasst Oskarinen. Anscheinend. Ist was persönliches vorgefallen? Weißt du da mehr? Sie sind Freunde. Gewesen. Jetzt nicht mehr. Gewesen. Ja, wirklich. Das gehört der Vergangenheit an. Schöne Flash-Ult. Schöne Predigt noch auf dem Flash von Oskarinen. Richtig viel gemacht. Stabil. Und super. Kommt unten raus. Gegenplay von Fnatic damit nicht so gut beantwortet. Oh, 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 oh. Ui, ui, ui. Zum Glück, Kaiser, mit einem kleinen Arsch. Obwohl, das ist ein bisschen, wenn du scheiße die Arschbacken zusammen hast, Angst, dass er sich trifft. Ärgerlich. Gleich noch wirklich genau zugeben. Toll. Inhalt. Weiß wird gelaufen. Ich würde was zu trinken wollen. Du brauchst ein Glas Wasser. Ich würde Augenlas Wasser. Nee, deswegen, ich bringe die Eins. Ach so, das ist super. Ich habe die Eins. Das ist ja lieb. Ja, so. Neuer Matchaufbau, neuer Gameaufbau. Mad Lions sucht hier danach, den nächsten Drake zu contesten beziehungsweise zu spielen erst mal. Deswegen ist Alvaro jetzt ein bisschen lieb worden. Razorog wird jetzt quasi mit der Hand in der Kekstose erwischt beim Blue Buff. Aber Alvaro ist noch allein. Deswegen wird da nichts weiter passieren. Unten gibt es einen Out-Push und Oscar moved. Oben Marvin muss die Wave annehmen. Hat aber TP. Oscar moved auch nicht komplett durch für den Drake. Ich weiß nicht, ob er auch Phonetic den fighten sollte. Ich glaube, es wird wahrscheinlich eher in dem Fall Mad Lions snowballen hier. Mehr als alles andere. Ich sehe gerade nicht, wie Phonetic einen Fight gewinnen will. Du bist schon sehr OP, no? Nochmal mehr? Humanoid. So Spiral, Miss Bear und dann diese QW von Hawaii ist sehr, sehr stark. Ja, bestimmt. Aber kommt er dann durch die Iron-Childe durch? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wir sind doch gerade zu stark. Ich glaube, generell das Game ist Phonetic schon fast weggelaufen. Und Juno hat immer noch mit Most Damage spielt gegen Kragas. Er poked eine Menge, na klar. Aber ja, der Drake trotzdem an mit Lions Koi. Ist der erste Drake in der 13. Ist schon arg spät, wenn du das Game School gewinnen möchtest. Aber sind die Jungs weit entfernt. Aber so ein Standard-Ding mit Ivan, du kannst das ja auch nicht Solo und vor Level 6. Du brauchst Daisy, sonst bist du halt useless, ne? Ist halt so. Aber immerhin 6 beutlichen Grubbs gehen hier an Phonetic. Finde ich aber extra useless. Ja, okay. Wir haben ja keine einzige Winning Lane. Ja. Und wie du auch schon sagst, ich glaube, es fehlt einfach der Schaden am Ende. Wir haben jetzt drei Poke-Champs, keiner von denen ist stark. Am ehesten noch Ray. Wenn ich bei Super ist noch up. Oh, zu früh getenzt. Oh, das passiert im Besten. Ja, kein Captain Jack. Und hier gibt es eigentlich ein bisschen Counter-Bate für Phonetic. Aber die Frage ist, wie lang? Kragas mit einer schönen Combo auf die Gegner. Und alle sind da von Mad Lions beantworten. Wunderbar den TP-Play. Kraten aber immerhin zwei Leute. Nicht schlecht eigentlich von Phonetic trotzdem. Ja. Also der Fight selbst ist besser ausgegangen als auch, weil es der Fight sind, sollte auch, dass Noah überlebt hat. Über die Wand rüber geflasht, gedasht, mit gar kein Shifter hat dann super gekillt. Und wenn das eine Ult verfehlt, wenn das Schaden auf und damit ja, eigentlich du bist ja noch happy als Mad Lions, aber Phonetic ist auch mit so einem Trade sehr glücklich. Nur noch ein 1000 Gold Defizit. Klar nach. Und das nochmal doppelt defizit von Phonetic wie die AD-Karriere relativ schnell geholt. Auch der Supporter muss leider daran glauben. Und wie in der Fall ist Gobi gönnt sich den Kill auf den Off-Bass-Arienen. Marvin ist klar, um immer noch zu holen. Warum sagst du Marvin? Weil mir Mervin so zu kompliziert ist. Okay. Ja, Marvin wurde Mom genannt. Nice. Ich bin auch in der LCK-Spieler und der heißt einfach Peter. Der heißt auch immer Peter für mich. Geil. So, oder? Guter Name. Leichter zu Carsten als andere. Zum Beispiel, jetzt haben wir in Weibo Gaming haben wir jemanden, der heißt Xiao Hao und Xiao Hu. Und Xiao Hao heißt Klein und Gut. Ja. Und Xiao Hu heißt Kleiner Tiger. Ja. Und dann gibt es auch noch Xiao La Hu. Und das... Und dann kombinierst du das und hast du in der LEC Oh, warte, erstmal ist jetzt gleich Alvaro Dead. Ist das echt die Dead? Er hat noch ein Schiff von Alvaro obendrauf. Er lebt einfach. Er ist nett. Er wird rausgesnipen. Harald Bredd ist aber gestorben. Und dann in der LEC-Brücke. Oh, warte, Top-Man auch noch zu. Ein schöner Q-Flash hat during Strike. Super kann aber retten sich mit der Old-Killer-Instinkt. Und in der LEC, als er mit Lions gespielt hat, damals noch mit Kasi und Kaiser und die haben eine Runde Kaiser gespielt. Kasi, Kaiser, Kaiser. Weißt du, mich das getiltert hat? Ja, aber spielen sie ganzen Xiao-Hus in einem Team? Nein. Nein, Xiao-Hau und Xiao-Hus mit einem Team. Und Xiao-Hau spielt aber gegen sie. So, und in der LEC was genauso schlimm mit Kaiser, Kaiser, Kasi. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Ja, das ist gut. Ist so OP. Ich finde, diese Combo ist so broken. Spiring the Spare oben drauf, dann Q-W auf Max Reichweite, Savoring, macht er auch Execute Damage. Das braucht er deine Passive dann ebenfalls. All das progt an irgendeinem Punkt, je nachdem, wie du das 6, ja, ich schwöre, er hat gegen Rei geholtet. Mal gut. Mads throat hart, Mads hat jetzt einiges geworfen, klar, auf jeden Fall, durch verlorene Skirmish und Teamfights, aber ihre primären Carries sind noch so stark im Game, Varos und Gragas sind happy und Kaiser hat ein bisschen Weakster, verdammt gewesen. Jetzt ist die Frage, wenn du hier gebauntet wirst, das Problem, noch hat Mervin kein Flash, aber er ist so fucking fast, ich glaube, er tut einfach Mauke und kommt raus, oder? Ja, Marco droppt jetzt die Agro, oder? Ja, starke Spitz. Geiler davon schon. Aber er hat die Agro nicht gedoppt? doch hat er. Er hat die Agro gedoppt, zwar am Ende Varos Damage. Er hat die Agro gut gedoppt mit der W, Okay, dann war stark, ja. Und Oskar hat getankt. Hat sich geschafft. Nice gemacht. Ich habe gedacht, er kriegt vielleicht noch die Ult durch, tötet die jeden und Flash dann raus, weil Flash war so drei Sekunden, weißt du, was ich meine? Ja. Also ein Ticken mehr, wenn er Jax Q Flash bekommt, macht Jax Q keinen Schaden mehr, also die Melee Q kannst du ja sehr einfach flashen. Ich bin zwar bei dir übel gestroht, die haben Shutdowns aufgegeben, rechts und links, alle außer Fresko wird es das Point. Der Goldglied ist geschmolzen, der ist jetzt so ein Kargold nur noch. Ja. Nach dem sehr starken Start. Aber auf mich zukommen. Aber die grundsätzliche Wincon, wie du ja schon richtig gesagt hast, ist ja trotzdem noch enabled, also du hast ja trotzdem noch die Carries abseits von Kaiser jetzt, sind die Carries von Midlands ja trotzdem absolut hart im Game und der J ist immer noch komplett raus. Engage of Humor geht durch. Wichtig ist natürlich, dass man mit Carries dann auch spielt, weil hier haben sich einfach Ivan und Nausimus gedacht, ja, lass mal mitleinengagen. Das klappt so natürlich so nicht. Was Kovies auch noch reintipid macht an der Ende gar nichts. Muss die bei den Hand nehmen und Dropmaner für den Top-Turm, also Fnatic nimmt gerade wirklich den Weitwurf gerne entgegen, den Man-Line-Score an spielt. Bot-Turm wird sterben für Skovie, aber das ist gerade noch so vor dem Top-Turm-Erfragen aber gut, First-Turm ist eh schon dead, I guess das ist egal. Ja, die Spanier schwimmen hier so ein bisschen, zu viel Aggression an den falschen Stellen sind nicht geduldig genug für dich, würde ich mal so attestieren. Ich finde es mal in manchen Games, wenn du der Gegner throwt und kriegst Bounce und du hast Void-Grups, dann wirklich sie teilweise OP, weil du dann wirklich Tomo hitten kannst an irgendeinem Punkt und Noah Ezio bisher sehr gut, der mit hat auch gegen SK gewonnen als es Dual-Diver und Niski ist ja auch lokaliert auf seinem Twisted-Fate, der hat auch einfach Q-gemerkst, keine Ahnung wieso, aber ich, oh, ist tot, oder? Bomba, jetzt Kama noch im Chat drin, Bomba, ja, war nicht Bomba, aber war es, ja, da wird der Speed-Buff von der Ult wieder so wichtig, ja, das hat die Humor dann den Flash-Ramming gehabt, ne, wenn die Ult noch ein bisschen länger fliegt, oh man, aber ja, starke natürlich gespielt, kriegst du ja immer mit dem Gragas-Body-Slam oder der Ult halt die Kaiser-Markierung durch, kommt da dazu, Goldschit, dann merkt der Kiel trotzdem an, Fries-Kobi, der nach wie vor 5-0 steht, Dritter-Drake, und Shadowflame-Gragas, wait, ist der Zweite-Drake? Da ist der Zweite-Drake, Kama bist du noch im Chat drin? Ist Shadowflame gut hier auf Gragas, spielst du da wirklich für die Crit-Q oder was? Also ich hab noch nie Shadowflame-Gragas aktiv beobachtet, dass, dass, dass er, oh nein, nein, das wär's gewesen, oh, ist es teilweise so eine Schlammschlacht, dass du, ich mein, dass ich mir nicht richtig sicher bin, ja, aber nur, dass es jetzt Zweite-Drake ist, ich dachte, du hättest schon mehr gehabt? Ne, 12-Tunnel war der Erste, da bin ich auch drüber beschwert, ach krass, wegen so Ivan, noch nicht Daisy, ja, ich war's gerade wieder, hab ich wieder, krass gedacht, ja, fände ich geil, das machst du, ja, ist gut, so, das haben wir schon mal gesehen, Jun wieder, Jun wieder mit dem, mit dem Playoff Marvin, schon wieder, Jun wieder, schon wieder, ich fand's auch, okay, ich fand's so sehen, und diesmal der andere Approach, also er geht diesmal sofort mit der Video rein, und lässt Marvin weniger Counterplay, als beim ersten Mal, ja, was so richtig so ist natürlich, in dem Fall hat er glaube ich sogar geflasht weht, und Marvin hat in dem Fall Flash-Ready davor halt nicht, heißt, viel zu reagieren ist schwerer, wenn er selbst angeflasht wird, Mauke hält den fest, Jace hat Burst, und dann flasht er noch, aber du stupst am Ignite, oder halt an irgendeinem Jace-Spell hinterher geflogen, nice gemacht von Fnatic, die jetzt damit wieder fast Gold-Even sind, klar, Drachen behind, bla bla bla, aber wirklich, wenn ich jetzt nicht irgendwie ausgespielte Stärke sehe von Pokvarus und Gragas, die irgendwie, ja eigentlich, was ist jetzt die Synergie? Was ist die Synergie? Das würde ja so gut in die Synergie halt passen, jetzt haben wir so eine komische On-Head-Kaiser, Rassok dachte, er hat normalen Flash, aber er ist einfach, Rassok, oh mein Gott, ich setze nicht ganz ein Game, würde man sagen, unsere Region, Bröki, oh Mann, Alter, lieber Isaki, wenn du Unterhaltung dir Freude bringt, ist auch gerne, dass Bröki, einfach random vorbei, wie ist denn Alvaro übrigens, Level 7, und June Level 9, wo wir uns, der Top-Langer killt, die ganze Zeit, wirklich, voll für XP, wenn du da, ein High-Level Top-Langer killt, das ist insane für XP. Jetzt ist man natürlich auch niemand behind dafür in XP, also es ist einfach schon, es ist halt als Supporter, wenn du behind den Leveln, ist ultra schwer zu entgegen, es wird immer sofort tot. Aber Fresco ist nicht behind der Level, der will engage in der Flash, die gucken wir auf jeden, ist die Bombo-Combo-Ready, oh, entfächte ich jetzt noch zwei Mal, aber die Ultsetskudis sind, Jumann hat weggeworfen, Fresco wie Dead mit Bounty, 800 Gold um drauf, die Oscarine die einkassiert hat, jetzt wird trotzdem noch Chain of Cruption of Zard, die überfliegen, von Marvin richtig gut gelöst, weil der Start sah gar nicht so krass aus, Kragas hat zwar seine Winkung komplett gehittet, nein nicht, er hat nur eine Person getroffen mit E, er hat komplett getreut, hat er nicht beide, nein, zwar lauter des Schuld, zwar lauter des Schuld, er hat auch viel Damage gemacht, das fand ich mich sehr enttäuschend, fand ich auch, also, straight, ja, reingeflasht, er hat einen Carry und macht danach 0 Damage, war irgendwie für so Shadow Flame, Ludens Companion, 5-0 Kragas, hab ich gedacht, da wird jetzt richtig gebombat, ähm, da wird auch der letzte Shutdown tatsächlich rübergegangen, ne, ich glaube, bei den Goldtechnisch war es gar nicht so schlimm, die stehen auf jeden Fall wie die Hühner auf der Stange, alle auf einem, auf einem Fleck, beide Carries werden ins eigene Team genockt, aber, wenn hier diese Ulf von Marvin nicht trifft richtig, dann hat man hier vielleicht gar keinen, das war schon sehr, sehr close, Double Killer für Kaiser, die er aufräumen kann, über ihren DPS-Wert, nicht, wie sie gesagt, nicht für Poken entschieden, und jetzt ist die auch im Game, oh, guck mal, diese finale Dip da ganz unten, das ist schon, diese kleine Dip da hinten, so 239 Goal to the Fnatic, in der 20. so, aber zu wie fährt, 2,3k nur, das Maximum, ja, es war nie komplett insane, aber für einen 3-0 Start, wo du auch, gefühlt für Dive, Toplane spielst, du kriegst trotzdem auch Drachen, ja, schon ein wenig ärgerlich für Maddain's Koi, das Game ist also durchaus sehr, sehr evil, und ich würde fast argumentieren, die Reichweite ist Hardcore by Fnatic bei Jays, Azeroth und Hawaii, und die Engage und Absicherung, die Engage-Absicherung durch Mauka Rell ist ja auch da, also schon durchaus schwer zu spielen, in das Game für Maddain's Koi gerade, die Backline-Up ist quasi der Weg, gerade wenn die Rell-Gragas, müssen die Backline-Leiter an den Punkt, ist einfach so. Oh, ist gerutet zumindest, aber es hat keinen Vorlauf dazu, waren wir noch ein Zuert weg. Das Kobi in der Flanke, muss er auch suchen, die Flanke gerade war schon insane, hat er ohne TP gefunden, jetzt sieht man da keine Flash dazu, dabei, aber die Position, ja, nee, du musst wirklich die Backline hinten, mit Gragas ruten, am liebsten dann Kaiser, die isoliert, auf das weggerultete Ziel quasi kehren kann, ich glaube, dass der Weg mit nur den Fight gewinnen kannst, weil sonst wirst du arranged, meine Meinung. das war die, die, die beste Version von Kaiser, wenn der Fight ein bisschen gesplittet ist, das kann Gragas halt super gut erzeugen mit der Ult, ähm, ja. Ich glaube, Sonja ist ja vielleicht noch wichtig, für das Kurve, außer wir wirklich full, full Damage gehen, weil dieses Bild existiert für Gragas überhaupt. Alvaro ultet rein, das ist eine schöne Dredge, Depth Charge, die da reinhütet, sonst im Full Tank jetzt, denn der Packline fliegt der Baum mit daher, Redemption hittet vier Mann, aber Alvaro ist gerade noch so am Leben geblieben, noch eine weitere Hochdurchbekommen, dann mit 1, 2, 1 straight, Root Color finde ich ganz Noah, und jetzt wird gechased, oh, die Old ist böse, ist das geil, das Brett hat alles weg, das war stark, damit ist Phonetic am Drücker hier, wir haben einen Fight gewonnen, Drake ist in 24, ist dahin, ist Supporter wahrscheinlich schon wieder da, aber kann man den Drake contesten, ist die Frage, jetzt aus Sicht von Midlands. Jede Runde, sieht Hawaii so OPS fuck aus, wo ich ihn kommentiert sehe, Korea hat mir ganz am Anfang ein paar schlechte Games, aber jetzt, auch heute Korea war Strong of Hawaii, ist ja behind, aber dieser Slow auf gerade die Backline rauf, ist so stark, jetzt geht's, jetzt müssen wir Bait ein bisschen die Attention in die Richtung ziehen, aber damit ist auch das Contest vom Break auf jeden Fall, dann, ja, Jack ist gone, erster Break für Phonetic, und wieder ein Banger Game, genau wie Game 1, auf Augenhöhe, mittlerweile Oskar, insane gut im Game drin, riesiger Bounty, so war ich auch bei Noah, und ich weiß nicht wirklich, weil da haben wir gerade ein Format gesehen, wo Alvador sogar guten Engage hatte, Preskripten wir dann diesen Ult oben drauf, aber der Re-Engage und Dis-Engage war Phonetic, war so stark, so On, Mauchel, Rele, und am Ende ist es sogar Hawaii, der ebenfalls nochmal in einen riesigen Store eingreifen kann, ist echt schwer, irgendwie den Engage durchzukriegen, und wenn du nicht Engagen kannst, wirst du Arranged. Es fühlt sich nicht so, als würde man den eigenen Poke gut nutzen, beziehungsweise man hat ja zumindest den Baros, der gut poken kann, und man könnte den Gegner aus dem Poke ja shielden, trotzdem sucht man mit Lines lieber den Engage, und man hat halt keinen guten Follow-up auf den Engages geführt. Also man bekommt ja niemanden, also die Carries werden zwar gehittet von Spells, von Autos, Ult, und so weiter und so fort, aber die Carries droppen halt einfach. Jupp. Er geht besonders, wie du angesprochen hast, ne? Ich hoffe, es gibt damage, ist ja 120 AP. Das ist die Frage. Maybe gut. Gold, even und Drakes behind, aber erst mal 1000 Gold, Shutdown. Herr Brücken, du bist ja Experte für den Cast. Verstehst du Bounties? Weil ich bin ja auch Experte für den Cast, ich verstehe die nicht. Ach du, Bounties. Ja. Das ist doch wie so ein Thema. Da werden wir halt auch nicht drüber reden, ne? Muss man nicht, ne? Ja, aber ich verstehe den Unmut im Chat oder halt das Unverständnis, weil einfach, Bruder, ist das so fucking random. Gleich hat er sehr viele Kids in Folge gehalten und überhaupt will das Gold im Spiel, das, ne? Wollen sie halt. Du bist 185 Gold für der Kaiser, die ist auch sehr wichtig für das Spiel. In dem Game ist es echt weird, ne? Es ist sehr oft weird in letzter Zeit. Es ist letztens öfter so als früher. Irgendwie wahrscheinlich werden Void Clubs extrem krass verwertet für irgendeine Rechnung, die davor halt nicht da waren. Weitlich ist ein Void Clubs, wirklich geiler Catch. Das ist insane. 9er Gold einfach gedruckt und der ist tot für den Nash Fight. Ich würde jetzt noch in den Fight nehmen, du hast noch Nortus zu turnen. Oh, aufgepasst. Traga ist keine Ult mehr, aber Nortus lebt immer noch. Kommt ja auch auf den Traga ist auf, 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 äh, es will durch. Das ist so wichtig. Und die Ult von, äh, Humanis hat gelegt. Die Stoke von Alvaro, so wichtig. Back-to-Back-Engagement im Ende der Sonne ist auch huge von Frisco wie sein Shattered-Arm-Gas und damit kriegt im Ant-Lions niemals das Nashorn, aber sie töten zwei Leute und einer davon weil 9,00 Gold wert und sie wollen vielleicht trotzdem na, 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 na. Ist das jetzt Zeit für Nash? Nein. Ich würde, ich würde nicht nash gehen. Ja, ich würde nicht nash gehen. Du hast Pogba aus. Aber du hast die Kaiser auch noch die Full-Leute. True, aber es ist am Ende maximal 50-50 gegen Flash Ray, so. Gegner respawnt immerhin auch mit Teleports. Ja, spielt safe. Da lief sehr viel sehr, sehr gut für Mad-Lions. Ich fand schon den ersten Engage würde ich gerne fast den Blutler sehen fand ich insane weil sie gehen quasi zu dritt für Nash und dann ist die Person die ja quasi im eigenen Bot-Side-Jungle ist Oskar in dem Fall wieder zu Moven und erwartet halt null den ADC und den Mid-Laner die sie da trappen richtig guter Bait da würden, glaube ich ich glaube, da würden sehr, sehr viele Spieler getrappt werden in der gleichen Situation und danach gibt es sogar noch einen Teamfight wo wirklich alles für Mad-Lions trifft und nicht so viel für Fnatic und damit kann man sich wieder goldtechnisch absetzen, ja Sogar das Ezreal sagt dem Catch aber jetzt ist gerade von 450 auf 650 gesprungen Verstehe, den muss man auch anerkennen Frescovi hat den Oh, Frescovi wieder mit Flash auch in einer richtig geilen Position Oh, stark er muss nicht mehr flashen Jetzt wird er schön gelöst Super überlebt 1-2-1 Oh, das bleibt Schöner Sniper Peace thing auch in die Backline die Ohl wird auch noch geflasht Wow Jetzt Nason Nason trotzdem machen du bist über Zeit beide Käris Trug bei Fnatic Jace hat nicht so viel der Match und wenn du Schilde gut benutzt, kann man den Poke abfangen Wir kennen die richtig gute Spiels hier auch von Marvin die Ulti jetzt einzuflashen Weckes Snipe gibt die Range ausnutzen und die anderen machen mit machen bei Nash das wäre ein bisschen der Play auch das genau machen sie aus Machen vor versucht er hier den anderen zu setzen wenn man allerdings keinen trifft ist es halt wie gesagt das 50-50 was ich schon angesprochen hat das auch wenn er trifft so lange er auch nicht tötet ist es egal immer 50-50 Rassok wird gesowned von Nortelis an der Wand by the way wie hat er das gemacht ohne Oldbrookiton ich hab's auch nicht gesinnt er hat's wiederholt er hat's wiederholt er hat's wiederholt ok trotzdem geil sehr stark getimed super wichtig war dann etwas weniger in 50-50 und hier sehen wir das nochmal die Position aus Redside Sicht ist halt sie sehen einfach klar das nicht richtig gute Old Traffiton sie fliegt schneller chat sie fliegt gefährlich schnell und hier ist halt Alvan einfach auch insane unten super geht full life raus und hier sehen wir noch mal ein guter mechanischer Versuch von Marvin die Old um den Frontend rum zu circlen mit dem Flash die Old eingeflasht und hier Human ohne Flash in der Midlane fast ein bisschen cocky overaggressive ambitioniert nuttig würde ich sagen nuttig das musst du mir erklären das Adjektiv in dem Kontext ne möchte ich jetzt was sagen ok ich akzeptiere es mit Lions das Nassau das erste erlegt und wenn sie jetzt Titan spielen dürfen das hat ihr Play gerade Gragas Kaiser lieben es rein zu rotieren Gragas kann als einzige mit den verweilen wenn man rotieren Topland rein das ist ein wichtiger Turm am Leben und da ist auch unfassbar safe in der Mitte Flashingage von Razok wird die Q treffen nein Flash von ihr rettet ihn bewahrt in das Leben dann ist ein super rotiert jetzt dazu aber super könnte auch Topland pushen ne er hat eine gute Wave aber man will den Fight nehmen ne er tritt wiederum haben die Wave spielen Nash besser für dich das ist auch einfacher für den Flank zu finden beziehungsweise einfach den Flank androhen dann kann man wahrscheinlich auch Toto tippen das ist ein bisschen cooler zu spielen aus Teufel draußen halt Force ja hier auch eine coole Position von Varus kann getroffen der Flashingage von Rell ist ja schon vorher raus gewesen das heißt man ist auch in Gefahr hier in Gage zu werden also ganz locker hier für den Tower spielen Step by Step dann sollte man auch kriegen wenn das mal da Fresco auf der mittleren Linie Pusher auch die Wave rein und ja ich denke vielleicht wird den Topland zu surrendern ja einfach es wird kein Nash wenn er hätte wenn er auch schon tot dann wäre es richtig gut aber gar es wird der beste Champions für Sideland und für Midland weil das der Top der halt Baross ist ne ist ja kein typischer Jaxx oder so der Save there aufside und eine schlecht gegen der Tor mit und wird auch noch fein mit Lines Coy generell unser Rookie Team mit tollen Fundamentals und die spielen die Mapps schlecht gerade mit dem Porter den sie jetzt erst mal aufbauen dürften dem Land Game und jetzt will natürlich auch rein und ausnutzen der supporter wird mit den Schillen zum Alvang gibt die später das noch er spielt das Brück er noch Tänkler ich habe schon letzte Woche gesehen ging es gerade spiel das noch unterschreibt mal nicht aber er trifft nicht er spielt doch kein career warte mal irgendwie schon aber irgendwie auch nicht und ihr musst ihr durch die schuldige schilder arbeiten gerade ist ein timing von einem Schild auf super dadurch sofort geplatzt aber mehr kriegen sie nicht nicht not bad not mitte der tower gefallen wenn ich es richtig sehe an minions also sehr guter play sehr gut ausgenutzt in Baron ich bin so insane beeindruckt von Madeline score wir Leute wie Jankos sagen KCOP ist eines der schlechtesten Teams das EDC jemals hatte you masters ist nichts wert die gewinnen es vier mal aber sie steigen auf und diese jungs haben nicht gewonnen sie waren nicht champion und sie sind auf einem lc level so gut angekommen dass jetzt wenn sie das hier holen das game noch 1 mindestens dritter sind und vielleicht sogar wenn sie morgen gegen BDS spielen im finale stehen würden crazy geil und richtig heftig und hier sieht man bei super läuft er war jetzt der Schild aus und dann gibt es den Burst von Asriel 1000 Gold für ihn ein schöner Flash auch noch als Reaktion und hier trifft Noah einfach nicht mehr Gutes Movement natürlich aber auch von Mad Lions in der Stelle und ja dann ist rough geworden für Fnatic die jetzt den Ritten Break auch abgeben müssen super ist richtig mächtig das Gute ist geil habe ich lange nicht auf Geister gesehen das ist ein starkes Finisher Item ich bin immer unglücklich in welchen Champions Spiele der Lifesteal hat im Item aber so viel Magic Damage macht weißt du weil das Sünder geht ja überhaupt nicht true bei Varus oder bei Trusted Felgen das gleiche Problem das Bild muss man sagen das script Bild ist sowieso nicht so also greift sowieso nicht so viele Spells ab die nur als schutz für super aber wenn es spielen kann ist richtig geil der slow ist ja auch insane wenn es explodiert und du kommst an schlug bruder schaden nicht ganz so gut hab ich gar nicht gesehen Alter das ist ein Kaiserschild plus Ivan ist ja riesig ist eine halbe Shenhold nur eine ganze So Point erreicht für med Lion's Koi aber natürlich noch das Game wird sich Erich und Nash bewegen keine beiden Teams werden wirklich für Seele warten können oder wollen fertig muss contest und ich bin nach wie vor Fan von FedEx im Late Game weil gefühlt sie outrangen können und wenn sie vorher mit Zaplings Pressure aufbauen lasse ich Hawaii gerne zaubern Er zaubert auch gar nicht schlecht aber der Rest des Teams fehlt so ein bisschen Noah hat noch ordentlich damage aber zum Oscar in dem ganzen game auch kein kleins und kein Ei war er könnte jetzt tp flank von scoge let him cook und jetzt kann man auch er hat aber zum besonders gebaut wenn es nicht ist in zählen spiel ist so gut ist fast nicht werden sehr schwer zu können für die Leute hier auch flash benutzt aber halt ja gespielt fresco wie ein playmaker der solche winkel immer wieder findet und das freisch hatte für super der die kaiser aktiviert hat ihn jetzt auch über die zählen soll genauso wird zusammen haben als die carry du machst du den job den du machen musst macht der super aber fresco wie ist auf jeden Fall der man der stunde polnischer felker polnischer felker was cool aber muss trinkt man der frisur wechseln die geht gar nicht klar wirklich nicht ist so kurvus koppos netz ultimativer schul wahnsinn weißt du ich sitze im glashaus und werfen steins sorry ich kann so einen geilen bart haben wie du brüchig ich stehe davon auch so illegal mit lions koi kurz davor 2 zu gegen fanatic wo sind wir hingekommen brüchig ja weiß ich nicht musst du erzählen das wahrscheinlich der krassesten budget rost oh john geht rein aber jules ist auch straight tot oder was kaiser ultray kaiser will und jetzt kaiser kommt nicht ran so viel geschildert gegen nines überlebt das jetzt noch redemption und ist sauber ist die kasse nicht halten juna lebt noch nur ebenfalls aber sind alleine gegen eine basalien wave von vier mann die löwen sind aber irgendwie auch fische mad lines die hook ist egal ja round games muss man nicht fixen das game nö oh way muss man auch nicht fixen holy shit oh my god super den rest der welt aber wird er nicht mehr spielen solokübel reingehen aber hier sagt er sich wahrscheinlich auch ne schaffern muss nicht zum zwingen in den drachen werfen heftig also was hier gerade passiert value also wir haben redemption gesehen ganz die full life alle denken game is over und dann kommt eine human combo ich glaube sogar ohne old drei spieler sind tot so wenn wir mal engage hier erstmal gehen auf der yoja hinten human ziemlich low wenn Marvin da für den kühl schaut ist vielleicht noch ein bisschen besser da fehlt ein bisschen der schaden von super dann auch der fokus human mist ult da an dem punkt sieht einfach game over aus alle full live wenn die langsam spielen ist auch schild ist das aber man will vielleicht auch ein bisschen zu viel auf einmal engage hinter dem tower da kann aber super verfolgen und dann kommt diese aoe combo wo ich nicht sagen wo die dammit auch heck an qe ee plus passive frog und horizon focus und stress also fisch das qe dann kiefer ist ee und dann die passive und so drauf da sieht man auch team last fight in ja diese krasse aoe combo ohne wie gesagt macht er so viel schaden jetzt ist du oder die beiden angreifbaren champions durchaus noah wiederum wirkt über jeden time an spay frau bin jetzt in respawn also mittel ist fast egal fälle kann ihr wenn sie die serie verteilt kriegen es werden zählen fresco wie wieder der man ist wirklich behind enemy lines lines als wäre er mit kühlen unterwegs kriegt dann wieder ein flank oh mein gott aber wie kriegt er das back to back to back to back frisk obi du genius gras und währenddessen den vier mann drin der ist dead und ja grager stirbt nach sonne er hat ja vorher schon in a while getötet mega worth res kobi also wenn es in europa wie korea pg würde ich kann jetzt noah noch mal zaubern ich glaube er nicht er kann zaubern top ist erstmal down aber super hat ihn genau warte ist auch oder super 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 im net game mit zwei support genau zu much triple kill dafür super und chat gg reinschreiben mit lines koi 2 1 krippe und ist sehr krass gespielt fresco wie für mich mvp aus dem game mega geil gespielt den draft fand ich auch übertrieben schlau also ich fand richtig sick dass man gesagt hat ich kenne den kaiser kaiser ist gut mit kragas wir können hier wahren in top setzen und haben eine coole wincon und ja und die wincon ist mega aufgegangen also das ist auch immer in jedem fall das geschafft haben zu spielen bis auf den letzten ball da brauchst du gar nicht ne ja wirklich sehr beeindruckende performance und pulki würdest sagen du bist die kaiser machen das nach also super ist wahrscheinlich auch ü30 deswegen ist kein problem ich glaube ich auch nicht so alt aber who knows ey war doder man vielen dank für die 10 liebe vielen 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 dank pulki ist leise ich rede laut als pulki aber ich versuche zu ihm zu schieben seit ja ich habe mir angewöhnt leise zu sprechen weil mein nachbarn in einer hose an so sich beschweren sonst weißt du wirklich wenn ich so laut sprechen wie du dann würden die wahrscheinlich mir den kopf abpacken wirklich ich hoffe in meinem neuen wohnung wird das kein problem sein weiß man vorher nicht ne das könnte echt schlecht sein wenn sich jemand beschwert weil ich rede schon laut ja du hast halt das macht mir angst jetzt auf einmal wenn du so redest die meinte aber man hört nichts in alle richtungen meine neue nachbarin sie meinte aber man hört wenn jemand läuft also mein laufband wird schwer vielleicht mal gucken wenn ich reden bin happy wenn nicht sich einmal wieder zurück nein okay deine prediction das nächste game also glaubst du medlein ist einfach besser blues hat drei wins ich weiß nicht ob die kammer so wichtig ist letzte runde war der charakter gebannt ich muss sagen ich weiß was was passiert ist aber ich bin mich persönlich freue aber warum ist Adam raus ist noch nicht bekannt haben wieder wie die es noch er announced ich finde aber so in der situation als teammate motiviert zu sein weißt du wenn du in letzten beiden series dann verliere ein teil deines s laden ab das ja ist definierend funktioniert das schon sehr scheiße ja du musst vieles umstellen gerade bei so einem spieler der so besonders ist wie Adam ja ganz genau auch gerade wenn halt weiß nicht also es ist ein letztes series vorher und mir tut es für alle leid leid weil das ist ein Spielertalent das arbeitet nur auf solche Momente hin und dann wird der weggenommen aus Grund von welchen Baktor auch immer hoffentlich geht es in der Familie gut meistens ist so ein jemals mit laner und ich glaube wir können mithalten glaubst du nicht war schlecht das Merve ich glaube es könnte besser als oscar sein aber ich habe ehrlich gesagt nicht ein einziges game LFL geguckt ich weiß nur noch von SK zeiten in der prime league und LEC ich fand immer ich habe viel LEC geschaut LFL sowieso ich weiß wie der aktuell spielt in der LEC war nie der spieler der für mich gewinnen kann und da seht ihr gerade auf dem screen gegen oscar saß bisher auch mal gut aus oscar dieses game nicht unsichtbar war riesiger bounty jetzt einmal gestorben ist weil nie wieder im game back und was ist rasant da so kleine keks weißt du was snooze das bulgye ne snooze ne ich kenne so snooze 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 er kenne auch nicht ich auch nicht snooze ist wohl so ein tabak an die zähne klebst und nikotilfleisch zu kriegen ja was ist das denn ja und es ist wohl ein bad spieler gepanischt worden deswegen weil er das genommen hat oder ist mega widerlich das ist absolut das was ich kenne ist so Schnupftabak also früher von der Miene von der Arbeit von der Miene erzähl weil nämlich du hast der unten ist dreckig und die luft ist staubig weißt du hast die nase voll mit kohle oder staub bruder das ist so dann nimmst du halt so schnuppftabak und ziehst das durch die nase und rotz das raus damit du machen kannst hast hast du oft machen in der miene damals nicht müssen aber ist auf jeden Fall angenehmer du bist ein das ist so krass dass du mal so so viele streamer wie auch ich haben nie wirklich so gearbeitet weißt du das ist crazy und der player war auch crazy 50 jahre der player mehr crazy das war krass in der miene unter tage schnuppftabak zum atmen benutzt ist es true dass du hast so ein wellensittich um zu gucken ob genug luft hast der zuerst sterben muss hast du was noch erlebt das war wahrscheinlich aber auch vor 100 die armen also die armen wütend scheiße hast du schon verrückt ich muss laut machen wir wollen interview hören wir wirklich schauen um die Perspektive wie wir in den Spielsachen und die Anfänger zwischen den Spielsachen spielen wir spielen ohne Angst und ihre Fehler machen die die machen ich Oskar ist mein Freund aus dem Spiel Es ist immer so toll, zu spielen zu ihm. Ich respektiere ihn viel. Ich denke, er ist nicht auf seinem besten Level. Ich denke, er spielt meistens auf einem viel höheren Level. Ich möchte ihn auf diesem Level sehen und sehen, wer besser ist. Ich denke, das ist unsere Rivalry. Wir wollen immer besser sein als die anderen. Das wird wirklich Hype. Erwin hat jetzt endlich seinen alten Rivalen eingeholt und bisher weniger Games abgeliefert. Mit seinen ganz eigenen Stärken und ganz eigenen Schwächen, aber bisher waren seine Stärken überragend. Im Game 1 musste er mit seiner Kale, das war jetzt diesmal Frescovis Job. Und es spielen so wenige Leute in der L.C. solche Charaktere. Wir sehen sehr selten Assassins, die so eine Verantwortung übernehmen können. Meistens so Frontalback, Kawhi, Azir. Es ist einfach cool, wenn ein junger Spieler wie Frescovi oder Mervyn sagt, ich übernehme die Verantwortung, ich mache den Play, ich spiele was Besonderes. Und wenn es klappt, macht Geiler. Ganz genau. Ja, es war crazy. Für mich, die Bärchen, die er startet. Die früheren Tage gab es, als es noch keine Gas-Messgeräte gab. Ja, er hat ruhig gerecht mit 100 Jahren gar nicht Unrecht gehabt, ne? Hm, aber look at this. Er hat die Obis hat doch nicht mal getroffen, auch Noah, die Gragas-Ult. True. Er hat eh nur auf eine Person geteilt und dann die Ult. Aber es war der Jilt dein einziger schlechter Play. Aber das kann sein, dass die Vorarbeit wird, glaube ich, gar nicht so oft appreciated. Die Vorarbeit, die man als Spieler generell haben muss. Ja. Du musst einschätzen, wo die Gegner hinmoven, wo die Gegner Vision haben und dann in der Vision rumspielen. Dieser Flank, den wir gerade in der Mitte gesehen haben, der ist ja ultraschwer zu machen. Hier wird er sogar gespottet und findet trotzdem noch Value, indem er einfach den Mittleränder rauskriegt, der fairerweise zu spielflasht. Ja. Und hier so, okay. Und hier einfach so, und hier muss er es einfach selber machen. Und macht es aber einfach selbst. Er macht es. Er hat ausreichend Schaden. Mach es. Er macht ihn. Und holt ihn ab. Ja. Ja, Frescovi, als er gehallert wird, absolut zurecht. Der mal wirklich, wirklich, wirklich crazy gut gespielt ist. Das ist auch so ein Ding, was man oftmals bei China und Korea gesehen hat in der LPL-LCK. Die Niko-Spieler. Die Zone-Flanks finden konsistently. Die Vorarbeit, die reingeht, auch vom Support mit Vision-Vorarbeitung deines eigenen Teams, aber auch von dir, ist extrem hart zu finden und das konstant zu schaffen, ist echt schwer. Und ich meine, er ist konstant geschafft in einem Game, wie vier oder fünf Mal so ein Play freizuboxen. Keine Selbstverständlichkeit. Die Frisur ist nah so terrible. Ich gehe ja bald zur Friseur, Chat. Keine Sorge. Aber du bist ein guter Gesellschaft, muss ich sagen, bei... Also. Ich sag mal so, die Madlines gehen nicht zum Friseur und sind dafür aber sehr gut in der Kluft. Und das ist ja auch wichtig. Ja, Sorgkraft von Tite Hargon steht hier 0-1-2. Was soll das heißen, ne? Sagt einiges. Also vier Stunden beim Friseur, die du auch auf der Klufttester bringen könnt. Nein, ich werde jetzt nicht über Friseur machen. Nee, ich mach's nicht. Ich finde, ich... Ich finde es nicht gut, wenn wir auf Äußerlichkeiten so viel wertziehen. Nicht nur. Aber Frescovi, was ist das da? Was ist das da? Ganz genau, Röcki. Ihr redet mehr in Rase. Ich hasse Äußerlichkeiten und Oberflächlichkeiten. Aber was ist das da? Äh, Eragon, was ist das? Oh. Und Mervyn auch, ne? Der Chat meint letztes Mal, dem muss eine Reise nach der Türkei gebucht werden. Ja. Oder nach Mittelerde. Also. Er sieht ein bisschen aus wie Gollum. Was? Gollum hat doch auch so einzelne Haare hier vorne. Das ist ein bisschen zu viel. Ansonsten ist er ein hübscher Kerl. Das ist ein bisschen too much. Ey. Ich sag nur... Das ist ein bisschen too much. Ich sag nur Frisur. Ja. True, true. Also einmal, ich... Der eine dieser Rioter-Streamer meinte auch echt sehr aus wie Gollum. Ich hab's vergessen. Es war sogar ein Clip, der es zu Streamer-Words, glaube ich, geschafft hat. Wenn ich mich dir erinnere. Nee, das ist ein Wechsel. Das... Das... Das geht so weit. Die Augengänge sind auch wichtig. Bei ihm ist es Frisur, bei mir sind es halt die Augengänge. Anywhere Brücki. Fällig Blue Side. Was erwartest du dir? Wenn wir... Sehen wir in Ivan Bans mit Karma, mit Senna, so die drei Champions sind für mich nennenswerter Natur. Es ist auch hier auch jemand, der ganz gerne auch mal Ivan spielt. Ich glaub nicht, dass der First-Pack weggepickt wird, aber... Erwartest du wirklich eine großartige Endung gegen Botlane. Wir haben in den Games hier vier bis fünf Botlane-Bands gesehen in der ersten Rotation. Aus den Forts als Botlane. Ich sag mal, ich glaub besonders halt so Varus-Takeaway, right? Wenn du da mit Botlane und Toplane hättest, gegen das Team, dann sollte man Varus wahrscheinlich einfach wegpicken. Weil eben das ultra-flexibel ist so. Und viel mehr Erwartung habe ich nicht, weil die ersten zwei Games nicht gesehen habt. Fällig nach. Fällig nach. Aber ja, wir sehen noch mal hier die Rough-Klip der Twitch-Chat. Karma, Senna, Ash, meine gute Kalista, war auch das First-Pick. Und die Brücke gesagt hat, das ist ja teilweise gefährlich. Und er wurde frei geboxt durch, hat die Bands wie Karma Brandt, die da vorher offen waren. Fennig hat damit Karma Brandt sogar ein Game geholt. Das Einzige, dass sie bisher gewonnen haben, waren bei diesen beiden Charakteren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eine riesige, riesige, riesige Schwäche von Oskar, dass auf beiden Seiten TF gewarnt werden muss. Denn TF ist ja kein Pro-Player, primär ein Top-Lainer. Auch Mitte ist ja okay, aber besser auf Top-Lain. Und ich hasse immer sowas, wenn du nicht, du hast keinen Counter und kannst es nicht selbst picken, ist eine riesige Schwäche für den Best-of-Five. True Dead. True Dead. True Dead. Deswegen großer Fan davon, dass Broken Blade ist einfach First-Time. Mervyn ist quasi Freestyle und dann auch Scarface gestern. Ja. Es gefreestylt hat. Und gewonnen hat. Und es sehr gut gespielt hat. Ich habe Auriens Cast gesehen und der war ein bisschen sauer teilweise, aber... Aber Auriens spielt ja quasi auch mit dem Cast, muss man sagen. Ja, ja. Der ist ja mit auf dem Feld und macht Calls. Also das ja. Wenn du Calls über die Yellow Cards gemacht hast, weißt du? Aber wusste nicht, dass die Yellow Cards hochscaled. Mhm. Also deswegen... Aber guck mal! Ne, ich rede so oft darüber. Lost-Time ist doch nur für dich und mich Lobby lustig. Und für Obsessed war es auch lustig. Ich kann es mich auch nicht fassen, dass es actually nicht Freeze ist. Ja, das ist er ja auch, ne? Da bleibe ich dabei. Also das ist einfach erfunden. Wer hat keinen Zwillingsbruder, der wird einfach Freeze. Wer hat keinen Zwillingsbruder, gibt's nicht. Die akzeptieren das nicht. Oh, Cassante will ich gebannt sein übrigens. Wenn ich einen Wunsch habe bei der nächsten Draft, Cassante bannen. Ja. Ich will den Champ nicht mehr sehen. Er war gerade eben gewandt. No, er war zweiter oder so, glaube ich. Er war gewandt, genau, ja. Ich glaube, er war zweiter oder so, glaube ich. Ich glaube, er war zweiter oder so, glaube ich. Ja, wir kennen auch den ersten. Der beste Streamer. Er wäre kleiner als drei. Ja, großer Brücke-Fan. Folgt ihn gerne auf Twitter und auf Twitch-Chat. Absolut true. Nightshare hat Pro Played Streets 2 gespielt. Das haben wir nachgewogen, ne? Das ist einfach auch geil. Glaub ich noch irgendwas für mein Instagram machen? Ja, klar, klar. Leute, Instagram? Da mache ich nie was. Ich lasse euch komplett in Ruhe. Ihr müsst nur folgen. Aber das kann man halt gut verkaufen. Ja, es lohnt sich. Also für mich, nicht für euch. Machst du ab und zu dann so eine Werbestoll auf Instagram oder so? Ja, genau. Also, wenn der Kunde Instagram haben will, kann er haben, ne? Aber ich mache da sonst ein Thema drauf. Und da kommt ihr ins Spiel, Leute. Da seid ihr jetzt gefragt. Strong. Wie ich mir da einfach raus sehe. Müssen wir in Zukunft reisen? Dann haben wir gleich Pick-Bahn-Phase. Ich glaube, wir müssen kurz... Ah, ne. Wenn der Screen kommt, komm, wir reisen ein bisschen in die Zukunft. Aber nur ein bisschen. Nur bis die Musik beginnt. Weil eigentlich ist jetzt gerade Game 4. Weißt du, wenn wir Game 5 hätten, war das... Bei Game 5 kommt dann gar nicht Land, die nach weiter. Da muss ja Silver Scrapes kommen beim Vest of Five. Das tötet mich ein bisschen. Follower Star hat mich überzeugt. Nice. Alright, Leute. Fnatic, BluSight gewählt und Ivan gebannt. Ist, denke ich, sehr sinnvoll. War gerade ultra stark. Ganz im Early-Game. Abgerippt. Mad Linesen und Calista Brand draußen haben wir auch schon gesehen. War ja, glaube ich, im zweiten Game auch drin, der Brand. Ja, beide ersten Games, ja. Ja, das andere 2. Dann Senna. Es gibt noch ganz viele ekelhafte Kombos, die man Senna zusammen picken kann. Okay, Sante. Dein Wunsch wurde erhört. Geil. Also ich muss sagen, ich bin jetzt Team mit Lines. Die sind mir einfach sympathisch. Und sie verschwählen den Karma First Pick von Game 2. Für Varys First Pick, wie Brück gepredigt hat. Die Pressure auf dem Top von Botland ist zu strong. Der ergibt Sinn, dass dann einfach, wenn man sagt, will jemand Karma weg. Als das, was für gerade eben. Die Dynamik hat sich halt jetzt geändert. Pick von Karma Support auf. Weil die hat ja zumindest auf den Solkür hat sie sehr schlechte Win-Rates auf Support. Und ist sehr stark auf Sololens. In Solokür ist sie schon genervt, ne? Ja. Die ist noch nicht genervt. Ja. Also ist es genervt, ne? Der nerf ist ja nur... Doch. Der Revert. 200% weniger AP-Scaling. Ja, aber nur auf den zweiten, äh... Sicher? Auf die zweite Instanz. Ja. Achso. Schon extra weiß. Nur die zweite Instanz von Karma. Also quasi das, was man sowieso selten trifft. Okay, weil bist du okay? Krass. Weil ich leb noch nicht in Solo-Cue-Patches. Ich leb noch in Competitive-Patches. Deswegen hab ich gar nicht richtig gelesen, glaub ich. Ja. Aber das ist ja dann wirklich fast egal. Für Solo-Cue. Trotzdem hat sie schlecht die Win-Rates auf Support. Interessant. Also, wir sehen sie in der DC oder generell auch Competitive meistens so, du kaufst Madagans, hast mit den Pressure und das war's. Und gerade eben hat der Jungen-Rates sogar Pressure in dem Matchup gegen ihn als Oriana. Also, mal gucken, wie was Kobe das ausschnecken kann. Oh, aber hier seh ich ja, ah, hier seh ich ja Hardrockhammer als mit Botlane, ne? Das ist ja einfach eine der besten Lanes immer schon gewesen. Mhm. Auf dem Patch, gerade auf dem 2er-Patch, ultra stark. Bei The Champs halt heavy gebufft. Und... Trottisch nicht den Minute-Pulky. Ah, das schätzt man nicht. Ja, aber, also Competitive, keine Ahnung. Ja. Deswegen frage ich dich, ne? Aber, ähm, dieses Duo ist halt einfach sehr, sehr stark auf Botlane. Ähm, man nimmt hier Ash raus. Ist so, Ash war es in der klassischen, klassischen auch nicht nur Antwort, sondern einfach eine klassisch starke Lane. Double Hail of Blades möchte man nicht sehen. Finde ich nice. Ähm, Fnatic, was war Fnatic hier überhaupt? Botlane-Champions, die sie nicht erfahren wollen. Also, Carly Gwenn würde Sinn ergeben, wenn sie damit rechnen, einen Tankplan winken zu müssen. Ich muss sagen, Oscars Performance bisher, speziell nach dem Arthogs gescheiterten Game, war ausschließlich die Tanks. Das war ja The Jays gegen Varus. Das war's. Ich würde Orn picken, honestly. Mhm. Ich glaube, Zack Blind picken würde einigen Champions oder einigen Spielen auch entgegen kommen, aber ist eher wenig in seinem Interesse. Das heißt, Glenn, Banner, Carly Banner und dann den Safe & Blind. Gestalt ist halt nicht möglich. Orn, Zack, was auch immer in die Nahe liegt. Arthogs ist auch okay. Aber ist dann schon durchaus schwerer, wenn Mervyn etwas Wildes auspackt. Ich liebe Mid-Lion's Draft bisher. Ich finde ihn sehr, aus Spotify gesprochen, sehr, sehr logisch, die Bans mir pickt. Und hier würdest du jetzt sagen, ist der Orn gut, oder? Also der Darius-Spann spricht jetzt nochmal mehr für Orn. Auch für Zack. Gut, gegen beide Champions. Der Zack wird weggepickt. Vielleicht. Der beste Weg gegen Zack noch offen ist, der wirklich populär ist, weiß ich gar nicht, was es ist, weil die meisten Leute hier spielen nicht wirklich die anderen Counter so Richtung Fiora oder auch Richtung anderer Juggernauts oder sowas. Der Hover kommt durch. Finde ich ein geiles Mind-Game tatsächlich. Ich liebe sowas. Du Hoverst, Zack, weil du genau weißt, Darius-Spann war so dafür. Ja. Und du sagst so, wir könnten's picken, aber nö. Wir können das nicht trotzdem. Wir wissen, was du vorhast. Das Spiel ist ein bisschen mit Oscars-Confidence. Weil dir deswegen doch lieber Orn mit oder so. Oder vielleicht doch, Zack, weil du dann eine andere Sache machen möchtest. Dann hast du ein Double-Mind-Game. Und du bleibst ultra-flexibel. Du kannst jetzt ja Karma-Mitte in Marokai-Top spielen, wenn du ganz, ganz, ganz heavy unterwegs bist. Du hast immer noch alles offen. Jetzt muss es Karma-Botland werden. Ich möchte Karma-Botland hier sehen. Bitte, Midlines, mach's für mich. Do it for me. Karma ist auch nicht gut gegen Sex. Ich hab das Match-Up-Botland mal gesehen, wo er mit Sex dominiert hat in dem Match-Up. Wenn ich mich nicht erinnere. Ich glaube, ich tue es. Das heißt, hier, ich wäre großer Fan von was... Wie ist ein Marokai-Top gegen Sex? Auch gut. Du kannst ihn canceln und halt unter ihm durchfliegen, wenn du möchtest. Ja. Das ist Playable-Match-Up. Mit dem... Nein, nein, nicht der Scheiß-Jorde. Der ist fucking useless. No joke. Marokai-Mitte. Nein. Aber das Match-Up hat The Relevant gegen Oscar gespielt. Und The Relevant hat das Match-Up hart gewonnen. Ich glaube, das Game hat trotzdem verloren, ne? Also, ja. War das? Oder Chat? Ich glaube, hier ist man aus Botland-Perspektive auf jeden Fall vorbeigegangen an einem Hard-Winning-Match-Up. Mhm. Ähm. Und auch die... Auch du warst jetzt nicht happy mit dem Gnar-Pick. Du hast der 10th-Pick-Top-Lane. Also, ich bin einfach kein Gnar-Fan, weil Triforce so genervt ist für ihn. Seine beste Synergie damit ist in Flirten gegangen. Mhm. Deswegen, wenn ich hier die Wahl hätte und ich es wäre, ich würde so Kamill spielen oder... Selbst Arthogs und Co. ist alles auch nicht ins Hanging-Sex. Der kann die Match-Ups gewinnen. Aber Nar skalt nicht mal gut. Trotzdem. nochmal wird dann, glaube ich, sein Match-Up gesehen zwischen dem Releven und Oskar. Oskar hat das nicht gut gespielt und Nar hat Prio und kann dann Tom reingedrückt werden von, äh, von Nar. Also... Ist halt seine Stärke. Ist okay. Ich hätte hier anders entschieden. Aber das müsst ihr wissen, ihr kleinen League-of-Legends lebenden Profis. Das ist... Ähm. Ja, ich bin auch nie großer Fan von Medi-Supports gegen Renata, wenn du Karma haben kannst, right? Aber die Frage ist halt, was wechselst du am Ende, wohin? Ist schon auch unangenehm, jetzt Karma top zu spielen. Nö. Nö. Also... Du würdest noch mal Support haben? Mein Draft ist... Es wird Kamen-Botland, Hard-Winning in Tourinate, Varus. Also... Einfach super gut. Ähm. Dann hast du das Top-In-Metor, was du ja meintest mal fein. Ja. Mit Mario-Kai-To-Zek. Und dann kannst du mit-Land auch... Kein-Dorf-Countern. Wenn es einen Counter gibt, kriegen wir zumindest auch mit-Land aus. Mau-Kai-Top zu spielen wäre vielleicht wirklich ein Draft-Solving-Ding. Weil es gibt ein Bild aktuell, wenn die Genius-Santa-Mau-Kai ist auch Top-Land nicht so gerne, ein Competitive-Solocue. Wo du so viel Ability hast, dass du permanent an Items auslöst. Also mit Fimbo-Winter. Ja. Und an Sunfire's tickt schneller, wenn du Genius-Santa hast. Was ich gar nicht wusste. Hab mir Chat beigebracht, dass einfach das so funktioniert. Und du kannst sogar in einigen Szenarien... Schaffst du auch diese Items? Sunfire tickt wohl schneller, wenn du Genius-Santa hast. What? Ja. Das gibt gar keinen Sinn, oder? Ja. Hat Chat mir beigebracht. Ist ja auch so übel hidden. Also... Da dachte ja niemand drauf. Das ist insane. Dann kriegst du zum allerersten Mal. Und dann kannst du halt so Items abjusen, die auf sich auslösen lassen. Auch vor allem Fimbo-Winter ist da geil. Not bad. Aber anyway, Game 3 ist schon over. Game 4 gehen wir rein. Potenziell das letzte abends hinter Twitch. Er denkt an der Gewinner. Spielt gegen BDS. Der Verlierer ist draus. Es ist so dringend und wichtig zu gewinnen. Denn wenn du es schaffen würdest, LEC Wintermeister zu werden, bist du direkt in China für die MSI qualifiziert. Das heißt, der Winter-Split ist natürlich das erste Ticket, das es für MSI gibt auf der gesamten Welt. Denn Korea und China noch lange nicht fertig mit der Hinrunde ihrer Regular Season. Die LEC ist ganz fort. Oha! Da hat er mit gescoutet auf jeden Fall. Super anscheinend hier oft häufiger mal mit dem Poker am Start. Und der Trailer am Ende noch okay, weil Jun sich nochmal einen Q-Game lässt von beiden Charakteren. Aber gute Preparation hier. Man weiß anscheinend, wie es super sein S-Wil spielt. Ja, ja, ja. So, wir haben jetzt ein Double-Range-Matchup. Sie sollten am Anfang ganz gut Push kriegen. Man muss sie am Anfang den ersten Q respektieren. Aber danach halt nicht mehr. Das macht das echt gut. Dann hat er im Erdigen noch kaum Reichweite. Aber wenn du direkt falten darfst, ist nice. Einmal sogar gut den Matchup eh zu starten. Da war für Tech-Speed noch auf der Stelle befinden können. Aber Oskar, eigentlich muss Zach einfach nach Fakes tanken und die Wave pushen. Der beste Play gegen Range-Top-Line ist oftmals mit der Wave nach vorne. Wenn der Burschen ist, waltest du den Burschen und fightest ihn. Oder ist halt die Wave mit dem Busch rein. Aber so wird er einfach weggesaut. Und jetzt hier, Elioja. 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 Gefällt mir nicht so gut. Am rumcringen. Mit Level 2 Invade hier. Er hat keinen Q genommen, ne? Trotzdem direkt den Flash von Razog erzwungen. Ziemlich nice von der U. Er hat bis zum allerletzten Moment gewartet, welchen Speller skillen soll. Und er will den Grom gar nicht. Doch. Wollte schon sagen. Er hat keinen Zweiten mehr. Wenn er noch fighten kann, wäre ein Zane dabei. Kann ich. Aber er ist doch so ein Hater, ne? Das ist krass. Also nice gespielt. Soll das Mensch damit nicht aussehen, Oskar. Oskar, nein. Du darfst doch nicht Level 1 auf Nahe rauflaufen, in den Busch hinein. Du musst immer mit der Wave spielen. Das ist ein ganz fundamentales Ding gegen Range Topliner. Das geht hier auch nicht auf die Fresse im Early Game. Das ist nicht normal, weil sonst kann Säcker sogar Push bekommen. Weil naja, tradet dich, aber du tradest mit dem Zeitgleich. Ja. Deswegen hast du Pryo. Normalerweise. Aber jetzt halt nicht. So. Das kommt hier auch mit guten Trades anscheinend. Und auch die Botlane. Hast Rammus heute Morgen in der koreanische Szene gefickt. Das erste Mal seit 11 Jahren Rammus Jungle. Seit 11 Jahren, Brücki. Da warst du noch jung. Ach krass. Ach krass. Ja. Und hat gewonnen. Und wurde auch Garen gepickt. Das allererste Mal heute. Aber jetzt erst. Also Rammus war ja schon mal viel stärker eigentlich auch, ne? Hier wurde Toplane gespielt in der LCK. 2016. Als du noch die Fiora und Qs essen konntest. Und Chanda und Zett und alles Qs essen konntest. Da war Rammus Meta, aber nicht im Jungle. So. Ich bin neu. Hat heute glaube ich keinen guten Tag. Zumindest der Versuch des Dives geht hier los. Der Yoja sieht so stark. Der Tether geht durch. Das Spining ist stark. First Blood. Für den Mann mit der Speerspitze. Aber er wird sterben dafür. Und das ist wichtig. Oh, der Knockoff kam durch. Das reicht am Ende nicht mehr. Kann er die Minion rein? Oh! Vielleicht. Oh, er gefaltet. Oh mein Gott. Oh, close. Ich dachte, er hat noch den Minion vielleicht. Aber so viel Grün hat er seine Grün noch nicht gegeben. Jun jetzt hier auch in der Mitte dabei. Aber der ADC fehlt. Und David ist humanoid dabei. Dann wird wahrscheinlich um 2 für 1 enden. Das ist cool. Aber ne Menge Movements geht. Er kauft aber noch Zeit. Der Key war Hittets. Er ist tot. Er ist tot. Huge. Huge. Toplane. Nein. Nein. Er kann nicht sterben. Er ist jetzt nur ein Blubber gekillt worden. Und das halt ist dumme. Die Dinger zählen als Minion zu ganz drauf. Die Pin und so. Aber zählen auch als Champions für andere Sachen. Wie halt. Den Turm. Er ist trotzdem Passive zu kriegen. Ist huge von Mervin. Aber er hat Flash auf Gott und 6 seine Passive. Also, I guess 5 Minuten Kudons wurden mehr oder minder getradet. Super und ne Outtraded. Obwohl Jun weg war. Ähm. Nicht so optimal für Asville. Boah. Ja. Fast das Game aus Mittleren Perspektive. Oder wenn du Juni bist. Und wir sind beiden Games Level 3 Dive. Ist glaube ich schon ein kleiner. Ist ein Tilter. Würde ich sagen. Ja. Aber wenn eine Matchup so weit bedroht werden darf. Na. Als er die Oriana gespielt hat war glaube ich um einiges glücklicher. Vor allem auch selbst gegen Karma. Ich muss sagen. Ich weiß gar nicht wie ich die Pressure jetzt langsam auch für FanDig empfinden würde. Weil es ist so eine richtige Storyline existiert zwischen Raizog und Ayuda. So wir sind die spanischen Jungler. Blablabla. Dann Topländer. Wir sind die spanischen Topländer. Und die Fanbase die auch im Stadion da sind. Sind ja alle Spanier die ja richtig abgehen. Wegen halt Ebay. Dessen Team ja gerade performt auf der Kluft. Und ähm. Gerade auch für FanDig so als Org. Jetzt hier auszuscheiden gegen den Newcomer. Den riesigen Underdog. Das wäre schon ein Stück. Das wäre schon ein ganz süß Ding. Das wäre schon ein starkes Stück. Ja. Dass sie anyway weit gekommen sind oder nicht. Safe. Vierter Platz sind sie ja schon mindestens. Sehr respektable. Absolut. Wir haben nicht First-Item-Anti gekauft. Was wir sonst oft sehen. Aber er hat glaube ich nicht ganz genug Gold gehabt. Er hat ja 700 Gold ausgegeben hier für seine Items. Bei dem ersten Reset. Was soll ich sagen. Also Oskar würdige Bullied. Der Blindpick der sie angewandt hat. Den man mit zwei Manns vorbereitet hat. Wird jetzt hier angegriffen. Du hast aber Flash-Worter bei Oskar. Oskar. Was denkst du dabei? Er flasht die beiden Blocks rein. Die hat noch nicht. Sack ist nämlich balanced mit der neuen Runen und dem Heilungs-Buff. Ist echt krass, ne? Wie viel er das gerade geweckt hat. Gerade wenn du Rebryter das noch oben draufspielst. Das ist schon echt stark. Schon nach Flash von ihm, um sich selbst zu retten. Aber trotzdem war es halt ein defensiver Flash am Ende des Tages, ne? T.S. ist aber gar nicht schlecht für Oskar an der Stelle. Ja. Macht er nicht gleich gerade. Wir sind jetzt hier auf dem Break. Er hat Rockland-Priot. O-B. Auch hinter ihm. Wird was passieren. 2018 hat vielleicht das letzte Mal der L.C. gewonnen. Es ist eine Ewigkeit her. Lang, lang, sehr. Ich bezweifle auch sehr, dass dieses Land hat L.C. gewinnen wird. Ich denke auch nicht. Obwohl Junot schon sehr gut ist. Nur an Genre Potenzial krass zu sein. Und Drasok auch. Und Oskar weiß ich nicht. Oskar hatte bessere Tage. Wie Mervin im Interview gesagt hat, dass nicht die normale Performance von Oskar eine Zeit ist. Einfach nicht auf dem höchsten Level. Würde ich beiflächen. Ist glaube ich die allgemeine Wahrnehmung von allen in Zukunft. Aber Oskar komplett vor allem im Game ist so ganz hier vorne. Was auch stark ist. Mervin hat gleich wieder Flash Advantage. Aber ansonsten ist Oskar hier winning. Und denke ich, es ist ein geiler Champion zu haben. Gerade auch Ninja Tabis gegen Double A. Die Topseite ist huge. Also Oskar macht den Job gut. Der Job ist ja auch später Tank sein. Da ist huge. Weil ich noch arbeiten war. Habe ich was verpasst? Du hast alle FAQs verpasst. Du hast alle FAQs verpasst. Gast hat doch dann nicht zugucken. Hast du dich? Ja, hast du nicht beide? Richtig. Ich habe überlegt, ob ich nicht heute Nacht durchmachen soll. Weil du musst dir vorstellen, morgen um 7 Uhr ist Genji gegen Hanwha Live. Ja. Game und quasi Platz 1. Ein Punkt gleich. Beide 6 Minuten. Und danach ist wieder ADC. Und dann am nächsten Tag ist es um 7 Uhr T1 gegen Fox. Und dann ist wieder die 2 gegen Finale. Es lohnt sich gar nicht schlafen zu gehen. Weiß ich euch meine? Das sind die ganze Zeit Games. Ja. Das singt in einem harten Schedule. Finde ich ehrlich. Oh, das ist einfach Dead QW? Das reicht, dass er nie mal leben darf. Währenddessen Fraskovi. Oh, das ist Mad Lions doing. Es gab einfach nie wirklich einen Fight. Die World Cops nehmen maximal 1 oder 2 wieder. So oft sehe ich Leute für Groobies sterben. Versuche ich glaube ich auch Topseite rauslaufen können. Mindestens über die Wand flashen können. Aber he just dies. Na gut, sind zumindest 3 bekommen. Ist ja auch nicht schlecht. Geht dafür die eigene Kontrolle ab. Und ein Kill. Ist nicht gut. Ich bin voll bei dir. Okay. Die Versicherung. Kann Gnar in dem Matchup hinten? Tower hinten, wenigstens? Ja, ja. Late Game. Also du kriegst ja mit jedem Level Reichweite dazu und dann gehts. Okay. Welches Level ist denn der Punkt, wo du Slip pushen kannst? Ich würde sagen, wahrscheinlich in so einem Game Triforce bei Klima, Level 15 isch. So auch doch schon so früh. Ja. Sec. 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 No. 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 Sec. 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 Zoned werden. Wurst von Minions. Oder ist keine andere Wahl. Wozu hat Sec den Kill her? Ich habe mich aufgepasst. Hat der Friscovi Glück bekommen? Ja. Du musst das Gruppe bekommen haben, ne? Du siehst du ein Gold fein? Oh, die Krabbe geht an. Oh, huge. Schicks in dein Gold. Nice. Oh, June. Leider in den Trap von... What is he doing? Von Maro. Hat er gerade gefängt mit Renata? Ist Hildesang am Spiel? Kann er mit seinem PC überprüfen? Ja, das war dieses automatische Paltfinding, weißt du? Wenn du einmal dort draufklickst und dann muss der Karkler wird und so, kann man nichts machen. Ja, kann man nichts machen. Ich habe auch schon irgendeine Juni Flecken gesehen. Ich war auch ein Mindblown. Wir proben ihn noch da innen. Nee, wir lieben einfach gegen den Basen, ne? Er braucht dringend Antir, um das Matchab spielen zu können. Sonst ist er halt nicht winning. Über Elevent hat Antir direkt gerusht, dass wir Gold hatte, hat Mervyn nicht. Er hat Arresta wieder Oskar. Aber Oskar ist ein alter Vorteil, ne? Also Tavis und Double Boots kriegt die Platte. Aber jetzt muss Mervyn eigentlich spielen, bis er Teleport hat, was er machen kann. Ist okay. Er ist nicht mehr weit entfernt, aber es geht klar. Währenddessen hat Drake dead. Nächster hat Drake spawned gleich. Ich hoffe sehr, dass wir keinen World Cup Trade sehen für Drake, weil Drake einfach viel wichtiger ist. Mein Line Score hat aktuell aber beide natürlich erhalten. Das heißt, sie können theoretisch den 6 Winkel anspielen und den Drake never traden. Was manchmal cool ist. Kommt drauf an, wie stark der hat. Also du kannst argumentieren in dem Game. Du spielst Zeitline mit Gnar. Der Rest ist so eine safe Com. Dann ist World Cup irgendwie keiner nice. Ja. 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 Jetzt wird Mervyn gepanischt für seine Platte, die er nehmen wollte. Wenn er gedived wird, wäre es richtig tragisch. Und du hast den Schaden dafür, ne? Also du bist, wenn Zeck, mächtig auf Level 6. Plus Diven kannst du auch durch Passive, ne? Ja. Aber die Wave ist nicht opti und wow. Ich glaube, bei Erasov geht es ja auch. Das ist fein. Wenn die Wave gestackt wäre, hätte man gedived sonst nicht. Ich glaube, ich mag gar nicht so sehr, dass jetzt Xinsaokama nicht so viel machen. Ich würde einfach mal behaupten, dass sie etwas mehr fürs Game tun müssten. Weil Teamfight-technisch sehe ich halt einen Zeck schon über einem Gnar. Mhm. Und ich sehe auch eine Renate über einem Mauker, witzigerweise. Renate hat das als Disney-Gate-Champion einfach anbietet. Und das ist das, was ich auch voll kritisiert habe in dem ersten Game oder im zweiten Game, als es auch gespielt wurde. Kammer, das haben wir auch sogar mit Argon teilweise gemacht. Kammer mittlen, Kammer toplane. Wer im Jarnelow heute raufjumpt. Das ist mega geil. Aber du musst fighten gehen. Und ich verstehe auch nicht, Kammer Priorität, unabhängig vom Flex-Pick. Weil, ähm, du kannst nicht mehr in die Mitte pushen und roam gehen. Es geht ja nicht mehr an der Mini-Waves seit MSI-Pash letztes Jahr. Ja. Seitdem ist Kammer Stärke extrem gesunken. Heißt, ihr primärer Wert schon wirklich daran zu liegen, dass sie ein Flex-Pick ist. Und dann irgendwann eine AE-Shield-Bot mit Malignance. Und das kann stark sein, aber... Ja, weil ich dann... Jon wieder irgendwo im Rhin-Round spazieren. Hat zum Glück beim letzten Mal kein Flash. Er ist aber dead. Er ist einfach dead. Alter Jon, das ist so sad. Das ist so random. Und Noah muss jetzt auch noch flashen und cleansen wahrscheinlich. Kommt dann aber zum Glück raus. Kein guter Play. Kein guter Play. Also er hat sich einfach nicht, äh, nicht gut positioniert zum zweiten Mal. Ich find's geil, da ist der Moment in dem Kammer roamed. Kammer roamed Botlane. Trifft einen kleinen Zip mit ihrer Queue. Slowed damit nochmal die Renata. Die war komplett falsch positioniert. Das war damit ein Kill, der auch im Drachen münden sollte. Und vor allem in dem Fall bei den verlorenen Summer Spells des Noas aus seinem Varus. Trainer Flash hier. Von Alvaro. Auf die Weih. Kann man ihn wieder am Ende finishen. Super geht nochmal hinterher. Trifft seine Spells. Damage ist da. Alvaro, Alvaro. Kriegt sowieso kein Damage mehr von Noah. Alvaro, Alvaro. Oh mein Gott, der Tänzer. Der Tänzer. Er lebt noch immer. Der Tänzer. Und jetzt ganz überaufwand. Ja, er ist besorgt. Er tötet Alvaro. Oh, er kleinst das. Er kleinst das wieder vorher hoch. Das wär's gewesen, ey. Das wär's gewesen. Oh mein Gott. Das wär so geil. Hat beide sein eigener Maokai geslampt. Der Junge, Alvaro hat so getanzt. Auch mit der Q. Jumann hat weggeschoben. Jumann hat versucht, Ezreal zu snipe ulten. Hat deswegen kein Damage mehr für Maokai. Da wird Maokai geschildert von Frescovi. Und überlebt auf einmal. Ezreal der 3-0 steht. Ist damit der einzige Goldlead, über den Mad Lions aktuell verfügt. Aber du hast den Drachen. Das er geht. Ich hab's noch spiel für eine Minute. Und den Drachen halt noch mal neu erobern. Und Mad Lions Koi komplett von dem Game jetzt. Und sogar besser als Fein. Das Maokai überlebt. Rettet für mich so ein bisschen den Player und den Tag. Weil ich hab das lustig fand. Ich fand das ja lustig. Ich hätt' ich gekennst gekannt. Ich sag' ich auch. Karli hättest du ihn getötet. Toplane on end vielleicht. Oskar hat immer noch nicht... Also Möw hat es nur nicht geschafft zu base. Möw hat die Save gleich Tribe aus dem Base, by the way. Der war das erste Mal Base aus der Level 4 war. Seitdem nie wieder. Das ist eine Weile her. Ist das nicht das Ziel? Von Mad Lions? Ey, ich bin ruhig. Ich kann das nicht. Wenn Mad Lions wirklich gewinnt. Ging Phenetik mit einem 3-2-1. Ich hab 3-1 Phenetik predicted. Weil ich dachte Phenetik ist klar Favorit. Mhm. Man darf Mad Lions einfach nicht unterschätzen. Es ist absolut möglich. Gerade auch durch die Roststellung von BDS. Und die eventuelle Down-Trend deswegen. Und Motivation. Dass sie vielleicht so das Finale schaffen könnten. Wenn sie hier gewinnen. Was war die Standics von Mad Lions so nach der Regular Season? Äh, middle of the pack. Ich glaube viert da irgendwas. Sie waren ein Teil mit einigen Teams. Es waren halt neun Games. Ich hab das nicht... Okay. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Also kaum ein ganzes Spiel. Neun. Besser von's, ja. Und dann ist Lower Bracket sich durchgekämpft. Super meint er auch. So typisches Lower Bracket Team. Das war klar, dass sie das machen müssen. Und dann können wir ein bisschen... Relay hitten, ja. Und jetzt hat man Tribas fertig bei NAR. Black Cleaver bei Elioja. Du hast Mad Ignance. Du hast Essence Reaver. Du wirst wirklich gespiked. Auf einem Position. Harrods spawned. Dementsprechend sind wir jetzt hier die ersten Swaps. Wargrables aber zwei wurden wie so oft ignoriert. Obwohl sie dieses Game vielleicht sogar Sinn ergeben hätten. Aber Harrods ist Objektiv der Begierde. Und dafür hast du Teleport of Mervyn. Deswegen ihn baut dann zu positionieren. Wenn das Kovic kein Teleport hat. Sinnvoll. Juno hattet noch mit Teleport of Cooler. Und das heißt, du hast eigentlich einen Angle dafür zu gehen. Oh! Marvin kommt ran. Aber... Reicht die damage? Ja, reicht. Mit Treffersprock an der Wand. Er kriegt ihn. Aber Jure kann das auch flashen. Dann bist du vielleicht tot. Ja, gut dann. RK flash. Okay. Wenn es wusste, dass du einen Kill gehabt. Aber gut. Vielleicht sagst du auch, Wykage dahinter hat gerade Cracks gefinished. Fühlt mich besser so zu spielen, wenn das Team gerade für Strong's Head Topline geht. Denn Strong's Head Topline ist genau das Objektiv gespawnt. Du hast du ja Bot dann geswabbt mit Teleport. Jetzt geht ihr Asor crossmappen. Und Na ist jetzt problematisch dabei, weil er hat kein Mega an der Stacks. Ja. Flash check dir auch Asor. One on one. Das ist schon gefährlich. Ich glaube, wenn er ultet ist, das meint die... Ah, der meint. Zum Glück kommen wir raus. Ich hab dir überlegt, wenn du geultet wirst, und dann macht... Du warst kurz vor Hawaii der QW erreicht hatte. Und wenn es kommt, ist Marvin Maybe Toad. Sag ich auch schon Marvin. 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 Es ist wirklich drunter mit dem Wave nicht so... Damit einfach der... Der Himmel hat den ganzen Puschen hat. Und dem Angebot hat. Also von June. Auf der Midway. Ein Tor sogar saven. Mad Lions respektiert hier. Ich find's mir nicht mehr so geil. Aber warum haben sie nicht... Sie haben First Turret abgegeben. Warum? Wenn du drum easy nehmen können First Turret. Ja, denke ich auch. Kompletter Troll. Ich weiß jetzt, wenn du das vielleicht zum Baiten. Aber am Ende von denen sie war nur heftig viel Gold. Das Juni hat sich einverleiben durfte, weil er einfach... Einfach hitten durfte. Seltsam. Weil du aktiv dafür geswappt hast, um Harald freizuschalten und ihn dann so aufgewendet hast. Mag ich nicht. Ich wäre als Mervin jetzt unglücklich. Bei diesem Swap. Ja. Wir können auch. Ja. Der der First Turret doppen muss. Unglücklich. So. So. Kam jetzt oben dann gegen Sack gleich. Das haben wir schon mal gesehen. Das geht sehr gut für Sack. Teilweise konnte Sack aber da auch ein bisschen anders bilden. Mein Chat sagt mir immer, Sunfire First ist scheiße. Hm. Ist das so? Auf Sack? Ne, in general. Ne, ist nicht scheiße. Wenn ich jetzt auf On-Bot-Lane zuerst Sunfire hole. Boah, ich glaube, On-Bot-Lane ist so ein Neutralisations-Pick, der einfach auch Wave-Key braucht. Damit du halt einfach chillen darfst, ne? Ich bin mit Bami's dann immer, ja. Bami's ist fein zu kaufen, aber Sun-Fall. Also wenn du Value hast und damit auch Champion treffen kannst, ist das nicht schlecht. Ne, ne, ne. Okay. Sack macht auch den Großer des Schadens damit. Also keineswegs bad. Auch Shen kauft das ganz gerne, aber ich sehe nicht viele Shens. Nö, also wenn dein Shatter sagt oder dein Shatter vielleicht. Ja, ein bisschen dumm. Ja, ich meine, jeder Truppleiner, der LEC, LCK, kauft Sunfire auf Sack, aber ja. Gut, ich hätte es vielleicht High IQ. Wie gesagt, wie ihr streamt? Du musst auch IQ. Und das war gerade gecatcht und vielleicht, äh, ne. Ne, Uwe war gerade gecatcht. Und 6 sind hier mega OP aus, ne? Diese Art Team falls, ich glaube, was du gesagt hast. Ich führte selbst. Es ist echt stark Albregant ab diesem Gage. Die 100 Jax vers Kobi. Wenn der ist ein John von Mervan getradet, jetzt kommt die Weltland-Engaged. Severing Bolt findet nicht sein Ziel. Joja ist der Erste, der das zeitliche segnen muss. Oskar hat noch seine Pässe Freddy. Jetzt wird jeden auch nicht mal ausgelöst. Was war das denn? Er wird von Renata W. vor seiner Pässe revived. Warum? Das ist, das ist die Interaktion? Das war die Interaktion. Aber auch instantly. Aber warum? Du bist ja nicht tot. 6 stirbt er nicht wirklich. Hä? Das war mega weird. Das hab ich noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Same nicht. Aber 6 ist. Super eigentlich in einer coolen Produktion zum Hitten. Traut sich aber nicht so richtig hier. Warte erstmal die Ultra von June ab. Hat schon relativ low. Ja und wie du schon sagst. Sex sieht üble OP aus. Kann sich hier in Easy hochhellen. Oskar Webplats. Und obwohl der ADC, also andere ADC dann besser als SV. Obwohl der ADC permanent ist. Wird's nicht mal close. Und hier nochmal die Säcke Situation. Er ist wirklich. Ja, das war Renata. Aber das ist doch nicht normal. Aber selbst wenn's Renata ist, ist er nicht das der Verlauf so. Warum nicht? Also dann hast du ja diese Grey Health Bar und dann wirst du revived. Das war halt instant. Er war tot und instant wiederbelebt. Ja. Aber er müsste halt normalerweise in die Voids springen und dann, also in die scheiß Blobs und dann zurück. Ist die Passive denn jetzt down oder nicht? Ne Passive ist, also er hatte sein GA Symbol noch da. Also er müsste die Passive haben. Ha. Obwohl die Passive rein vom Sinn her down sein sollte. Aber dann, er sollte ja gar nicht wieder werden, weil er nicht gestorben ist. Er war ja nicht tot. Richtig. So. Aber ist scheinbar... Verlangen drei Passive Stacks. War Heilung. Glaube ich nicht. Nein. Er hat Renata weh. Das war safe Renata weh. Aber eine Interaktion mit Renata ist safe. Ja. War Renata weh. 100%. Aber die war vielleicht intended. Wenn nicht, dann sagt Sword Games jetzt, dass sie intended war. Und wir gehen zurück zu den Drake Teamfight. Denn sie ist die Präsentation, die vielleicht das Game entscheiden könnte. Auch bei der dritte Drake vorbereitend für den Nash. Jumaloid mag ich extrem was er macht. Er pusht einfach Mitte durch. Wenn Lines soll den ersten Move machen. Jumaloid mag ihn sein. Und vielleicht ein Turret. Fände ich geil. Marvin beweist sich gerade seinen Meer nach vor. Geht er in die Flanke? Dann kommt er ja... Er stellt sich hin und das Team. Das ist die Frage. Machen die jetzt mega nah. Hat die Knallfinster kommt von links unten. Achtet ihr drauf bitte. Alvaro mit dem Engage auch. Double Engage. Misty Ulds. Und jetzt muss wieder alles auf Oskar getroffen werden. Diesmal haben wir das Match. Miemalschiff bei Alvaro oben. Nicht weiter schlimm. Das war wieder die Reaktion Brücki. What the fuck ist nichts mit Sek. Er wurde schon wieder in eine wiederbelebt. Das dreht gerade das Game by the way. Sek lebt immer noch. Sek wiederbelebt. Wird da noch mal reinjumpen können. Oskar eine Menge Reichweite. So lächerlich. Slingshot kommt durch. Junge what the fuck. Renata. Zack. Ist ja mega OP. So ein 5-5 S wird ganz gut spielbar. Er hat halt wirklich ein Item. Schön gespielt. Schön gespielt. Und hier. Au. Er hat ja Flaschen müssen. Er hat Renata weh. Vielleicht ja den killen können oder? Zack ist nämlich da. Und er ist super. Wird gefokust. Der kill reicht nicht ganz aus. Super. Kited. Er kited. He's kiting. Super sick. Super. Oh. Oh. Dass er noch weggesniped wurde. Ist ja sad. Aber Alvaro kann noch mal rein. Er hat noch ein W. Mervin hat Jump ready. Und der Flash. Humanoid. Oh. Muss ich tun. Nein. Er könnte Double Jump spielen oder danach flashen. Nein. Junge. Super. Es war super gespielt. Aber cheap ne. Aber we take it. So hier sind wir mit den Status Fights oben. Alvaro lenkt da mehr oder weniger ab. Humanoid. Gar nicht schlecht. Marvin misst leider seine Spells. Also sehr viele davon. Etwas unschön. Und hier nochmal. Diese Oscar Interaktion. Das ist wirklich sehr nervig. Ist ja wirklich voll geil. Dann geht er einfach in den Fassif. Deswegen kommt der Kenny zustande. Es hat doch irgendwie Sinn. Aber ist irgendwie trotzdem weird zu sehen. Finde ich. Und hier spielen's honestly. Chris Covey. Und Superspiel ist ultra gut. Finde ich. Kiteden hier super raus. Betrifft ja alles. Dodged andersrum auch alles. Und dieser. Hier. Super guter Damage. Hier hast du ja gemeint. Nicht auch. Du musst jetzt aufhören. Ich hör's auf. Aber fünfmal in einem Satz. Da zum Beispiel. Super gut wäre gewesen. Haha. Super gut gewesen. Wenn der die Auto Tech macht. Und das hier ist wahrscheinlich der Grund. Warum dieser junge Mann EDC spielt. Hier den Step noch raus machen. Dann Ulten. Wäre insane geworden. Aber natürlich sehr schwer. Was hat er dreimal Ult? Triple Kicker sehen? Holy shit. Ja. Und dann ins Finale 1 erler. Ins Lower Bracket Sammy ein. Hätte ich ihm sehr gegönnt. Also das war ein sickeres Replay. Und da seht ihr den jungen Mann. Superbar im Screen. Der gesagt hat, dass die TLC härter vorgestellt. Macht eben seine ersten Wochen Pentakill. Und liefert dafür vorab. Weil so. Ein bisschen gebannt hat. Getrashtockt. Aber er liefert die Resultate immer wieder. TP. Die Frage ist ob Chris Covey sterben wird. Die Ranken kommen. Chris Covey ist dead. Wer aber noch lebt. Ist super. Und man kann eventuell. Wenn Phinetic Overcommitted hier fighten. Was wir gerade hören sind Phinetic Clans. Ich hab die Tür aufgelassen glaube ich. Ja. Aber der Engage ist halt so sick. Also gerade. Wenn Sek und War auf dich rauf fliegen. Und diese Interaktion mit Sek weitern funktioniert. Ist man ja auch extrem safe. Für lange Zeit. Vor allem bei der. Die Wolkast wirst du dich auch dann halbwegs heilen. Aber du wirst nicht kalt während Renata weh. Du hast kein Lifestyle während dessen. Du kannst ja nicht Lifestyle während Renata weh. Es tickt dir immer runter right? Genau ja. Okay dann ist nicht ganz okay. Ist das so? Muss so sein. Sind wir uns sicher. Chat. Ich glaube das ist so. Tick mal Heilung und Lifestyle während Renata weh. Ne ne ne. Also wenn du quasi tot bist. Du kriegst das graue Leben. Dann kriegst du keine Heilung von Sek passive. Ich glaube es tickt immer einfach so. Weil ich soll ja nie wieder hoch geben. Ja genau genau. Weil wenn du das kriegen würdest. Wär es halt absurd. Broke. Ab Spirit Visage. Machst du mal ein bisschen Damage. Jumps in der Uhr rum. Sammels ein. Aber ist ziemlich sicher nicht so. Finde es geil. Dass du dich auch so visuell darin hast. Hab ich auch gerade drüber nachgedacht. Hab ich es jemals gesehen. Hast du visuell gehört. Bin ich im Kopf. Ja. Weißt was du meinst. Werde gibt es eine gute Position für Top 5 zu spielen. Du Elk ist noch weit weg. Und für beide Seiten an ich sehe. Deswegen ist Nash das Objektiv der Begierde. Und sie werden zuerst den Fluss betreten. Das tun sie bereits. Und nehmen ihn ein. Und sehr schwer Finale zu verteidigen. Unter Turm. Er ist eher ein Slipo Champion. Der selbst nach vorne spielen möchte. Aber wenn er jetzt hier gedeifet. Von zwei Solo lindern. Ist das schnell. Zu Ende für ihn. Und Junot könnte in den Turm hinten gehen. Das sieht nach einem Free Turret aus. Auf meinem Screen. Das ist nice. Also Hawaii mit Gold. Der einzige AP Champion. Der wirklich konstant. Damage auszahlt. Hawaii ist sehr sehr OP. Ob es jetzt meint immer wieder. Dass Serat besser wäre. Aber ja. Hawaii ist aber der beste Champion. Dann habe ich jetzt einen Darius. Einen W gekriegt. Und dann cute. Wenn ich da. Wenn ich. Ich mache es mit anderen Champs. Und dann denke ich mir. Das hat halt keinen Leipzig. Dann denke ich mir Darius. Ja. Doch. Wahrscheinlich kriegt er Leben zurück. Und das zieht einfach nur schneller. Ja. Verstanden. Er war gerade im Chat Obsess. Deswegen musste ich ihn ein bisschen triggern. Weißt du. Oh okay. Ich habe nur mit 12 Obsess gemacht. Ich weiß nicht ob man überhaupt da ist. Scheinbar nicht. Ich habe es nicht mehr verstanden. Geblutet oder so. Keine Ahnung. Der war auch Firstk gestern. Verräter. Fanatic hier in der Position wo sie den Win brauchen. Dann sind sie nämlich raus aus der Offset. Heißt das Schüss von der Darius. Wintersplit. Dann sehen wir erst wieder ein paar Wochen. Wenn der Spring startet für uns in Europa. Im März. Was ja eigentlich auch eigentlich Sinn ergibt. Ist ja noch Februar. Ja. Aber anyway. Toplane gerade Slipbusch von Mervin. Das ist angenehm. Endlich davon haben wir einen Turm mit dem Oskar geht. Das Ganze beantworten. Jetzt bin ich fertig. Und wenn das spielt man dann halbwegs für Drake. Aber auch für Nash. Weil der Drake hat nicht sehe. Das ist halt unangenehm. Aber du musst nicht stärken um Nash zu forsen. Heißt das. Wenn du Mervin Zeit kaufen darfst. Ist das dein Lieblingsplay. Weil der kriegt gerade wahrscheinlich den Top Turm auf so. Eine Hälfte reduziert für dich schätzen. Ich hab wieder Pro. Jetzt komm mir ran. Kaufe noch ein bisschen mehr Zeit. Hast du diese OP dazu. Peter. Ähm. So wie fair. Drake ist objective. Aber jetzt gibt's halt den T2. Ja. Und den Drake. Nash Pressure. Weil du gibst jetzt ja alles Top Zeit ab. Das auch. Das muss jetzt retaken. Face checken. Das ist nicht so einfach. In der Kammer. Ja. Ja. Drake für Top Turm. Ist ein Trait den man nimmt. Ist der zweite Drake für Fnatic. Bin nicht schrecklich. Und dafür noch Nash Pressure. Also das muss erstmal fertig jetzt wieder frei boxen. Das wird Jumont auch noch seinen Telebot kosten. Das heißt du hast WTP Vorteil. Wenn du dafür spielen möchtest. Aber sie machen's einfach nicht. Warum? Sie boxen sich's frei. Indem einfach Mad Lions sagt wir gehen nur zu. Aber warum? Versteh ich wirklich nicht. Versteh ich nicht. Warum nicht Nash forciert? Das sind potenziell dicke Item spikes auf irgendwem. Aber ich seh die jetzt auch gerade nicht. Also Jumont ist Bot lane. Ich würde mindestens. Ich würde niemals Nash machen wollen. Weil wir für TP kriegen wollen. Oder halt irgendwie den Gegner zum Face checken zwingen. Ein bisschen poken und einfach nerven so. Ja. Ich sag mal der Zufall mit Lions Koi. Wir haben TP. Wartet jetzt auf unserem Nah. Das heißt jetzt muss über Jumont Bot lane gehen. Und sobald Zeg anfängt uns zu matchen. Und der Aziah am Ende. Meine Gäste. Wenn der Weih nicht da ist. Haben wir leichteren Nash. Weil wir nicht gepokt werden können. Was eine Gedankengang ist. Nicht verstehen kann. Wenn du was tippisch gewinnen möchtest. Dann bin ich sofort an Bord. So. Das verstehe ich. Aber natürlich musst du trotzdem dann bereit sein. Auch Nash war zu erzwingen. Gerade mit Maokai und auch Karma. Nimmst ja auch kein Schaden vom Nash. Das denkst du ja easy weg. So. Die Weih wird vorbereitet. Gute Marvin. Ist da. Ja der wird gegen Jumont kein Progress machen. Der macht aber QE. Aber wenn Jumont Bot dann ist. Weil er TP hat. Ist halt nicht Top lane. Trotzdem hier Alvador. Zwei Level hinter der Renata. Ich finde immer so krass bei Support. Inserdo Qs sind die immer gleiches Level wie ich gefühlt. Der die Carry auch. Competitive und wie so 30 Level behind. Gerade im Game geguckt wo ein Pike versucht hat. Level 8. Also Level 8 Pike. Level 16 nasiert zu kehren. Krass. Null damage. So. Bot lane ist gerade durchgepusht. Kann man an irgendeinem Punkt der Scherzwingen. Du hast wieder Prio. In Bot und Midlane. Und gehst einfach Base. Also. Ich finde hier geht mehr mit Teleport. Aber schauen wir. Wer wäre es beim nächsten Berachen. Ein wirklichen Fight sehen. Und das ist auch nachvollziehbar. Du willst nicht das größere Risiko eingehen. Das ist ja do or die für Fanatic. So. Es wird jetzt mit dem Shojin hinterher noch. Droppt hier so ein bisschen. Den. Nicht den Sandfinger. Sondern den. Navoris. Part. Geht sofort. Geht durch. Die Ult ballert ordentlich. Und unten möchte sich jetzt Fanatic kümmern. Gefällt dir gar nicht. Ist dir ein Dorn im Auge. Ja. Das ist aber auch richtig nice. Wenn du quasi das Team bist. Das ein Victor hat. Oder auch ein Serat. Oder sowas. Du hast ein Mage. Der nicht wirklich sideline spielen. Also Victor. Bild hat dann aber Serat. Oder Weise gute Beispiele. Oder Weikos. Du willst einmal die Wave komplett raus pushen. Dann kann nämlich Hawaii weggehen. Und sobald du zur 5 gegroup bist. Ist der enemy toplane wieder dran. Pressure aufzubauen. Was locker eine Minute dauert. Weil es ja die Wave angetragen hat. Und in der Minute. Catch du vielleicht jemanden. Kriegst Vision for Snash. Und zwingst ihn wegzutipien. Chat schreib ich hinter die Ohren. Gerade wenn ihr gegen Fiora spielt. Oder gegen Yorick. Ist das die beste Art und Weise. Euren Solo-Lane dazu entlasten. Das ist das Zeitfenster. In dem man aber trotzdem super hat. Die Wave clearen lassen. Razog sucht den auch im Gage. Das ist eine richtige Weise. Wie ich finde. Ja. Ist Überzeit-Situation. Naast-Botlane. Trotzdem. Keine Mit-Wave mit der man arbeiten kann. Das ist auch immer sehr sehr cool. Für Astrid im Competitive. So einfach. Ja. Quasi Pyrot-Cheeken kannst. Beziehungsweise Wave einfach sehr früh. Schon wieder rausnehmen kannst. Und damit so ein bisschen Counter-Play. Auch den nice. Es ist auf einem Board drauf. Trifft trotzdem die Ult of June. Das ist nicht bad. Der Sportler muss Yorick wieder hinlaufen. Oskar hat aber gleich Teleport-Ready. Dann könnte man die Situation wieder entlasten. Trotzdem mittlerweile Oskar 2 Left unter Mervyn. Während er ist in Fiskowar auch gleich. Wahrscheinlich 2 unter Yorick. Und heute eben wegen dieser Slip-Push-Dynamik. Die sich ja anbahnt. Und das ist okay. Du hast ja angesprochen. Du kannst ja anfangen zu Drift-Puschen mit Gnar. Ab Level 15. Ja. Also der Cleaver und Triforce. Hat er schon. Okay, okay. Und jetzt haben wir ja gesehen. Erstmal mit der Engage. Gibt es den All-Out-Fight. Das Problem ist flashen. Was gibt es? Wie Engaged. Wann kommt der Teleporter? Ist da? Oskar in der nicht so gut Position. Aber. Du hast den Gage-Bottom. Du hast den Gage-Bottom. Ich bin hier. Oh. Der Gage funktioniert nicht. Du fliegst so weit hinterher. Er wird versterben, oder? Die Granata Old carried den Fight. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er wird hüttet sein eigenes Team. Basically. Joja lebt noch. Razzok stirbt hier einfach. Mörg in der Backline. Haben wir noch den Damage? Nicht ganz ohne Carries, aber nur in Kammer lebt. Joan wird hier niemals dagegen halten können. Mervyn er weckt dann Stunt noch. Jumelot noch mal weg. Er wirft den Boulder Toss. Das ist huge. Fnatic hier vielleicht auch Teamfighter. Mervyn muss rennen. Der Kiefer sitzt. Er wird sterben. Und damit ist der Fight gut für Fnatic. Zwei für drei. Ja. Aber trotzdem insane Entlastung auf Sightlane. Noch Shutdown gegen Mervyn. Der bessere Trade. Das ist huge für Fnatic. Huge. Jetzt mit einem TP-Vorteil auf dem Säck. Da ist der Teamfighter Start. Die war ja einfach der großen Pilgerpfad. Das macht es hier gar nicht so schlecht. Kommt dazu. Und an dem Punkt, an dem du gleich sagst. Da ist der TP von Way. Und an dem Punkt. Ist halt schwierig. Ich finde ihn mal super so schlecht machen. Aber die Engagerin schon weiß. Insane wie hoch. Dann die eingefischte Renate Ull. Die dann hier am Ende den S-Mail tötet. Julia kommt sogar noch raus. Und der Mervyn dann für unten. den Flank findet. Fiel trotzdem so ein bisschen der Main-Damage einfach. Falt sich gar nicht kacke aus. Und krieg den S-Mail, krieg den Varus. Und die Overfighter ein Stück weit. Weil die Human-Nut von unten 3-Damation kann. Und Oskar in den absolut P-Strong ist. Also der hielt sich einfach hoch. Absolut P-Strong. Ich möchte eure Weihpflicht. Du hast aber kein Anziegel gekauft. Kram hat in dem Fight 5 Mann das benutzt. Das ist absolut insane. Mit Malignance. Sehr krass. Ja. Wenn du Pass-Bet-Trips, dann kriegst du auch weniger cool. Dann rauf mit 5 Sekunden pro Champion. Wenn ich mich nicht erinnere, das ist crazy. Er hat Moe's Damage gemacht in den Fight, by the way. Fünf Mann das geschossen, der Dude. Alter. Das geht so ein bisschen unter, ne? Ich hab gerade mitgezählt, deswegen hab ich's gemerkt. Im Play-By-Play hab ich's auch gar nicht gesehen. Aber das ist so viel Chipped der Mensch auch durch Malignance Procks, dass du einfach den Gegner verbrennst. Der dritte Drake hier wird gemacht. Der dritte Drake 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 wird gemacht von Ezreal. Aber in welcher Welt leben wir denn? Ja, dass das nicht gesmartig wird. Dann wirst du nicht mehr in Season 1. Ja, wir sind in der Schlammschlacht Europas. What is going on? Schlammschlag. Wie kann einem das denn passieren? Rassort. Super, wenn nicht verlieren. Auch die Haare mal färben. Es ist doch insane. Was ist, das kann ich mir nicht geben? Das ist doch AC Level. All you have to do is... Oh, was möcht ich jetzt wohl mal? Oder einfach so's meinen, ne? Ja, oder einfach so's meinen. Also, do it, like. Swordpoint für Mad Lions. Die catch jetzt wieder auf Seite niemanden. Das machen sie echt gut. Letzte Runde war es die Aufgabe für das Kurve. Jetzt ist hier Joja mit Mervyn am Start. Wieder die S-B-Doll. Der ist permanent am Leben. Der Severin Bolt, Brock Sturks, Gage. Schöner Cancel von Mauke Q. Gegenseeck, der aufs Hauptein durchfliegen wollte. Was ist da gerade hochgefoggt, war ein Kürbis. Hast du gesehen? Ne. Das ist doch ein Flindermauskürbis auf meinem Bildschirm. Ich glaube, war ein Water-Diesportes. Oskar geht rein. Direkt in der Passive drehen. Der ist wirklich deep in it. Fällig ein bisschen Desperation. Was halt von Stress und denkt da Leute, wenn sie verlieren, sind sie raus. Schöner Cancel. Oh, Jungle Kill nochmal. Damit ist ja Nash glaube ich nicht mehr drin. Das ist mein raus. Du sagst es. Also anscheinend ist man hier sowieso nicht, aber... Not wrong. He is not wrong. Der Jungle ist trotzdem tot. Richtig, richtig geiler Catch though. Ich finde das so schön, dass die Jumon heute die letzte Runde versucht haben, als die Oskar gecatcht haben. Offside dann irgendwie zu catchen, wenn er reinrotiert. Weil wir catchen da hinten. Am Ende klappt der Player nicht ganz. Jumon ist zu tanking und zu safe auf seinem Hawaii. Klingt natürlich ebenfalls auch Redemption reingebrettert. Trotzdem ein guter Versuch. Und am Ende mindestens 1 für 1 straight. Weil er noch gesnipet ist auf El Yorias Position. Und muss ich sagen, der Hawaii absurd stark. 10 Darkest Stacks, Death Cap, 1000 Gold Bounty, Crypto Blossom, Leandries und noch seinen Ludens Tempest, Ludens Companion. Auf der Reichweite mit dem Level an OE Damage ist das einfach ein bisschen too strong im Late Game. For sure. Aber ich meine, Asi Oriana hat ein leichtbares Late Game. Victor auch dahin zu kommen, ist da die Schwierigkeit. Und Hawaii erreicht es leichter als manch anderer Champion. Ja, Major ist sowieso im Late Game als Ultrastar. Ja. Deswegen auch ein Competitive glaube ich immer noch gerne gepickt. So läuft er gar nicht mal so stark. Aber gerade für Competitive sind diese Chams fast Pflicht. So, Marvin ist unten. Auf der Bot Wave. Und würde gerne pushen. Split Pro Threat wieder ein bisschen aufbauen. Heißt für Fnatic ist der Super Mitte wieder nach einem Engage, nach einem der hoffentlich winning ist. Ist halt so krass, dass der Drake gesteilt wurde. Weil damit du jetzt eben auch, du könntest theoretisch noch 10 Minuten lang er Split pushen, ne? Fnatic ist ja auch ein bisschen nicht dazu lagern, Nash zu forsten, weil sie sich nicht trauen. Ja. Und der Drake gibt dir halt so viel Zeit. Aber ich habe das Gefühl, Bröki, auch wenn das CP wieder ready ist, wir werden wahrscheinlich einen Fistfight sehen, ne? Weil er hittet dann die Turrets. Er kann noch nie davon, also sein Team braucht auch Pressure, damit er hitten kann. So, dann wächst ihn in die Mitte. Dann muss die nächste Wave ein bisschen weiter vorne annehmen. Das ist ein typisches Ding, Chat. Wenn ihr Side-Land-Pressure habt und in die Mitte rein spielen wollt, ihr hoffert Fog auf Worn, nachdem ihr Wave gekillt habt auf Bot Lane, dann seid ihr quasi da und der Gegner muss euch respektieren. Daraufhin kriegt euer Team die Priorität zuerst, weil ihr jetzt 5 gegen 4 seid. Dann könnt ihr die Vision Line nach vorne bewegen. Diese Vision gibt euch wieder auf Bot Lane die Sicherheit, weil ihr den Gegner früher seht, dass ihr zuerst pushen könnt. Und das Stormboard sich dann sehr runter. Das ist im Early-Game sehr bad. Mit Side-Land zu spielen und zu Mitt-Land ist im Early-Game extrem schwer. Im Late-Game extrem angenehm. Liegt daran, dass die Mini-Waves nach der 14-Minute halt wieder langsamer werden auf Side-Land. Du kannst anders Wave-Managen. Sieht ihr, sie sieht nicht auf dem Play. Ja, aber es ist kein Play. Schöner Side-Zip von der EU, ja. Die Side-Zip in Minute 33 hat er ja einfach so die Evoles mit einem Side-Zip rauszuhauen. Ach, der Damage von Varus. Er kriegt trotzdem ultra viel Schaden. Bröki, das ist ein Damage von ADT. Und jetzt Alvaro spazieren und wird auch gespottet. Er ist nicht in Tarn-Farm unterwegs heute. Ist Mervyn jetzt schon mega nah. Oskar und er sind beide auf Bord. Nein, wer TP zuerst ist, ist das nicht Oskar, der sagt, wir erzählen jetzt Nash. Mervyn wird ihn canceln. Oskar, das darf ja nicht passieren. Darf Mervyn weg, die P. Und Klopper nein, Zack wird ihn jagen gehen. Also viel gegen vier hier oben. Gucken wir drauf. Er wird nicht angeflasht. Das ist super, der geflasht wird. Und oh mein Gott, er kommt raus. Wird von seinem Genre gehintet, aber es reicht aus. Junsch wird beinahe am Nashorn. Das Nashorn hittet. Jetzt aber Hawaii mit Moten Fischer. Na, TP3. Wird er gecancelt? Na, wird gecancelt ebenfalls. Und jetzt kann Noah... Oh mein Gott, dieses Gamebrücke. Okay, nichts passiert, nichts passiert. Botner maybe, oder? Ja, das schafft sich ganz. Zack überlebt auf... Der Tower wird trotzdem fallen, denke ich, auf Botlane. Ähm... Knappe Fight. Richtig knappe Nummer. Der Tower wird nicht mehr fallen, der spielt nicht dafür. Ja, in Angst, dass jemand kommt. Aber kann bitte einfach Oskar an irgendeinem Punkt Antille kaufen? Er meine gute Mervyn. Er hat ihn zehnmal gesuckelt in diesem Game. I'm just saying. Also nicht zehnmal, aber... Ja, sehr krasse Nummer. Super hält er super, äh... Oh mein Gott. Der AD Carry ist von Mid-Lions, hält er super sein... Sein Cleanse. Ähm... Kommt deswegen raus. Obwohl er Rassok in einem geflasht hat. Super spielt schon echt gute Games, ne? Ja, sehr sicher. Ich bin sehr stark, also überzeugt von ihm, wie er spielt. Ja. Sehr, 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 sehr. Sehr, sehr, sehr strong. Jetzt hier muss super aufpassen, er hat nicht so viel Leistung. Die höchsten Zeit von Legend Bloodline. Aufgepasst vor Poke. Mervyn muss groupen, wenn kein TP mehr. Kamer wird nicht sideline gehen, soweit kommt es noch. Jetzt, das erste Mal hat es aktiviert. Wo wird es hingeholfen? Kommt es da vorne und da kommt es und zwar... Wer spielt denn in der Gäste? Ist die Frage. Oskar anscheinend nicht. Hops erst mal raus. Ist doch direkt Hälfte leben gegangen. Also der ist nicht mehr so tanky, wie das vielleicht im Mid-Game noch war. Soweit ums Überleben der Applaus für Fanatic. Sie müssen hier gewinnen, sonst sind sie raus, Chat. Merleins hat den Luxus, dass er noch nicht Dua Dive für sie ist. Mervyn sollte er echt gut weg. Oskar wird hochgeheilt. Dann macht es er jetzt besser als Rasmus. Oh mein Gott, es zählt ihn. Oh mein Gott, jetzt wird die Backline von beiden Backline Dive Champions. Oh mein Gott, du bist aber tot. MTC stirbt ja durch den Backline Dive. Aber die kamer Mantras Bröteton. Das ist dritte Mantra, vierte Mantra auf einen Punkt. Die stirbt vielleicht noch an... Oh mein Gott, das ist so groß. Sie stirbt an der fucking Leandris Pässe von Mellignans ausgelöst. Mervyn hittet noch, aber Oskar, er hat die Wiederbelebung, oder? Nee, ist auf cooldown, ist das Antilzeichen. Endlich ist gekauft worden, lol. Das heißt, Jumenoid, dieser Azir, der Hawaii Scaling Champion. Like, what is this shit? Der Drakefuck ist dealt und... Oh nein, oh, der Cancel, nein! Was ist denn los in diesem Game? Not this happening! Ich weiß mal, die sitzt sonst bescheinend bei Nachbarn. Also, way, ultrakrasser, ultrakrasser Fight von ihm. Macht übertrieben viel Damage. Wir nennen es hier nochmal. So geht der Play los. Wir sehen gerade DHP, das drachen es nicht leider. Super, super klasse, knappe Nummer mit dem Smite auch. Mervyn die ganze Zeit in der Flanke. Dann kommt Renato dazu und hier achtet auf Elioia und... Ne, auf Razorkult und aus Greenland, die direkt auf den S-Wild draufjumpen. Er ist quasi MTC tot und dann, wie schon angesprochen, Karmault. Brennert ordentlich rein. Ja, Mann. Aber halt eben nicht so hart wie Fuey, der, ja, einfach krankstark ist. Also, es ist unnormal, wie stark dieser fucking Champion ist. Er trifft nicht mal viel, gefühlt. Also, er trifft sich nicht mal so. Er trifft sich nicht mal so. Er trifft sich nicht mal so. Und am Ende liegt der Widen fucking Nash von Hawaii gelastet. Oskar wird sein Leben, aber ist okay. Aber wenn er zweimal stirbt, wird ein Cooldown für Nash zu traden. Das ist YouTube von der Deck. Heißt, sie haben jetzt Nash und sie haben Soulpoint auf beiden Seiten. Die beiden Teams trennen 3.000 Gold. Brücki, ich will von Games. Lass von der Deck gewinnen. Geben wir das 5. Game. Mach Silvers Scraps auf laut. Du und ich machen Tanzparty. Mach Disco an. Hast du siehst du dich da? Ja, machen wir. Ich mach schon mal Reden. Sonst wird? All right. Mach Junge. Findet ich hier schön gebürstet. Auch wieder CC geteilt auf den Nash. Richten erst gelöst. Und ja. Midlands nicht in einer guten Position, um den Fightern zu spielen. Oder zu spielen. At all. Stark. Starke Fights. Ja, Nash ist trotzdem sehr delayed. Seil ist halt ewig tot. Bis der auf der Karte ist, wird noch locker eine Minute vergehen. Er ist erst 20 Sekunden am Leben. Also außer Atipito wohin. Dauerts ewig. Von daher findet ich trotzdem die Welt reingedrückt. Der Nash wird eher zum Stabilisieren und zum Vorbereiten des Soul-Fights sein. Und jetzt wurde Drake in beide Richtungen gesteilt. Von einer wilden Azeroth. Und von einer... Das riecht es krass. Ja, Supparten. Wie sagt man? Ultra Instinct. Irgendwieso wenn die so Spider-Sense ist. Tingling. Hinaus. Was geht da aus? Itembrücklich? Ist es Revenous? Was wird das aus der Pickaxe? Ähm... Es ist doch... Es sollte theoretisch immer noch... Revenous baut sich gar nicht mehr daraus sein. Einfach in der Voris? Ja. Revenous baut sich gar nicht mehr aus. Du hast nur 60% Crit Chance. Schon ordentlich. Cool schon spielen. Friskobischwacher Farm. Das ist normal, Chat. Kammer ist halt mit einem Teamfight. Support. Ezl farmt alles. Und der Nagel Zeitland kammer farmt nicht mehr. Das ist Support-Items. Das ist ganz normal. Also, der wird ja trotzdem was wir gesehen haben. Auf der anderen Seite ist halt trotzdem so, dass halt Sekt nicht farmt. Weil der halt genau das gleiche macht. Deswegen hat der Name Zeitland farmt. Jumonoth ist halt dann... Das ist ganz normale Kammer. Aber du hast recht. Also, die Rolls-Klatscher trotzdem. Heißt, Flammarisen bei beiden Solo-Lehnern. In die eine Richtung und in die andere. Einmal für Jumonoth und einmal für Mervin. Das Goldaufnahme aus meiner Sicht deutlich schlechter wertet als auf Jumonoth. Also, der Y wirkt insane. Der Säck ist fein, aber die Kammer ist auch fein. Also, ohne Gold machen die beiden Charaktere trotzdem viel. Ohne Farm. Oskar jetzt in der Flanke wird gespottet. Oh, Mervin. Trotzdem glaube ich, dass man da... Entweder eine Überraschungs-Engage spielen muss. Oder komplett rausgehen muss, wenn Oskar den Jump in... Du auch als Support-Spieler. Wie ausschlaggebend findest du so ein 3-Level-Diff auf Support jetzt in der 40. Äh, da bist du eh One-Shot. Also, wenn du 14 Minuten bist, wirst du sowieso dead. Okay. Aber, also, ich finde, Level 14 und Rata ist nicht krass? Zu Level 11, Maokai? Äh, ja, aber beide sind einfach sofort tot. Also, wenn die Engage werden. Die machen trotzdem beide ihren Job. Gibt Champs, da ist ein bisschen so different. Zum Beispiel, Alyssa hat ein anderes Level-Scaling nochmal. Aber sowohl bei Maokai als auch bei Renata sind die Jobs schon in den Base-Abilities enthalten. Und die Base-Stats sind halt fast irrelevant, zu dem Zeitpunkt. Ein großer Fan von dem Reset, den der 2-Leck erzwungen hat. Recon mit geilen Worts-Of-Bot-Zeit. Um den Drachen vorzubereiten. Haben noch die letzten Auslauf in Sekunden von Nash genutzt, um das Gold zu verwerten. Alle Blue-Bots kaufen, Red-Pots kaufen. Jetzt haben wir unseren letzten Fight des Games-Chat. Vielleicht gehört der Mega-Nah? Nicht unbedingt. Also, ich spiele sogar noch. Ich bin für euch ein Let-Game-Kreis jetzt gerne Mini-Nah und nicht Mega-Nah. Aber, warum habe ich das jetzt sehr gepokt? Oh, oh, bruch. Ich werde jetzt eine Prediction machen müssen. Wer gewinnt die Fight? How do you win? Ich glaube, der gewinnt. Einfach das Gefühl. Ich kann es nicht hören. Alter, der Poke. Ich möchte es doch gar nicht beschreiben. Aber der SVL nicht ausreichend gepillt werden kann. Also, wir haben jetzt gesehen, woran er gestorben ist. Und die sind sehr einfach zu erzeugen. Wenn die Vy-Hult kommt, dann fliegt Zeg rein. Und dann reicht das einfach damage-wise auch. Für einen doch sehr mobilen Champion wie Ezreal. Das heißt, Kamen ist nicht mehr schilden, damit das nicht reichen könnte. Vielleicht wird es einfach ein Smite 50-50 wieder. Mervyn holt sich hier auf seinem Gromp, den Mega-Nah war. Das ist huge. Oskarinin geht in die Flanke rein. Und Ezreal ist direkt tot. Er ist das, was Brücki gesagt hat. Super, aber auch viel zu weit vorne. Wird einfach gepoint-klickt von Brazorg und tot. Mervyn jumped raus. Sie sehen, sie verlieren wir noch nicht. Ende des Games. Trotzdem versuchen sie zu flippen. Elioja in der Flanke. Wird es der nächstes Meister werden? Brücki, er geht davon. Oh mein Gott. Es wäre so schön geworden. Es wäre so schön gewesen. Aber noch schöner ist. Es ist GG. Ja, wir kriegen so was, Baby. Ich glaube auch, wenn du den Drake ziehst, ist es egal. Wahrscheinlich, ja. Du bist doch Botwef rauf, aber trotzdem... Oh, warte. Nein. Aber Skubi macht nichts. Mervyn ist auch... Wai ist zubelangst. Wai macht zu viel Schaden. Auch Oskar ist komplett fein im Game drin. Welpen an ihn. Und das Ace mit dem Serving-Water wegleihen. Und Leute! Erster bester Five diese Woche. Und es geht direkt die Volldistanz. Fanatic und Mad Lions. Es gehören uns alles. Silver Scrapes, Alter. Ich bin hyped. Das ist schon geil. Und plötzlich wird es ein Champion. Huarweiz zum Problem, ne? Plötzlich haben wir hier einen Champion, der vielleicht nochmal gebannt werden muss. Und immer nochmal nachdenken muss. Und das im Game 5. Das ist schon sehr spannend. Das ist schon insane. Ich glaube aber nicht, das ist so krass an Huaylock im Late-Game. Ich glaube schon mit dem SW3-0-Shut und allen möglichen... Da hast du Möglichkeiten gehabt, right? Aber wenn du sie nicht verwerten kannst... Kann man sagen auch nicht. Weak aus. In vielen Details muss Damage ohne Gold zu haben. Ja. Aber ja, du hast trotzdem recht. Also was der Zauhuter zusammen zaubert und künstelt. Und jetzt das Game nochmal mit unserem... Oder mit... Ja, mit unserem Draft mehr sagen. Nochmal gespielt. Ja. Großer Vorteil Mad Lions. Bisher... Jedes Game hat BlueSight gewonnen. Vier von vier Games. Mad Lions kann jetzt natürlich einfach die blaue Seite auswählen und... Wie machst du es hier? Einfach durch Draft? Wie meinst du was? Ron machst es fest. Also, das Thema hat BlueSight gewonnen. Aber glaubst du, was ist der Grund dahinter? Ach so meinst du. Ähm... Boah, ich glaub für NX ist wirklich ausschlaggebend das Twisted Fate Ding. Und Counterpick Ding. Ja. Auf Bot-Sight. Und ich weiß nicht, ob BlueSight aktuell noch besser für Bot-Lane ist. Also früher immer besser für Bot-Lane. Aber ansonsten... Ganz normale Verhältnisse zur Karte. BlueSight macht besser. Harry, Drake und so. Wo ist... Hab ich die Szene überhaupt? Hab ich einen Twitch-Stream davon offen? Hab ich auch drei? Ist der falsche Browser nämlich. Nice. Weil der hier nicht leckt. Wirklich haben den Drop verpasst. Nein! Scheiße! Jetzt ist es cringe. Wir können am nächsten Drop warten. Wir müssen lauter warten für Twitch-Chats. Silverscapes enjoyen. Ich bin abhängig von deiner Frage, wo die Frage auch gut war. Endlich Silverscapes, Baby. Weißt du, warum meinst... Wir warten jetzt einen Drop-Up-Rookie. Da musst du es fühlen. Ist auch genug, ich hoffe. Ich brauch einfach so einen Mühlen, die sind. So 10 Jahre weit, oder? Ja. Aber was? Ich hätte es mir gern. Der Chat fühlt es schon. Da 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 da! Da da da! Da da da! Da da! Da da da! Wir sind voll klar, wir sind nicht... Füße rennt wie ein Bingner. Ist halt in der leeren Wohnung auch mega-weird-Song. Oh, geil. Oh, man. Oh, falsche Szene. Reicht. Ja, wenn wir die Drafts durchgucken. Ja, was los? Ne, muss ich nur sagen. Oh, nein. Doch, doch. Willst du dich rüberholen für Game 5? Okay, Schatz, ich komm später. Also... Fragst du, ob du mehr machen willst? Triplecast. Achso. Aber, sonst würde sie bestimmt. Ne, ich komme, also ich bin dann später da. Nach dem Game. Siehst du mir bestimmt beim Tolkien-Stream. Wenn man dann etwa abschätzt, wann ich da bin. Bis gleich. Habt ihr einen Power World-Date oder was macht ihr? Ne, wir machen For The King. Was ist das? Das ist so ein... Baldur's Gate kennst du. Ja, ja, ja. Und das ist quasi die Bello-Version von Baldur's Gate. Oh, okay. Aber Ultra Bello. Mal gucken, ob das so gut geht hat. Oh, Mann. Ja, Bröki. Blue Side is strong. Ja, Bröki. Ganz, ganz viel drin. Also, ich bin jetzt super drin. Das ist ja mit der Matcher primär. Da beide Seiten mit Karma jetzt unterschiedliche Games gespielt haben. Kann man es auch in beiden Games jetzt nicht OP aus, aber gut. Ich hab auch nicht Hunger. Ich hab die ganze Zeit richtig Hunger. Für den Moment so Analyst sein. Du hast deine Arbeit schon gemacht. Gehst aber trotzdem... Stehst du daneben. Du willst ja zum Team gehören, weißt du. Ab und zu mal die Hand in eine Snackdose. So arbeitet Analyst in der Pride in der LDC, ja. Trust. Ich glaub, jetzt haben die noch Arbeit, Bröki. Und wenn das Game 5 ist, dann geben die gar nicht mehr. So, weil dann ist ja wirklich alles zu Ende. Dann ist ja... Ja. Jetzt krass ist ja, egal wer jetzt gewinnt. Guck mal, wie chillig mit Lines auch drauf ist. Aber egal wer gewinnt, morgen gegen BDS. Und wenn du dann gewinnst, nochmal gegen T2. Da nicht ausgelockt sind, ist auch schwer. Verrückt. Haben wir im anderen Stream auch noch? Ne. Ist immer auch der Stream, oder? Ja, ist der Stream. Ja, ist der Stream. Das war so geil, weil... Ich bin super die ganze Zeit drin. Aber... Oscar Rinn, der auch... Lein, ja. Sehr ziemlich die Tresse geklappt. Er hat mir auch wenig... Er hat ja auch nicht Bröki bekommen, weiß? Er passt also aus. Ja, er hat ein paar Platten verloren. Aber er war fein in CS und alles. So, also... Ja. Da war Revan schon durchaus was dabei, ja. Aber er hat auch Antir gekauft. Im Moment wird auch richtig gut. In jedem Fall. Nur noch die Meldach-Trainer, aber in jedem Fall wirklich viel Damage machen. Das ist so heftig. Wow, was ist das für ein Bild? Wie ist das? Kennst du dieses Meme mit Brad Pitt und Leon DeCabrio, wo er so hoch zeigt, auf der Kausch? Ja. Wir haben mir eine Weibgegeben von all den Team Dudes. Wir sollen auch irgendwie die hochzeigen. Hannes, zeig mal drauf. Wir haben alle hier, weil das. Vielleicht mal einen oder fünf, fünf Leute. Aber du musst jetzt halt Madden sein. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sie haben Seitenwahl, Game 5, immer der Fehler, Seitenwahlschalt für euch zur Abholung. Und man hat 9Square Blueside gewählt. Und ich sehe, Udo Abner hat Zeit sich in die Analysewerke zu setzen. Ist das schon raus, ja? Ja, ja, ja. Er ist früher rausgeflogen, der Bro. Ja, absolut. Aber ich denke, das sieht krass aus, oder? Er hat so eine Weib eines rumänischen Mafia-Bosses. Schon, ja. Der hat so einen Ring am Finger und diese Uhr und dann die Kette. Der Anzug. Wirklich. Wirklich Scanner-Fanatic. Leute, wir sind nicht in China. Game 5 Scanner ist ein chinesisches Ding. Ja. Ist es? Ja. Wir haben nie Scanner gesehen. Und dann letztes Jahr Summer-Playoffs, dreimal Game 5, nur dann Scanner gewählt. Von drei verschiedenen Leuten. Komplett seltsam. Ich, so Game 5 ist halt QSS gebannt oder so, Ruki. Ich weiß es nicht. Ich denke, Scanner ist sogar... Ja, du bist ja auch, du kennst deinen Tanzherrer persönlich. Kein Wunder, dass du da eingenommen bist. Ja. Aber, ja. Schleister-Chemping? Teco, Teco, bist du gerade da? Ist Scanner gut? Wenn nicht, dann nein. Teco, Teco ist auch drin im Chat. Ey, da ist der Direkt-Tote. Vielen Dank für den Zappen an den Video, Bro. Würde ich mir fühlen. Ramos, die Sonne mal so richtig wie in den Shit spielen. So richtig wie in den Shit. Listen, Ruki. Game 5, Blind-Pick wie damals OGN. oder Game 5. Fearless. Alles Champions-Fall. Ja, ja. Das finde ich geil. Fearless-Draft, wir sind sowieso ein Riesen-Fan von uns. Egal, welche Liga. Ich sag's immer wieder. Macht eure Liga Fearless-Draft. Bänger. Zuschauerzahlen werden eskalieren. Wenn es die erste Liga, die es macht. Ja. Das Problem ist bloß, du kannst es nicht fair machen. Inwiefern? Ja, wenn du... Wie machst du Fearless? Also ist es dann so, die Person, die... Die Seite, die Champions gespielt hat, darfst sie nicht mehr spielen oder dürfen alle sie nicht mehr spielen? Alle nicht mehr. Dann hast du ein Rieses Problem. Die Seite Blue-Side kriegt einmal OG-Draft oder so. Oder Red-Side, die noch etwas Meter ist. Ja. Dann sind die Champions raus, die haben Free-Win bekommen. Hm. Was machst du dann? Aber... Du, also wenn wir so Champions haben, keine Ahnung, die so hoch in der Privio sind, wie zum Beispiel Senna in diesem Patch. Ja. Korea hat First-Pack Senna die ganze Zeit, Europa-Bunds jetzt die ganze Zeit. Und der Champion ist broken, du darfst ihn einmal spielen, der Gegner nicht mehr, dann hast du dadurch Blue-Side noch... Okay, lass uns sagen, du spielst einfach den ersten Draft normal mit Bunds und ab dann hast du Fearless. Dann kannst du jetzt einen krassen OK-Pix rausnehmen. Ist schon ein Ansatz, den wir schon besser gehört, das ist eine grobe Misslösung. Anyway. Lass du ruhig auf das TV-Score, da seht ihr nämlich Jumelo im Chat. Wenn man weiß, genau ist es du oder da, er wird oft gehypt als bester Mitländer nach Caps. Was hast du mir zu vieles sagen würde? Zu was? Zu vieles. Du kannst ihn interviewen. Wir können ihn in der Arena gehen, ich kann ihn anfragen als Interviewpartner. Aber, also, können wir machen. Bist du Bosse Bock vor Ort? Ja, dann fahren wir gleich noch hin. Wir fahren. Wir fahren los, aber ins Auto. Wir müssen gehen alleine, Carsten. Nee, Jumelo hat oft gehypt als zweitbeste Mitte in der Liga halt nach Caps. Man möchte auch super gerne nochmal gegen ihn spielen. Im Best of 3 hat man sich ja 2-1 getrennt für G2. Fendek war also gar nicht so weit weg davon, im Gegensatz zu BDS, die einfach 300 Euro die Fresse bekommen haben. Jetzt hier trennt ihr ein einziges Game von dem Zugang zu BDS morgen. Und ich persönlich hoffe einfach, egal wer morgen bei BDS spielt, dass sie verlieren. Und eine Pech von Anim oder Genax, weil ich nicht nochmal G2 gegen BDS her möchte. Ich glaube, das wäre nicht so spannend. Fendek oder Madeline's Call wäre, glaube ich, extrem interessant zu sehen. Fendek halt, weil es Fendek gegen G2 ist. Aber auch, weil wenn sie hier gewinnen, dann haben sie gesurft. Und das wäre auch verrückt, wenn sie es schaffen würden. Denn das erste Game von Threadsation in Game 5 ist nicht einfach. Und diese bosshafte Kette von, was ist da drauf? Ist das eine Krone? Im Ersten gedacht, das wäre so ein Elden-Ring-Baum. Ja, auch geil. Aber es war kein Urtree. Das ist eine Bären-Tatsache. Eine Bären-Tatsache. Cool. Der Top-Line-Bär. Der Fony-Bär. Scheiße, Kampion. Fast so schrecklich wie der Wolf. Der Wolf hat gewacht? Nein, keine Sorge. Der Fony hat gewacht. Achso. Okay, okay. Ich hatte schon Angst. Ich hatte recht so das Unglaue mal im Gesicht. So, was? Der Wolf? Odo war beim Friseur und genau deswegen ist er auch letztlich im Play-Off. Das ist ja auch ein Unterschied, ne? Das hat nur noch mal gespielt letzte Runde. Er war... Varus. Varus. Er war nicht besonders auffällig. Er sieht aber ausreich gewesen, natürlich. Tausende Minute knapp ist schon stark. Ja, nein, safe. Aber er wäre nicht auffällig dabei, wenn ich. Ja. Ehrlichfalls war es unscheinbar, weil Ezreal 3-0 eröffnet hat. Bei der Eröffnung wird es immer hart, deswegen auch das negative Gold. Trotzdem Noah auf Ezreal stark, super auf Ezreal stark. Der Champion ist vielleicht ein bisschen mehr am Comebacken. Europa und vor allem Korea waren immer krass auf Ezreal. Europa hat auch so erfinderisch sich angestellt mit dem Blue Ezreal-Bild und Noah. Vereint diese beiden Aspekte an sich. Er ist Koreaner, er bespielt in Europa, Alter. Bruder. Muss doch nicht sein, ne? Aber ich glaube, er wird nach dem Patch auch ein bisschen sterben. Also der ist 14-2. Oh, okay. Auf dem nächsten Patch werden zum Beispiel, also der Q wird zurückgenommen und die Ulf. Oh, das ist schade. Ich finde, Ezreal ist so geil zum Zugucken. Ja, aber der ist komplett hoch gewesen. Ist das so ein Bruch? Er wirkt nicht Bruch. Ja, vielleicht für Competitive nicht, weil Ezreal in Competitive hat teilweise outvaluediert von anderen Edicts. Zweitens hat er mehr Setup und so, kann andere Edicts eher in Szene setzen. Die mit Kragas-Kaiser zum Beispiel. Aber gerade in Solo-Queue war der halt in Szene hoch einfach. Ist lustig eigentlich, ne? Weil Kaiser in Solo-Queue gar nicht so stark. Wird hier gut genutzt mit Kragas und Ezreal andersrum. Competitive vielleicht. Ja, wenn er nicht gerade sowieso schon stark ist, nicht so gern gepickt. So, Bruchy, die Nerven. Darüber redet jemand immer gerne, ne? Die Nerven. Ja. Wie geht's dir so in Game Five? Wenn er in den Ur-Game Five war? Wie warst du da drauf? Ja, immer ultra selbstbewusst, so. Ich war ja dabei, deswegen ist die Frage dumm, aber ich wollte dich zum Erzählen bringen. Ja, ne, also ich generell, ich glaube in meiner, vielleicht in meinem ersten oder zweiten Aufländerwende nicht, aber danach weißt du ja auch, ich hab hier schon gewonnen und du kleine Sau noch nicht. So, das ist ja immer so. Und es gibt halt unheimlich viel Selbstbewusstsein. Wenn du auch weißt so, okay, ich hab jetzt genug von euch gesehen, ich weiß jetzt wie ihr spielt und jetzt fick ich euch, dann ist halt, das ist so eine Typenfrage halt auch. Ja. Und auch eine Altersfrage würde ich sagen. Ja. Weil für viele von ihnen ist es wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber die haben natürlich so den Umgang damit und können die Situation vielleicht noch nicht so gut handeln, sind auch sehr jung und dann sind die Nerven da, spielen vielleicht eine Rolle. Allein ist einfach lächelnde Gesichter, komplett am Chillen, sind wahrscheinlich auch selbstbewusst, weil sie wissen, dass es Blue Side und sie haben noch nicht verloren darauf. Sie haben auch darüber schon oft erzählt, dass sie sich nicht wirklich mehr als Rookies fühlen. Er meinte auch, Rookie soll keine Ausrede sein. Du musst deswegen, da hast du keine Freikarte oder so. Und die Bühne kennt sie mittlerweile, sie haben auch viele Fans vor Ort, mal gucken, wie sie das Ganze ausstellen werden. Ich würde sagen, bei Jun ist es vielleicht so, wenn du ihm ins Gesicht hier gerade guckst, ne? Ja. Ah, bisschen nervös. Maybe, aber ist von außen schwer zu lesen, ne? Natürlich. Auch dieses Lachen kann ja einfach überspielt sein. Man muss die Narratives erschaffen als Caster, wirklich. Man muss die Narratives erschaffen. Ist richtig. Ist richtig und du hast völlig recht. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen am schwitzen. Der wird wahrscheinlich gerade ganz schön... Muss sein, die Renate ist das Game, unabhängig von meinem Joe-Kommentar. Ja. Er hatte schon ein paar Sachen mit seinen Flanks und so. Ey, speziell Wolligan, ne? Wolligan, ne? Weil er einfach Counterplay kreiert, wo gar keins stattfinden musste. Aber, und das ist auch wichtig, die Renate Uhls, teilweise eingeflasht, um vom Tempo her besser zu passen zum Engage. Mega gut. Sick. Ja. Deswegen Wolligan vielleicht bei Unsicherheiten und hat sich auch wieder eingefunden im Game. Ist auch so ein Ding, ne? Nicht jeder ist es gewohnt, fünf Games auf höchstem Level auf Dauer zu spielen. Das ist auch etwas, da wächst du rein mit der Zeit, auch mit der Erfahrung. Und, ähm, das kann anstrengend sein. Für uns war es immer so, Game 5 war Comfortzone, weil wir auch immer wussten, die Gegner, die sind sehr nervös, wenn sie gegen einen hochspielen. Ich glaube, es hat keins der beiden Seiten hier. Diese Storylines, die Narratives muss man jetzt aus der Luft greifen. Aber wenn sich immer wirklich richtig wohlfühlen sollte, dann eigentlich Humanoid. Wir gehen rein! In Pick'n'Ball-Fahrers letzten Games. Wir haben keinen Land-Diener und keinen Silver Scrapes. Wen willst du ficken? Hm. Woher schlechte Wege-und-Ball-Musik ist das denn? Wo ist Land-Diener? Oh, ne, bin ich kein Fan von Riot Games. Aber Karma ist offen, Xena ist offen, Varus ist offen. Brückli. Ash wird sogar gewandt, diesmal. Leider früh. War vorgewandt. Ash war gewandt. Weiß ich aber jetzt nicht. Kann sein. Karma und Xena. Einer von beiden wird durchkommen. Und Huay und Quesante. Quesante war letzte Runde gewandt. Es wird der Varus, der durchkommt. Doch bitte nicht Quesante. Es wird Quesante gespielt, ne? Es wird Xena gespielt, getradet für Karma Quesante oder so. Boah. Obwohl Karma Quesante nicht so geil ist. Wo hast denn Ellie Carey recht früh? Ich glaube, die Karma ist eigentlich nicht so useful, no? Ist Karma so OP, dass sie es rechtfertigt? Also Oskar will Quesante haben. Safe. Was sie gerade machen konnten, so hatten wir ja, hast du ja auch mal gesprochen mit dem CS-Sharen, dass sie nicht so viel CS brauchte. Und die anderen haben sehr viel mehr CS bekommen. Das ist schon ziemlich unique für einen Mitleiner. Ja, stimmt. Das hast du recht. Und ich glaube, das ist schon nicht schlecht. Aber wenn ich jetzt first picken, keine Ahnung. Das hat wieder so ein ultra-flexibler Pick. Kannst du einen Maoka hinterher packen. Einfach nur, weil du dann kannst überall hingehen. Ist noch komplett offen. Korea würde jetzt die Norte des Takeaway machen sogar. Auch sogar selbst mit Karma Pick, weil sie nicht gegen Senna und Norte des spielen wollen. Ist das so stark? Aber sie spielen es anders. Korea spielt Farming Norte des. Und Senna fastet. Full Farming? Full Farming? Oder Hälfte der Hälfte? Norte des Farms. Es gibt keine Hälfte der Hälfte mehr. Und das ist genau auf dem Patch. Ja, ja. Es ist deswegen auf dem Patch anders. Und Senna in Europa farmt. Deswegen sind Milliardjobs nicht ganz vertraut. Weil Korea hat dann mehr games gekriegt als LEC. Mit Senna Pryor. Die ist jetzt recht neu, jetzt diese Woche so high Pryor. Und es wird SV Karma Brücke dafür fehlt, dass man es ja vielleicht auch zusammenspielen sollte auf Botlane. Richtig. Und was sagst du da so? Wer Senna Norte des jetzt kommen sollte? Senna on, Senna Saion haben wir in Korea gesehen auch? Ähm. Ja, es ist immer noch. Es ist immer noch Double. Einfach bei Senna ist mit dem Early Game. Auf diesen ersten paar Level. Gerade dann, wenn Karma SV ultra stark sind. Auf den ersten Level sind dann noch ziemlich ruhig. Weil sie sich jetzt hochfahren muss. Sie ist nicht stark in den ersten Level. Okay. Interessant. Hat kein gutes Early Game. Boah, ich finde die Drop mit Poppy geil. Aber der gesamte Takeaway von Oskar. Das ist der erste Game, dass wir da sehen, dass Oskar da kontestet wird. Und er sagt, Champion Opfer als Erfolg. Und Mervyn wollte Counterpicken mit Varus und Co. Ich mag Poppy sehr gegen Wein. Aber nur, wenn du auch wirklich gern seit Invaden gehst. Du musst Invaden Level 3. Du musst zwei spotten. Du musst ihn am liebsten töten. Und versuchen sie abzufucken. Also das kann funktionieren. Oskar ist natürlich auch für Poppy bekannt. Spielt er auch das öfteren. Darf ich den Draft abrunden? Ja klar. Wir nehmen auf Mad Lions Seite gleich eine Seraphine. Wow. Wird nicht kommen. Und maybe eine Syndra. Oh wow. Wenn sie jetzt Bruegel und Frederik da spielen würden. Ja, ich finde es auch so sehr stark. Aber wenn sie nicht picken. Ne, mach mal bitte. Willst du den Seraphine farmen lassen und Senna fasten oder wie machst du es? Äh, Seraphine farmen. Okay. Und Senna bitte fasten. Ja. Haben wir schon ein bisschen die Richtung gesehen mit Double Support. Also negiert auch zum Beispiel so die Lanes. Also die SPL Lanes, wenn er so hart negiert. Ja. Weil er dann für Seraphine was dann durchschreibt. Wenn man später der Poch von Kamerl will. Du hast einen Senna. Du kannst ihren Poch von zu schilden. Du hast ein richtig sickes Teamfight-Setup. Mhm. Mit guten Follow-Offs. Seraphine macht alles, was der Draft will. Du hast einen guten Zugang schon gepickt mit Vai und Santa. Und du hast unendlich viel Scaling. Also du hast mich komplett überzeugt. Du hast mich komplett überzeugt. Ist auch eine Draft, die ich mit dir unglaublich gerne spielen würde. So mit Seraphine, Senna. Und am liebsten noch Freddy auf Longer Range als Sünder. Ich weiß nicht, ob du Sünder möchtest. Ich würde so Asir. Sünder ist so Disengage-lastiger. Ja. Damit du Blush in den Zugang. Verstanden. Und dann würdest du eigentlich noch ein bisschen mehr Disengage haben. Damit einfach nichts passieren. Und Sünder kann einigermaßen Zeit nehmen. Ich glaube die Realität wird sein. Karma Asir wird gar nicht bald gespielt. Wir sehen jetzt auf gar keinen Fall diese Champions, die du gesagt hast. Und die Realität wird auf was ganz anderes. Wahrscheinlich. Ganz ehrlich, ich finde die Draft geil. Aber der Champion-Pro reicht bei vielen Leuten nicht so richtig aus. Für wirklich krasser Flexback. Deswegen ist die 2 so krass. Weil die das actually Flexbacken auf der 5-4-China-Position. Oh, wenn jetzt auch ein sehr, sehr starker, nerviger Champion. Marokai Hava. Könnte auch eingeloggt werden. Aber ich weiß nicht, ob ich Marokai so fühle. Naoto ist gebannt. Das ist der Standard-Champion mit Senna. Jetzt ist die Karate quasi offen. Sion, Ohan, Marokai. Du spielst irgendeinen Tank-Botlane. Und das wird jetzt also diese Runde scheinbar der Baum werden. Wir sehen das Schumerianische Duo. Asir ist durchgegangen bis jetzt. Haute still. Ja, Korea sagt auch, warum zu Fick ist das passiert. Aber Jumor don't do Tristana, oder? Würdest du so Tristana... Das ist sehr weird, oder? Du hast dann gar keine Frontliner. Also, du hast nur so Off-Frontliner quasi. Aber du kannst ja nicht mit in das Frontline picken. Außer du sagst, du pickst jetzt Supports Frontline. Machen sie es selten. Fuck. Sie picken Astana. Jumor is confident. Möchte Rauch-Dashen und Schaden machen. Double LD Carry plus Poppy plus Gwen. Die Brücke gesagt hat, das sind so Pseudo Frontline. Fühl ich ja nicht. Also, ich finde den Dorn von der Deck ist cool. Aber die Lanes sind geil. Mit ist geiles Mannschaft. Drop ist geiles Mannschaft. Und Boss ist auch geiles Mannschaft, meinst du? Ja, ist auch so. Also, Finn hat drei Winning Lanes, ne? Drei Winning Lanes, ne? Drei Winning Lanes mit Poppy Invaded. Ja. Wenn sie im Early Game 5 finden, ist die Drops eigentlich einfach Winning. Weil Poppy sorgt dafür, dass man nicht kecken kann. Und die Lanes gewinnen ja ihre 1v1s, 2v2s. Und dann ist es sehr angenehm. Aber die Frage ist halt, Snowball-Fanatic das clean runter. Ich guck nicht viel LSC. Ich guck nicht viel Profi-Play. Ja. Und ich sage, wenn jetzt Fanatic gewinnt, dann glaube ich noch an EU als Region. An einen gewinnen wir Worlds? Dann gewinnen wir Worlds. Danke für Worlds, Chad. Dieses Jahr in Berlin und Europa. Ich hab das gehört. Hört uns hier vor. Es klebt es. Macht das auf Twitter auf Brülki. Wenn ihr das Recht habt, dann gibt die 100 Zap. Gibt's. Es sind fairerweise drei Winning Lanes, wie du schon gesagt hast. Ja, ja. Und es ist ein Jungle, der mit dem Anime-Jungle gut umgehen kann. Auch entbaden kann. Spiel ganken kann. Fenerik hat sich auf jeden Fall aber auch die Pistole auf die Brust gesetzt. Und ich glaube Teamfights wäre besonders möglich. Ich bin sehr gespannt auf das Hotline-Match-Up. Wir haben nämlich gesehen in Game Nr. 2. Oskar war der Cassante und Mervyni Gwen. Und Oskar hat Solo-Kids geholt. Jetzt ist das Match-Up genau umgedreht. Mervyni auf dem Cassante. Vermutlich besserer Top-Lainer. Und das war er eigentlich auch die ganze Zeit dabei. Spielzeit in dem Match-Up war es hier nicht der Fall. Ist das ein Edgar Brülki? Ich glaube ja, ne? Ja. Rein ins Game, Brülki. Weiter geht's. Game 5-Chats. Are you not entertained? Soll ich die Spieler auch mal als Vorbild nehmen. Oben rum hier. Das neue Overlay ist geil. Bei diesem Schwarz-Blau gefällt mir sehr gut. Gefällt mir besser als dieses Neon-Farben. Und wir haben Sweeper Level 1 auf Jun. Heißt theoretisch sogar möglich, dass er hier für den Welt gehen möchte. Denn oftmals wenn wir das Spiel gehen, gehen wir für Wards auf Botland und auf Topland in den langen Büschen. Oder wir contesten direkt Olli gerne in den Wald und invaden. Das fände ich so gut. Eigentlich finde ich es sogar besser, wenn Razorg invaden würde nach seinen eigenen Camps. Auf Level 2 sogar. Aber wenn du Level 1 schon Botland in die Maps bitten kannst. Insane. Sehr, sehr stark. Kein Support, dann ist es tatsächlich normal. Mittlerweile kann man gut machen. Ja, Standard. Wo bist du? For the King fängt an. Ich habe Toi Toonsen schon geschrieben, Crapo. Ich bin gleich da. Also, Brülki, wenn du jetzt dringend benötigt wirst, dann kann ich dann... Nein, nein, nein. Game 5 ist schon geil. Der King kann auch mal warten. Ja, du wolltest doch Support-Leitern erklären, oder? Achso, ja. Im Moment kannst du das Support und diese Stacks vom Support-Leitern, womit du Minions sharen kannst. Die stacken weiter in der Base. Das heißt, du kannst im Moment sehr, sehr cool mit dem Dorans anfangen. Sehr gerne bei dir. Er hat ultra viele Stats. Sehr kosteneffizient. Richtig nice. Mich wundert fast, dass Jun hier nicht mit dem Dorans Ring zum Beispiel anfängt. Jetzt kenne ich aber auch fairerweise die Mana-Regenerationswerte nicht von den Support-Leitern. Vielleicht sind die einfach höher als von Dorans Ring. Ja, das wird trotzdem sehr fein. Das sehen wir auch super oft in Korea mit CP und allem, dass die Supports resetten. Bei der 4-Minute sind die durchgesteckt, du kommst zurück, kriegst alle Stacks plus direkt... Oh Gott, der hat so. Ist mega angenehm. Ich glaube, was liegt aber auch ein bisschen daran, Brücki? Eigentlich normalerweise macht man das ja, wenn man sich sicher ist, man kann resetten in der 4-Minute. Und es kann man eigentlich, als kann man es ja doch besser sicher sein, dass du WF ausbekommst. Eben, ne? Deswegen ergibt der Angelegenheit von voll Sinn. Jetzt hier Krux starten, ne? Ey, Julia ist ja aber wieder schlau. Oh, er kriegt den... Ist nicht so schlau. Jetzt hat er es verloren und flippt am Ende. Ist richtig, ist richtig. Krux spawnen ja später, aber dass das geklappt hat? Aber er hat zumindest mal den 4th Hobby-Flash bekommen. Ist ja auch nicht so schlau. Oh mein Gott. Das war 2 nicht respektiert und das kann... Und das kann... Ohl und Dorans Schild ist es ein Kill, ne? Ich sag's wie das ist. Auch noch zu, ja. Ohl und Dorans Schild ist ein Mau und Toter Baum auf meinem Bildschirm. Mau und Usain, er hat kein Gold zum Basen. Und ohne Dorans Schild hat er noch nicht so viel Lifefrag. Richtig. Dorans Schild ist aber wirklich sehr OP, gerade wenn du ein bisschen weniger Leben hast und viel getradet wirst. Man sieht die Winning Lanes von Fnatic, damit müssen sie Snowballen. Ihre Draft ist nicht terrible late, aber sie brauchen ein gesundes Goldpolster. Und dafür gehen sie mit einem weiteren Dive von Resort. Großer Fan, Hextech Flash. Freigeschaltet. Level 1 Spotlane immer noch. Oh, der Känselt von Alvaro. Oh, der Känselt so gut. 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 Reicht das? Kriegt er ein Känselt so gut? Das hätte noch viel schlimmer sein können. Es hätte noch viel schlimmer sein können. Fanatic. Was sagen die M1-Score-Fans waren lauter, aber die sind auch mehr. Aber die Fanatic-Fans ist einfach eine geile Atmosphäre im Stadion. Immer wieder gewesen, wenn diese Powerhauses aufeinandertreffen. Ich hoffe so sehr, dass das Internet am Sonntag klappt, dass wir da auch mitnehmen können. Fanatic. Fanatic und TSM wurden auch gechantet. Und natürlich auch Mad Lions. Mit irgendwelchen spanischen Worten, die ich nicht kenne. Top der Matchup ist relativ spät in Favor für Gwen. Richtig? Ja, ja, ja. Geil viel spät. Also wenn du nach vorne kommst mit Lyftmaker schon winning. 1300 Gold Reset ist das Wichtigste. Bei 1300 Gold hast du Haunting Geist und dann bist du stark. Also das Känselt kriegst du. Du musst dich ins Frettfrett springen lassen. Spät sieht doch gar okay aus, ne? Das ist dann noch ein Potted Vantage. Für Skowitsch ist eigentlich schon eingeworfen. Aber ist nicht terrible für Azir. Ja. Auf der Mitte. Wird aber gewollt von Humanite. Gut gecallt. Von der Botlane da. Und ja. Was macht man jetzt gegen den Freeze von Fanatic auf der Botlane? Das würde ich gerne wissen. Da würde ich gerne mit Super und Aurao über sprechen. Weil die Freeze zu lösen ist so schwer. Sie gehen den Weg Koreas, aber ohne Teleport auf Maokai. Sie spielen Farming Maokai. Sender Pharma Support Item und jetzt wird Maokai die Minutes fahren müssen. Die Frage ist, kann er das? Er ist so behind. Und er roamed ja auch gerade wegen des Freezes, wie du gesagt hast. Botan ist ja so fucked. Ja. Level 2 Maokai. Der farmen muss by the way. Der kann nicht zurückkommen über Support Scheiße. Der ist actually fucked. Der ist actually komplett fucked. Ich glaube mit Linespiel so ein bisschen in den nordkorellischen Ansatz. Weil einfach niemand farmt. Amin ist true. Das ist nicht wie Koreas spielt. Koreas spielt Teleport auf den Supports. Amin. Bulgi hat nicht Unrecht. Das ist aus Maokai die Minutes nehmen, aber wie? Aber wie? Oh mein Gott. Es ist so low. Oh mein Gott. Er kennt nicht ein Minutes, ne? Er hat alles gemisst. Und jetzt auch die Senna Q. Er hat den nicht bekommen. Er hat ein Minutes bekommen. Er hat ein Minutes bekommen. Er hat ein Minutes bekommen. Den er nicht geshared hat mit Senna. Oh mein Gott. Double Supporter dem ist genervt. Das geht nicht mehr auf 14.2. Deswegen wird Maokai Supporter nicht kaufen können. Das geht nicht. Er muss farm. Und er... Wow. Viel Spaß. Jeder kennt Starving Senna. Hast du schon mal Starving Maokai gesehen? No. So. Razog hier auf dem Drake. Äh. Das hat natürlich viel mit der... Mit dieser Bot dann viel zu machen. Heißt jetzt die... 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 So hart am Playbeer jetzt. Wir sind... Midland is losing. Top Man wird outscaled. Er hat Haunting Guys Base. Was perfekt ist für... Für Oscar. Und Bot dann wird gerade richtig hops genommen. Ganz kurz nochmal in kurze Eigenwerbung. Ich würde mich durchaus auf einem... Auf einer Season-LC sehen. Wenn da jemand noch Tipps im Draft braucht. Ich hätte einen für euch. Also ich sag mal eine Seraphine. Wer hat nicht passiert? Ja. Also... Fnatic's Draft wie angesprochen. Halt schwerer später. Aber drei Winning Lanes. Das haben wir im Draft gesagt. Und Fnatic delivered gerade. Und bei dem Level an die Botline gerade nach hinten fällt. Die kommt von... Midlands finde ich geil später zu spielen. Persönlich mag ich es extrem. Marokai mit Double Hyper Carry immer stark. Und dann auch noch halt Frontliner an Mass. Aber wenn du ein Lanes so gestoppt wirst. Looks rough. Ja. Drake also weg. Goldvorteil ist schon sehr, sehr gut bei Fnatic. In 6 Minuten 1000 Gold pro Drake ist huge. Der Hexträger ist noch ein Zähn für jeden einzelnen Chef in ihrem Team. Also... Arjen würde sagen 3000 Gold. WFF werden wir nicht contesten. Sagt ja nicht so, aber ungefähr. Also... In der andere Position. So oder so fürs Gesamte. Also... Dass man Dein Skull so weit gekommen ist, ist crazy. So oder so. Ob wenn sie jetzt nicht ganz den dritten Platz schaffen sollten. Und dann wird der 4-Mann-Dive aufgesetzt. Ah... Das ist so schön. Die Web ist gone. Die Web ist komplett weg. Marokai darf nicht spielen. Marokai darf nicht spielen. Senna ist okay sogar. Marokai darf nicht spielen. Ja, Senna ist... Actually das war für Senna wichtig. Weil sie wieder auch die Seelenfarm quasi joggen. Unterm Schuld. Und da kommt sie ja auch kaum ran. Weil sie kriegt später immer Gold for free, weil sie Support-Items hat. Das ist schon absurd bei Support. Ne, die Carrier gesund wird, was ja in dem Fall der Marokai ist. Der ist einfach fürs Game dann. Ja. Aber der Seelenpunkt ist auch absolut korrekt. Und genau diese Seelen kann man vielleicht auch in der Ibis bauen. Oftmals ist es denn die Void-Groobies insane auch für Senna zur Soul-Generation gewesen. Sie darf niemals hochrotieren, wenn sie so spielt. Marokai braucht sie, um zu farmen. Joa, ne. Also es ist rough. Bei den Lanes, ja, sind auch halt überall einfach am Start. Also wir haben Top-Lane, Jungle, Mitte und ADC. Geht nicht schon über den Gold und in den CS ist es wahnsinnig. Ja, vielleicht muss noch den Kling durchstehen wollen. Ist nicht komplett viel mit der Draft. Und dann Poppy spielt da der Main-Carry, weil... Also der Main-Tank, sorry. Weil die Grand wird ja einfach uneinklickbar und tankt nicht wirklich irgendwelches Feld. Die fliegen sogar durch sie hindurch und ignorieren sie. Aber Poppy kann heute wegholt und Razok wird weiterhin ein gutes Game spielen müssen, um das zu enablen. Er sollt jetzt für Void-Crafts gehen, wenn er denn möchte. Oder aber nochmal, Bot-Lane, Slow-Bush to Dive. Midlander-Azier. Interessant ist okay. Auch guter Fies von Preskobi gerade, fairerweise. Er generiert damit wieder ein CS-Lin in die andere Richtung. Also leicht aus, sag ich mal. Aber er gibt damit halt die Wolken-Crafts ab. Er kann ich nicht contesten oder so. Ist fine. Level 6 auf Y, Brüggeton. Haben wir ein Play? Sobald du siehst, die Wolken-Crafts sterben, hast du vielleicht ein Opening, aber nope. Wird so nicht gesehen. Puh. Ich frag mich auch, wenn du jetzt an, wenn du gangst jetzt Bot-Lane. Oh, 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 oh. Oh, einer One-Player. Mervyn will. Oh, hat die Q gemisst? No. Er jumpt raus. Wichtig. Poppys auch da. Er kriegt's global announce mit er weißes oder so, wenn er Tab drückt. Aber nicht schlecht von Mervyn. In der Menschheit wurde er vorhin so gekillt. Als Gwen. Jetzt möchte er den gleichen Favor erwidern. Das Q wird angesprungen. Muss aber auslashen. Juno Neuts. Muss flashen. Juno Neuts, bitte flashen. Juno Neuts. Juno Neuts, bitte flash doch. Es ist Game 5. Du kannst für das nächste Game dein scheiß Flash aufheben, Mann. Nicht zu sauber tun. Flash doch einfach die scheiß Optics des Turms. Und von Asir-Santa-Daten weg. Bruder, er ist nicht Doublelift. Es geht nicht für das nächste Turnier. Bist du im Sportbetten-Game? Nein. Nee, aber es ist Game 5. Ich will weniger Game haben. Und Fredrik hat so ne... Aber was ist das denn? Du hast doch gesagt, du willst Europawäben ist ein und wo als krass sehen, Bröki. Ist richtig. Ja, aber dann ist das nicht krass. Da nicht zu flashen. Das ist ganz normale Interaktion. Das passiert immer wieder an den Games, die ich sehe. Und dann musst du halt mal flashen als immobiler Champion, wenn der gerade kein Dash-Ready hatte. Der hat keinen Reset auf der W. Soll, just do it. Er hätte auch zu jedem Zeitpunkt flashen können. Ja, Bröki. Weil ja sein Jungle-Name noch da war. Ich weiß. Also... Das ist jetzt schön. Ja, ich wäre auch sehr... Ich war auch sehr sauer. Ähm... Aber... Bröki, du bist schon zu reif, weißt du? Ich bin auch temperamentvoll und du bist halt... Du bist schon abgehärtet. Du bist neiner Spanier. Bist du auch im Herzen. Äh... Er ist auch neiner Spanier. Und deswegen den Favour return, da ist unten auch Sterbengang. Äh... Gegend wurde gespottet von Razork. Und in den Countdown gekriegt. Und noch zu bad, noch zu bad. Aber einfach mal flashen. Einfach flashen. Es gibt da keinen Count nicht zu flashen. B-Chelts sagt, ne? Guck mal, der Bro heißt weise Wahrheit. Und er schreibt, jeder Iron-Spieler wäre geflasht. Und er hat Recht. Das ist wirklich eine sehr weise Wahrheit. So, Bruder. Das ist so... Na egal. Geflasht oder TP oder Fettfinger. Aber ja. Dann hat Noah noch einen Kill getradet. Also, nicht wirklich getradet. Er hat einfach einen Kill bekommen. Aber nichts mit ihm zu tun gehabt. Und dementsprechend er hat nur jetzt zwei Kills. Und dann nach dem Maokai-Dive. Mal einen oberen Kill umdrauf gegen Elioja. Und Fanatic immer noch happy. Aber... Wir haben jetzt kein insane Vorteil weiter anlangen können. Gerade auf dem Mittleren, der sich noch stabilisiert, ist das insane. Als ihr dann erst das Tufkauf Welfkir bekommt, kann die ganze Karte entlasten. Also... Mal sehen. So, drei Boots und noch Maokai-Ready. Kann also schneller zumindest laufen. Darf jetzt aber hier auch mal hinten sogar. Ist echt lieb. Ähm... Vor allem dann bei... Ähm... Vor allem bei... Vor allem bei... Ähm... Vor allem bei... Vor allem bei... Vor allem bei... Vor allem bei... Äh... Vor allem bei... Vor allem bei... Der ist auch gespottet. Ein bisschen Bescheid. Was? Nicht genug Damage. Junior ist glaube ich sogar aktuell viel schwächer. Für Skirmage ist das was Kobi. Weil der beim Full-Acceptor-Builds, der dich hat Krocken-Stay auch delayed. Äh... Und Alvaro ist... Er ist nicht tot. Er lebt, er lebt, er lebt. Er ist der Überlebenskünstler. Wieder auf Maokai. Alvaro dodge da alles geht. Das waren wir vorhin schonmal mit dem Aokai. Ja, ja. Also wirklich... Alvaro da consistently guter Tänzer. Wir haben eine Situation. Also es ist eine ziemlich fucked up die Situation, in die man sich bringt hier. Also es ist wirklich eh gut. Ja. Aber er bekommt ja auf den letzten Metern... Kommt das Schild auch perfekt von Super... DQ gesitzt. Und dann hier Flash W Sidestep. DQ. Und den Q auch noch Sidestep. DQ. Unglaublich gut. Also unfassbar gut. Big Dick Gameplay von Alvaro. Hat aber trotzdem... Ah... Super. Super denkt sich, es war zu schön, um wahr zu sein. Auch mal runterrennen. Und... Scheiß drauf DQ. Und da muss man für sterben. Auch mal dieses Game spannend machen. Brück die Toll gehen wollen. Banger. Bester 5-Casten. Ja, komm. Danke für Content, Bro. Aber Drake geht trotzdem an Mad Lions, glaube ich. Yes. Haben Drake geholt. Und Goldtechnologie sind sie auf jeden Fall gut zurückgekommen. Das ist nicht bad. Vielleicht gibt es auch noch Hoffnung. Absolut. Trotz drei Winning Lanes. Ich muss sagen, ich finde ihre Draft besser in Teamfights, aber sie besser hinkommen. Ja, viel, aber viel besser, oder? Ja, 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 ja. Ich würde lieber die linke Seite spielen. Aber wenn du einen Lenny fest und die Fresse kriegst, bist du natürlich auch nicht stark, ne? Also... Ist halt so. Immer noch 2 Gold-Pint. Noah und Joe machen das super. Nutzen das aus. Trotzdem, Mitte ist neutralisiert und Topland ist einfach fein. Das ist jetzt Gwen Shutdown-Wert, weil Riot Games sieht, dass zwei Bounties sind bei Fnatic. Eigentlich dürfte er auch 1000 Gold-Wert sein. Wie... Was ist denn los? Was ist denn dein Problem, Razork? Also... Haben die schon mal gegen Asi gespielt? Das ist unglaublich. Äh... In der Gäste holt das auf Cooler, ne? Äh, yo. Fnatic? Yo. Also der Asi, der kann so Sandsoldaten in eine Reihe stellen. Und dann nockt das den Champion so back. Okay? Okay, cool. Bitte nicht mehr einfach reinspringen. Ja, ich hoffe, die Voice-Nome kommt an, ne? Die Junge. Das ist so illegal. Geil. Aber fairer Weise Poppy sustained einfach hoch auf einem Camp. Also... Jungle Roll ist da nicht balanced fairer Weise. Macht einen Rap-Buff vor dem Spiel. Tschüss. Trotzdem jetzt... Das Game ist stabilisiert, Brücketon. Mauke darf nicht wirklich fahren. Aber ist okay. Die Senna ist fein. Hat viel mehr zuerst, als ihr haben würdet wollen. Nur 45 Jahre bei Fnatic Senna ist terrible. Hier ist ja nicht zu 3 Celtics auf Rotland gekommen. Ja, Brück, wir reden nicht. Haben wir AFK, oder? Ja, wir reden. Also, ja. Da ist viel passiert. Our Region. Can't win. Also, ich bin lieber Fnatic... Ich bin lieber Mad Lions in T-Buds. Ich bin lieber Fnatic in Landing-Face. Der Vayntrain? Ja, liebe Bro. Lass dich scampen von Twitch. Top-Lane. Gleich ist Karoni Grokern fertig. Riftmaker auf der anderen Seite bei Oskar. Wichtige Fausbergs in beide Richtungen. Bisher... Vor-Platz für an Landing-Face von beiden Seiten. Ein Gang, der gerochen wird. Das Wort ist sehr, sehr cool in dem Rücken. Schnell-Line sieht es nicht. Das heißt, man könnte jetzt, wenn man schnell ist, auf seinem Link einen schönen Bait aufsetzen. Lass das im Moment nicht aus. Rassok bewegt sich aber hin. Ja, ist auch der Zahnfahrer fertig. Er ist nicht in dem schwächsten Power-Spike-Punkt. Seht aus richtig, dass Poppy 4 zu 12 Stacks hat im Wald. Krass, Alter. Poppy da deutlich besser schon mit der Quest fortgefahren. Der Poke-Damage ist schon sehr, sehr krass. Ich weiß, das ist wichtig für die Bonus-Stats und das Bonus-Smite. Finde ich jetzt nicht so richtig willing zu fight hier. Ich verstehe gerade nicht unbedingt warum. Ich würde immer noch sagen, dass die Stärke sein sollten. Meinst du? Ja, komm einfach. Ich glaube, Senna Mauke zum Gage ist fucking difficult hier. Wer soll denn den Gage spielen? Du spielst Poke, aber du kannst ja nicht einen Fighter zwingen. Aber er kann sich nicht Rassok engagen lassen und dann hat man genug Zugang auf die Senna. Also ich fand dein Core mit dem Bait-Bot dann wegen des Swords nicht schlecht. Weil da kriegst du ein Gage und kannst was spielen. Aber ansonsten aus eigener Kraft erzwingt dich ja nichts. Ja, aber. Die stehen nur da und gucken dich an. Gucken dich ein bisschen. Es ist mit Lion's Coy, die fights erzwingen mit Vaye, Cassante, Asir Schaffel und auch natürlich Maukei. Poppy muss dann Disengage funktionieren mit Steadfast-Presence und ihre Ult. Leute wegballern, aber ansonsten schwer. Ein Sheld nach oben. Die Duelang Swap nach oben, einfach nur um Harald zu nehmen. Kann hier Cassante sterben. Er hat Tavis, okay, ohne Grokehren. Er wird angegangen. Oh bitte, riech das mal, wenn du musst wissen. Du riechst halt nicht nur, siehst du sogar weh. Er hat weh. Er kann das gegen Poppy Time. Ja, er ist fein. Er muss nicht mehr weh. Pathmaker nicht mehr eingesetzt. Er weiß, er ist weak side. Sein Team spielt gerade für den Heraldimus, which is completely fine. Die Frage ist, ob noch Jumann dazu routieren kann, flanken kann, tipien kann. Denn Rassok wird nicht sofort da sein. Die Diven sogar noch mal Botlane. Als Svenic will First Torrey traden für den Haralds, was sie wahrscheinlich sogar schaffen sollen. Können Sie so ne Diven? Aktiv? Ich glaube eigentlich nicht, ne. Aber der Tum ist halt eine Spiel. Die würden den Turm nehmen und dann inkeln. Ist aber natürlich trotzdem nicht bad. Für Fanatic. Eine Menge, Menge Gold, Protestaner, das sie dringend braucht. Damit sie erstmal nicht wieder in Gold vorne. Haralds fällt dann. Das ist meins, ne? Das ist das letzte Game. Und jetzt, also dive können sie ihn hier nicht. Hier ist er fein. Ich glaube, er hat noch weh. Er muss aber es gut. Komm. Ja, er ist fein. War doch die Ultgeher, die EGW. Was? Okay. Er hat ein R gekauft gegen Poppy Tristana. Er hat Tabis, weil absurde, also Brückies sag ich schon seit Jahren, ne? Ja. Aber Tabis ist das beste Item im Game. Denn Riot Games, weil Tabis anzeigen würde für Damage das Block von diesen 12% on the Damage, dann würde das Item sofort genervt werden müssen. Weil es blockt ja selbst on the Effekte. Sowas wie Camille Q macht der weniger Damage, wenn du Tabis hast. Obwohl es 2 Damage ist. Okay. Und also, alle diese on the Effekte werden von Tabis in 12% runtergesetzt. Auch fucking Corki Passive und so. So ein insanees Item. Da gab es letztens noch so ein Thread drüber, das wurde gebug fixt. Tabis hat es lange Zeit nicht getan, jetzt hat es getan. Komplett cracked. Das Item ist so OP. Kaufst du es und bist einfach Full Tank gegen on the Effekte. Da renntest du ja immer auf eine Tür an ein. Ich bin ehrlich gesagt, man. Fairerweise sind auch AD Carries da rum gebalanced, ne? Zum gewissen Grad. Eben, ja. Deswegen, es muss wahrscheinlich auch so bleiben. Aber es wirkt trotzdem mal sehr unfair, wenn Krasate vorne steht mit MR-Items und er ist Full Tank, weil er Tabis hat. Ja, du halt. Trissana heißt also. Ist schon krass. Jetzt Drake Fight. Wir haben wieder topgeswappt. Oskar, HTP, er ebenfalls. Dieser erste Drake Fight, wo auch die Top-Länder dabei sein würden, wäre huge. Richtungsweisen für den Block des Games. Denkt an Leute, das Quest-System ist fertig bei Razorg. Hey, Juri hat das schlechteres Might. Mikael's Rush übrigens bei Karma fühle ich mich nicht so sehr. Also, da gibt es einen Rude, Maokai Ultis das. Aber es sind auch irgendwie viel Damage von Karma weg. Den sie ja auch zum Teil ausmachen. Ja. Juri finde ich useless. Jetzt wäre jetzt den Drake hier hinten, aber währenddessen einfach Harald mitsehen zu zwei Turrels, ne? Würde ich immer spielen, wenn ich Mad-Line bin. Ich würde dir komplett auf Drake scheißen. Ich nehme zwei Turrels und ich dive euch, wenn ihr contestet. Das ist so sexy. Jetzt rein, ne. Ja, Juri, Juri. Toast Justin, Toast Noah, аным ook Air. Toast. Eh, that's the truth. Find ich schade. Zu mich eine verstände Möglichkeit, weil du weiß, dass ich noch nicht da sind. Game 5. Game 5. Ja, also, wieder da, wenn's zuerst geben, macht das? Ja, ja. Game 5, gibt's das dann. Game 5 will auch Top-Land-Hurm draufholen. Mitte tier 1, Mitte zur Hälfte tier 2 und jetzt Top-Land tier 1, währenddessen Tristana, kennst du den record das ist so gut auch wenn er stirbt aber schon nicht mal ist das so oft dass er stirbt trotzdem ist das komplett war von der sorg der bottom ist gerettet oder genommen worden ja das ist so war fest auch wenn dafür drauf gehst die zusammen sagt dankeschön weil er hatte aber machen jetzt auch mal flächen dann wenn es drauf ankommt so aber es ist aber am leben geblieben tatsächlich also am ende sind drake und bottom für zwei mit turrets und der eine bottom ist so viel gold wert dass ich dann nehmen würde muss ein mountain weg um drauf mal deck ist ein sehr guter einzelner drache wenn wir darauf hinaus blicken dass sie nicht unbedingt den nächsten bekommen werden oder so nicht wenn ich bin ich bin so gut hin kann wie es denn gerade prio situationen brücke wenn du es vergleichen müsstest mit kammer auch noch um drauf wie gut ist oder top lane aber du hast den besseren teamfight nur also immer wenn sobald bei auf der mitte ist musste den den geld respektieren und ich glaube dann kannst du frei holen verstehe ich mit der weiten respekt ja das ding dagegen ist mir geht es doch echt verschen also gegen bei macht es gar nichts genau ist nur gegen den vorlauf von maokai da ist auch ein büß voll nämlich an aber schwächt ich auch wie gesagt hat im damit auch von kammer und auch die auch der rest ist etwas etwas schlechter ist das der punkt an dem an dem jetzt wenn stärker ist eigentlich schon auf einem item war auch noch nice und man wird spielst du dann nicht weg soll aber auch dazu stoßen wenn du großst du brauchst der ist raus ja er kann rauslaufen und vielleicht wieder sogar mehr also ein schweiz noch extrem aber das matchup ist schon deutlich besser wenn wir gelaufen als üblich oftmals aber vielleicht üblich auch einfach es hat das ok ist nun vielleicht mein so gut gemeint hat jeder hast heute hier war die grenze der welt wenn es halt 600 gold wert und du fragst dich wein so als bounty ich glaube volks wirklich die schulen dass das berechnungssystem weil sie darf meinetwegen bau design mit 300 gold und einem aber sie ist nicht so op dass das rechtwertig wäre als 00 champion uns auf die karte als top laner spielst gegen den mitländer der 20 ist mehr format als du und selbst 600 wert warum ich will sie mal scheiße der einfach mehr als dazu du kannst nicht machen aber fährigerweise das ist auch der geborene schmerz auf beiden seiten gleich wenn das kubi der kapatschert ich sage es ist ich glaube mir leidens gewinnt noch ich glaube mir leidens hat das game sind eben in gold in der zwanzigsten diese riesigen fehler von nur den flash mit und auch der botten denkt haben das game gerettet marokka durfte halbwegs farmen alibi style immer noch schlecht auf bordern was gelaufen ist ich glaube er sagt der wach ist gut ich muss ihn respektieren top von feld wahrscheinlich ich finde man den gewinn push auf botten echt useless warte 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 wurde jetzt gesagt aber karen er fleisch drauf und er kriegt den krepp der so könnte der schwarzen wait you're catching game 5 joja der anführer seines teams der einzige veteran in seinem team der nicht druck hier es geht jetzt rein das wird boten gekennst von kassante die antwort ist nein diesmal kommt oscar durch das heißt er muss sofort auch nach die pin und da gibt es das nahes von ab die antwort ist das gibt es nicht rechtzeitig gewesen jetzt kommt die hat die wand als kennst du benutzt für die animation da war ja gigantisch das war junger stabil trotzdem fanatic und sie wird auch noch für scooby die arme socke darf er raus hat sie noch fläche besser ja er darf richtig dass er aber nicht gemacht mit dem mit dem schaffel ja so ein kassler kurs von tolkeniläu wenn das nicht passiert und du dich nicht catchen lässt und die da einfach nicht drauf geht und das ist schon zu spät das müssen wir ja nicht mehr sehen die entstehung für den biker wäre wichtiger gewesen als das hier passiert das hier ist was er war man macht hier noch sehr viel damage als bot man mit eins und spielt nur ein guter auch hier wer ist der dicke und hat er überhaupt eine hose an nachverfahren sag mal kollege haben wir ein problem mit zwei oder soll ich den permabun lassen oder nein der hat ja nur gesagt was passiert das ist ja nicht deine hose richtig ja ist noch anstatt die kamera aus und die die hose auch aus jetzt der fk fertig basier wenn es sehr stark und ferniger zeit damit nicht damit für medleins aber sehr zu contesten da werde ich denke auch du gibst drake und post irgendwas mit durch ist zu schwer zu spielen das ist natürlich den kleinen erstmal auch schon gefahren sind keine mittel zurück da über die man posten kann doch der zwei noch da oder das heißt man muss man jetzt weiß genommen ja jetzt geht man t3 weil er ist ja useless das ist was ich sage woher steht mit leins welches benettig kurz davor ins lower bracket final einzuziehen morgen scheint 17 uhr gegen bds der gewinner daraus spielt gegen die 2 das entscheidet jetzt in letzter fahrer dieses games nicht möchte eigentlich nicht dass also ich fand mit leins cool ja und ich finde die haben richtig coole einzel place gehabt schon der series bis jetzt verfolgt hat und ich möchte nicht die weiterkommen weil ich mich mag die jungs ich muss sagen wir alle doch sehr sympathisch ich weiß ich habe eine menge fertig fans im t im chat aber ich glaube auch die viele leute sympathisieren auch mit dieser story die medleins hat weil diese erst ja uns gar nicht so unüblich jungen spiel gut spielen sich dann mehr oder minder hoch es geht halt nicht in der liga hier das franchise erfüllt sie an und fühlt sie zum sieg vielleicht vielleicht auch zur niederlage hier abgesehen davon möchte ich auch dass der draft gewinnt wirst du weil ich denke so darf technisch klar du hast weil du sie haben gehabt aber jetzt bist du ja nicht du bist jetzt nicht komplett out of the game hat auch ein 60 cs-defizit auch mal 100 cs behind es ist schon hard losing längs gewesen ja ich finde die draft geil aber ist der zuhause und die lans und fertig hat das ausgenutzt ich weiß jedenfalls kann man zaubern wenn man jetzt nicht an der wand stirbt schön exakt flash für den baum über die wand in sicherheit bringt trotzdem hier die fanatic line up boys mittlerweile sehr sehr strong nashes ausgelaufen das heißt der top sollte niemals fallen wenn er mit 88 6 auch was sagen ja ist okay aber es ist nicht ist nicht das viel mega wenig ja bin ich von korea andere zahlen gewohnt aber da spielen auch die marokker teleport und die sions und die note das ist und die du spielst vor allem auch wahrscheinlich häufig gegen mili james ja nicht gegen double ranged in so einem szenario das heißt jetzt das gehen leute es wird sich beruhigen ich glaube fertig wird niemals nash flippen und forsen der nicht sich nochmal so schlecht ketschen lässt und haben sie einfach in drei minuten seelen feit und der seelen feit ist für sie halt extrem nice aus bei kristallern nicht wirklich realistisch für irgendwen ich glaube sie soll jetzt richtung kryptoblossom gehen wenn er darf gerade gegen montenjax ist sowas nice für magic pen ich meine noch kurde los im chatte kobe aus finnisch kodex oder ich habe es nicht einmal gekauft dieses season auf dabei eingeben aber es gibt ja bitte hier ist also muss auch viele 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 stich bauen oder chat chat mal kurz helfen bitte aus der finnisch ok sehr gut dann soll das immer kaufen ja er braucht der mensch gegen mountains oder braucht der mensch gegen die champions die von einspielen primi hat die pubi aber ebenfalls fanatik aber den push von ich will beneut haben wir eins an mit jetzt mit leidenschaft regieren marvin kustoppeln aus der titel zurück und kann sich nur zusammen portland aus dass man jetzt mit leidens annehmen irgendwer und erzählen wahrscheinlich um das nächste objektiv beidem es in der mensch die sagt nur gelbe und die er macht mich sauer aber gut er hat mit dabei halt super für fahren ich muss sagen dreidemstanzier ist oftmals ein champion der karen kann dreidemstgren ist ein ähnlicher powerspile gerade bis 16 mit ghost über renzi backline ja man muss ja wirklich sagen eine dritte old von oscar mit gestecktem konkurra würde glaube ich super wollen hinten also wenn der der kreire hat mit gestecken konkurra ist machbar ist dieses sechs level behind gleich bei dem weg fall also oscar super weit in xp vorne und also braucht der kreiber der kreiber ist meine nachricht fake news und muss auch konkurra stecken wie viel leben hat senna dann gebe ich dir die antwort und zu dem zeitpunkt ein 7 wahrscheinlich ja da war zu 175 also ist schon ein bisschen übertrieben aber mit konkurra stext möglich mit der kreiber jetzt oscar wo stoppen durch denn auch da wird zwölf also ich glaube nicht in 2000 leben hat brücke fairerweise ehrlich gesagt oder 1700 wer muss base gehen jetzt haben wir ob bitte backdoor geben im base race geben in den guten shit geben in den richtig guten shit oja hat er gekauft erhittet das ist das was der auch können wir kurz kennen sind haben wir zählen ist dann auch nicht shadow kann doch nicht shadow fick dich auch mal machen super was hätte ich gefunden was kostet es wäre eigentlich dafür gewesen ja natürlich war ein engl dafür wo soll ich das oder geld richtig kassel range ja und eben bei den urgen wird's gemacht und dann werfen wir gewonnen und den weg doch holen wir weg du hast unsere comfort zone aber das hier man merven ist drei der winter oscar wird sich teamfeinden das kein vorteil irgendwo du bist in xp fett behind auf einen positionen bis auf mittlane bist du bei 1 eigentlich bist du im support vorne ein level das machte unterschied einfach los proben jetzt auf die p von mörben für drei zentimeter und der botten unterschätzt man nicht folgen aber der mal sie schmeckt die peter so wenn eins kürtet jetzt auf diesen weg die freit kein weg doch auch für sie in den botten geöffnet haben zweiter jetzt können es gleich tausend golfe doch sehr drei das fertig und brüge so findet aus kann und flank ist auch die frage wenn ausgaben nicht flanken können ist der champ auch noch wahrscheinlich mit dem man auch umgehen wer soll jetzt weg ohne tp weil du musst jetzt testen und auch ausgaben direkt also also das macht auch ich würde ausgerade gar nicht was er macht oscar bleibt ein team forst der stufer strike du brichst gleich ab weil du unterzahl bist und ausgemacht aber drag for free klug auf fanatic ist einfach klug ist einfach nur gutes gameplay hier unten aber mit einem zweiten hat schon zwei uns raus der mann als er kann die p das zuvor das schreibt oscar stirbt oscar stirbt oscar stirbt oscar stirbt oscar stirbt das 6 aber nicht sie kriegen keine seele mensch ist just es war oscar für die mitte todes die welchen voraus gepusht und 10.000 gold und die auf der kante wirklich das actually worth it by the way das ist actually worth it also du kannst nicht contesten natürlich ist nicht bekommen von hätte ich immer noch besser ja aber ist der beste wenn man eins hatte das beste resultat auf jeden fall jutsch für die jungs die spiel auch intelligent und kreative place aus die sind ja nur darauf stumpf für die kontesten jetzt mehr schon mehr verlieren verlieren wir wie viele andere europäische teams das tun würden wenn eins denkt kreativ und am ende ja sie haben kein teleport also müssen sie wenn die botan kommenten halt näscher abgeben so ist es normal aber 1000 gold von teo der drake sehle den night ist das ein truchstwasser das ich nehme das nehme ich selbst eine ausführung dazu nur zustimmen oh mein gott man game park in five und es ist so ein riesiger banger fanatic mit drei drakes und nash brauchen jetzt unbedingt irgendwas hat aber guckt euch die wales an chat er ist jetzt ist oscar gespawnt er hat gerade nicht aus base gegostet ich dachte er hat komplett er wird wahrscheinlich bauten gegostet er rennt jetzt hoppel pushen bevor er die wahl gepusht hat ist eine halbe minuten um dann ist nicht ausgelaufen bis die top web am dritten turm ist wirklich ist zeit der nash weg basic linken und damit hat mervyn und vernärkte m1 score den nash quasi neutralisiert trotzdem riesiger xp und gold verteilt und er ist ja nicht neutralisiert bei der bach weg ist es ja auch viel ressourcen in diesem nashhorn drin trotzdem sehr hartes game ist aber zu snowballen schöne öl von der verdingens von nordicke und die scheiße 1 sollte jetzt feiten der der mensch von wenn er natürlich extrem wo ist die von grenzen gesandt wird es in geld jetzt was die base und werden aufhalten sie müssen werden aufhalten können aber keine ist die schwer aufzuhalten es alle kann es alleine machen auch wenn er gerade weint dass er ist eigentlich wieder dreidelberg aber sind auch mit dem locket schild ja da schon wirklich jachos besser wird aber kein gold mehr wenn es gleich film reisen des 3 über 1 ich glaube es okay zu kaufen ich hätte lieber das schon gehabt auf ihm aber darf halt nicht ich habe die care darf nicht gewinnen ja also ganz ehrlich als hier ist auch die kreis vom gm herr mit diesem mit dieser art fliegt reis der du hast seit mehr mobilität aber dabei die kreis eine super gute strategie die mir auch gut gefällt ich würde so gerne backdose in brücke tonn als sie ist so stark wenn du eine gute bot befasst und hat irgendwie records kanzeln als sie mit buch und er worden der trotz der stückbild es ist so absurd also ist es auch play will tatsächlich auch bauzeit weil sie ist der nächste das wieder sparen wird und ist gar nicht mehr nicht richtig rolle als nächstes moment weg wieder der stoff gleich aus und hat noch drei minuten cooldown also der nash ist gone du schon richtig predigt hast kein großer gar kein progress nichts nichts gemacht bei nash einfach drake verloren und 1000 gold body verloren aber halt der nash selbst ist ja für jeden ein kill ist nicht da übel ein bisschen rein was also ich will mir sehr wünschen dass wir bei der recht haben und sagen dass im entlang der beste teams kommen haben dafür müsste aber die wohl drücken wenn ich seine beste verteidigen 5 das würde ich absolut beiflechten aber fairerweise oder wenn ich vom team kommt du bist einfach far behind also ist immer noch 5000 gold aber ja das ist der rum warum wir noch im game sind ich würde sagen wir beide haben schon recht gehabt mit der prediction weil sonst wäre es game over so aber sie halten sich über wasser trotzdem natürlich die gewähren ist so gefährlich geht es auch noch crypto blossom im nächsten schritt er sie macht diesen pokken man sieht man bloß nicht wegen des magic damage schilds aber er sie macht ja auch guten physischen schaden jetzt mürn nimmt hier sehr viel damage hat gleich keine mana mehr die wales werden jeweils auf der anderen seite weg geproxied in der 32 ich weiß nicht warum wir trotzdem sehr riskant position aber warum der nash ist gar nicht ab die krabbe ist fucking useless sie geht mitte durch das geil friskow wie turm spawn turm hitten du kriegst den turm der ist tot der turm was macht fanatic denn die spielen so als wenn nash ab aber nash ist doch gar nicht ab ihr idioten what is fanatic doing wir haben einfach 3 turrets die sind 5k gold vorne jetzt kriegen sie nur ein nip noch what is this game aber da war nash ist nicht da das war für eine fucking void crap die ist 110 gold wert die gibt dir vision turbo togo aber du verlierst dafür mit den turm und deinen innip bruder auch geil von friskow wie das hat sofort spotten als you wanted the turrets und der deliviert wird bitte überhaupt rein zu schaffen macht diesen scheiß jetzt hat die poppy und getränkt mit seiner w das war stark poppy und of cooldown in der beckland schon beinahe dead oh mein gott ist der color noch und danach kann man hier reingehen als oh mein gott es ist da und nur erst der erster tod razzok wird auch noch sterben june ist down oh mein gott fanatic wird auch teamfights marvin du bist eine legende, das war richtig geil fanatic what are you doing richtig starkes game leute mad lions ist damit im was auch immer finale überbracket übelgeil, lower bracket finale mad lions score in game 5 schlägt fanatic die sind eliminated und mad lions score in ihrem allerersten split als die sorgt mit diesem line-up sind top 3 safe kann man nur kann man nur applaudieren gg richtig cool g fucking g holy shit early game ausgehalten und dann zum richtigen zeitpunkt den richtigen edge gefunden und die bitches aber richtig richtig gut so what did I read this witness man fanatic hat wirklich das gerne abgegeben einfach die haben findet das mussten wir nicht mehr gucken brücke also wir müssen das noch mal angucken also ich bin zu mein blauen wo ist mein youtube cleanfeed ich glaube ist im anderen browser drin gucken wir in dem anderen brach weil das liegt leckt hier mal schön hier what is what did I mach ganz kurz den hier machen wir den hier machen wir den hier machen wir den hier im giga late game und wie 32 ist der die krabbe es ist wirklich die krabbe ne fanatic what das hier ist das war der start dazu ne wie du schon gesagt hast friskowi erkennt ja ich kann ein paar mitte durchgehen weil fanatic komplett toll ähm redispositioning botland traut sich hier einiges versucht die mittlere zu klären halt ähm ist aber immer wieder gesplittet und das ist erstmal noch das ist erstmal schon teuer das ist wirklich was ist teuer die machen nix das ist eine teure krabbe die spielen als wenn er schafft dabei ist Nash nicht ab das ist eine teure krabbe ich finde friskowi geil dass er den korn macht wir gehen jetzt mitte durch am besten noch wie du gesagt hast mauka olden senna olden kennst du die scheiß resets aber am ende macht friskowi es einfach alleine what also friskowi für das gagas game und dieses auge wenn er es gecallt hat aber es ist ja alles nicht game in charge gewesen game in charge ist der fight das hier ist schon richtig shit okay danke gut da möchte ich mit gut das ist richtig shit aber es verliert das game jetzt nicht das wirft ihr erstmal wieder bringt das game mal closer together aber das was jetzt passiert dass hier man die poppy ult die ja super wichtig war und die fights davor clean gehalten hat dass man die wasted in die in die interessante w das ist halt richtig und du hast ja auch schon gesagt auch richtigerweise fanatic ist nicht das team was engaged aber fanatic versucht hier zu engage und die fight zu finden und hier marvin geht rein und ich dachte erst das ist richtig scheiße das ist kressante so und hier oscar oscar committed oh mein gott mad lions wartet hat dann einen richtig geilen root richtig geilen flash engage auf s real wo kam er mit dem mit melika hils ne also es war einfach sehr sehr stark gefightet was soll man sagen also es ist einfach ein ultra beschissener fight von von fanatic die haben da ihre kommt nicht gut gespielt komplett overchased auch im sinne von dass überhaupt die gewinnt den gedanken hat rein zu ghosten hier auf kressante ja als erstes vor allem ja also poppy ultet hat kressante gewinnt den gedanken um kressante auch zu ulten mervyn soll sterben wir hassen ihn in diesem stream scheinbar man kriegt tankte also und was macht june hat einfach zwei sandsoldaten getankt ja 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 das kann ich tun jetzt werden auch kennt also jetzt einfach der fight und wenn kann man einfach nur nicht intet hier und auf der oberen seite bleibt ist man kann man sich vielleicht noch zurück aber kann man nicht ihr team dass sie alleine die beiden die bei also ich finde kann man spielt nicht besser einfach die gwen und 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 ich finde oftmals werden diese von der backteam am ende von von der entschieden von der muss sie gut spielen und wenn von der weg rennt in so einem fight und die rolls auf kassander schießt dann war ja sorry ich will das nicht wirklich was im chat gleich kommt auch mit scobey ich habe was ein gehen hier ist your confidence not choking showing up when it matters tell me about this bringing this attitude to the lc and especially in a nail-beater series like this one today yeah i mean i'm really happy about that because as you said i used to choke a lot in the previous years especially in playoff so crucial moments and today i think i step up in the game five and game three with gaga so i'm really happy about that that i managed to overcome this and i got confidence in myself that i'm able to carry the games today you grabbed the kia player of the series and i know that you had a shy split ramping up throughout the playoffs tell me about your performance today and the fact that you also said in a shippy sports interview that you haven't been really surprised with the level of mid laners in the lc how strong are you right now i think i need to improve still a lot but i don't believe i can be the best in the till the end of the year uh i think i did okay in today's series i did two good games but the rest i'm not really happy about so there is still a lot room to improve for sure so i'm looking for more with and i know in the end if i keep working as i do i know i will be i will be the the best in the end of the year well let's focus on tomorrow then bds and we found out during the series that adam was not going to be the starting top laner for bds tomorrow of course you were playing so not too much time to talk about this but how do you think it's going to influence your prep coming into this series i'm not really sure still but for sure we'll need to adapt because we didn't expect their top lane to be replaced so i'm not really sure but i don't know we will do everything in our hands after the series 24 hours to turn this around and finally maybe we have your top laner in pgl right now waiting with shocks and i know that in an interview you said that you share a lot of flex picks what is one champion that you're much better at than him i mean sounds legit i would say level i think i play way better we used to flex it a lot as well but daily level i think i'm better yeah all right well thank you so much for the interview and mirwin may be improving your leblanc let's see chat mark ganz viele herzen da lassen für brücke ton alles gut ich komme jetzt folgt brücke auf instagram folgt brücke da wollte er gefordert werden richtig wichtig brücke du sollst dich wirklich bei einsatz kropo er zisch das wasser so weg da sind deine herzen brücke ton ich hoffe das ist etwas wert in unalterweilte ein politikum ich will ja dass du bock hattest vielleicht komme ich morgen noch mal rum geil euch noch viel Spaß ja ja ho danke man ja ich kann so ja ich finde den auch danke und danke dir fürs cast was ein tag wir haben eigentlich fünf games gesehen und dann auf dem level und dann kommt noch brücke einfach random verbreiten dann genau das ist eine 8 krass werbung hat er gesagt ich kommt jetzt er kommt jetzt einfach und dann verliert vielleicht dieses free win game also nicht free win game aber die art und weise wie sie verloren haben tiltet mich wisst ihr wie sie mich tiltet sie tiltet mich sehr aber du hattest halt drei winning lanes dann flasht du überhaupt nicht du tradest bot lane kills wo du nicht traden musst dann stabilisiert sich das game und dann hast du eigentlich die karten immer noch in der hand du bist drei level ahead top lane du bist insane weil du bot lane ahead der mauka hat nicht gefarmt weil er sein support item getrollt hat und trotzdem fällt vielleicht noch das game ich meine sie hat es absolut nicht verdient zu gewinnen an dem punkt obviously obviously nicht weil sie so viel gemiss bleibt haben aber die andere weise wie dann auch fresco wie die zügeln die hand am ende nimmt und noch zwei in dem freist bepusht er hat nur einen davon nehmen müssen am ende den anderen hat er nur freigelegt den mittel hat er noch genommen und ich kann es mir nicht erklären also ich muss eigentlich noch mal ins übel also ich muss noch mal ins übel rein ich bin absolut absolut flashed und ich finde ich höre brücke rausgehen an meiner tür auf einmal höre ich wie der schlüssel sich dreht im schloss ich so und dann glaubt der tür und höre ich wie der schlüssel sich normal dreht die tür geht auf und also ich nehme an der hat den schlüssel mitgenommen und hat ihn dann wieder reingetragen okay na gut ich würde glaube ich so ein reflex den gewesen gehst du aus der wohnung raus für den schlüssel mitnehmen na gut anyway ich bin mein plan von diesem setup von fanatic okay warte das ist schon das replay das ist schon das replay gewesen ich bin mein plan davon dass sie wirklich versucht haben für nash zu spielen ohne dass nash ab ist weil das ist die einzige kriegung die ich habe für diese positionierung weil ich kenne jetzt jemanden der klüger ist als ich aber also drake sport hat in andern minuten sehle ist der punkt den du kriegen kannst dann jetzt prior sollte in bordzeit reingehen da solltest du in awards investieren da solltest du reinspielen und die krabbe spawns die krabbe ist dein objective oder was in der fährer weise du klaus blubuff vielleicht kannst du argumentieren blubuff ist ein 10 für wert late game blubuff du kriegst halt fünf stück du den nice beginn auf fünf stück das ist schon nice zu haben fanatic hat natürlich schon selbst fünf blubuffs also ist jetzt nicht so i mean i guess aber das hat niemand so hoff dafür zu spielen you don't need the trump mit krabbe spawn und an dem punkt sagt halt mad lions wir gehen mitte durch also frescovi sagt das ich fand es so bitter wie burke auch gesagt hat im cast aber du kannst hier easy records cancels maokai zappings und ults enna ults und es kann auch besser werden hätte auch mal schon davor machen können aber die linds hat trotzdem genug pressure um zu spielen ja die spielen sollen zwei nash ab aber nash ist doch gar nicht ab ihr idioten what is fanatic doing oh burke ist ja voll leise gerade er hat nicht wirklich das mikrofon geredet am ende scheiße oh mein gott und dann natürlich der fight den hat burke gut analysiert weil es auch heftig missplayed aber what a serious also leute wenn eins geil ist dann e-sport in league of legends ne und das geile ist es hört ja nicht auf es geht ja die ganze zeit weiter morgen haben wir um sieben uhr genji gegen hanwa live geht um platz oder wer wer immer gewinnt bleibt punktgleich oder ist erstmal platz eins dann kann t1 am sonntag nachziehen und t1 spielt am sonntag gegen fx morgen abend dann mad lions call gegen bds und mad lions von allen teams schafft es einfach top 3 zu erreichen ich nehme ihren allerersten split heretics g3 ist einfach raus sk die so stark waren raus giant x ehemalige extra e-sport gut die waren nicht wirklich gut aber sind auch raus gehyptes k-cop direkt raus rogue der ehemalige lc-champion raus es ist mad lions mit vier rookies die sich am ende behaupten können und die spielen morgen gegen ein genervtes bds denn bds wird ja morgen ohne adam spielen für die von uns nicht mitbekommen haben bds hat getweetet aus nicht vorhergesehenen gründen kann adam dieses wochenende spielen er wird von genx replaced darauf auf adam geantwortet dass er also er hat basic nichts geantwortet einfach diplomatische nachricht dass er nicht Ende des splits spielen kann und ich werde am besten tun dass er im spring wieder gut zurückkommt also im frühjahr für spring split jacks wird ihn ersetzen und hofft dass sein team leistung erbringt und gewinnt das kann nichts gutes heißen adam muss irgendein familienproblem haben alle kraft an dem brunnen seiner familie keine ahnung was es bedeuten soll aber du wirst niemals den top dann am ende so kicken aufgrund von irgendwelchen anderen gründen also muss ein richtig dickes ding sein denn es ist die wichtigste series auf die man so lange hinarbeitet weil bds hat ja ein insane series gespielt eigentlich season gespielt punkt gleich mit g2 gewesen ja sie haben 3 auf die fresse bekommen aber niemand der e-sport spielt und so erlebt wie adam das auch tut möchte dann für letzten silvestre 5 einfach nicht da sein weil keine ahnung fuß tut weh super bitter für bds morgen wird also genx reinzahlen wir wünschen genx alles gute der auch schon immer viel und gut gespielt hat der ldc aber ist ein bisschen länger her wird bds plays da ganz fundamental drehen weil niemand so spielt wie adam adam ist besonders als top laner ich hab auch wirklich ich hab keine ahnung wie spielt denn bds academy in der in der lfl habt ihr mal die lfl von euch geguckt bestimmt irgendwer aber ich guck mal einfach einfach kurz in die standings wo ist die lfl damit ich weiß ungefähr genx einzuordnen bei bds academy bds academy ist aktuell bei sieben wins und drei defeats not bad zweiter also erster platz gemeinsam mit mit rog reign of gaming genx muss also morgen rein droppen und das wird ein verrücktes game werden einfach random die semifinal oder als lower bracket finale für ldc wintersplit wenn genx das gewinnen sollte gegen bad lions call die ja schlagbar aussehen die sehen schlagbar aus sie sind schlagbar fennig hatte viele optionen dieses best of five zu gewinnen am ende hat bruce hat alle fünf games gewonnen aber es war nicht unbedingt bruce hat schuld am ende des tages ja dann kann man vielleicht so einfach in das finale rein joinen gegen g2 morgen wird ein banger um 17 uhr versus bds so i think it's good news for the spanish community overall we won fnatic twice yeah we won versus fnatic twice which is also not so good news for some of the spanish community i guess but now of course we have to say goodbye to fnatic in these playoffs so lore is standing by with fnatic's coach nightshare matrice and it's been an interesting series nightshare thank you so much for joining me after this one uh really different from what we've seen with my lions against you guys the last time you played each other what was the defining moment of the series because asking for scovie on stage he didn't know what did it come down to for you guys i think we just forgot how to play uh our game and we struggled hard and we didn't really have any like confident lead on on doing things you know a lot of times we were late to mid waves i think they pretty much outplayed us on macro today so i think it comes down to that and for me it's really surprising especially when you look at everything that fnatic has been building so far and how strong you guys look and how you were ramping up since the beginning of the year what is it going to be the learning from this and how can you make sure as a coach and as a group that it doesn't happen again next time well we have to reflect because from my poe we had at some point we had one of the best mid game macros ever you know like in the league at some point and then we kind of lost this and we have to go back look at it in retrospective and see what happened that we kind of dropped the ball and then start fixing that and just working working on that basically yeah taking a step back and comparing fnatic to the situations you guys were in a year back five roster changes throughout the year uh waiting for world's basically to find yourselves as a team i feel like you're on the good way here in 2024 and the team looks solid already as it is um how confident are you in the good results of the team throughout the year throughout the season and can you tell me more about this group and what is going to be the way to make you guys improve so i'm happy that we kept four players right yeah almost almost uh the whole roster and it's always nice to keep the players we had the addition of jun who in the beginning didn't speak almost any english so we tried set the preseason in in a way that he feels welcome it's always you know hard to actually import korean player if it's not noah because noah is just different uh but i think overall we have five players that we like to work with we we have a really good group and it's just about us kind of you know overcoming any difficulties on the way and i think this is just the first difficulty that we have and we see how how it goes when you look at the way you guys have been winning games and losing games as well there's a lot of chaos around fnatic and interesting ways of winning games i know that the fans uh have enjoyed this maybe not the heart attacks but if you if the fnatic fans are watching right now is there anything you want to tell them when it comes to the way you guys are going to play this year is it going to be through chaos and they get used to it or do you want to have a cleaner gameplay can be an approach well i hope for myself and my health that it will be getting more clean so i hope yeah yeah you guys don't lose uh yeah it's done you don't get a heart attack perfect i wish you the same as well of course nightshare thank you so much for sharing these words and we'll see you guys in spring of course not in too long and shocks back to you fertig raus chat ich glaube ich soll also ich glaube ich sind eigentlich mittlerweile fast alle worte gesagt die es zu sagen gibt noch natürlich nightshare der einfach sad über das resultat ist so oder so ihr habt den mann ja gerade selbst gehört das wird die mitrein marco punkt verstehe ich nicht ganz ich habe jetzt nicht den angst gehabt dass sie jemals das beste marco hatten und wenn er argumentiert vieles von dem marco war ja auch support positions lastig und dann wechseln die trümpel für john aus i don't really sure was er genau gemeint hat aber ich stecke es halt nicht drin ähm ja wir machen jetzt hier den stream aus und werden morgen zurückkommen die frage ist halt ob ich jetzt morgen 24 mache oder nicht seit 7 uhr start äh da müsste ich halt dann noch t1 mitnehmen da muss ich dann könnte ich ich könnte nach t1 schlafen gehen und dann das finale machen ich bin noch nicht ganz sicher aber ich weiß auch nicht ob ich um 7 uhr aufwachen werde weil wir jetzt 5 games haben bis ich was gegessen habe bis ich eingeschlafen bin ist hart wenn morgen hand war live gegen die ist halt ein fetter banger ich würde ihn schon mitnehmen aber dann again wer von euch ist morgen wach um 7 uhr seid ehrlich niemand von euch seid ehrlich chat seid mal ehrlich seid ehrlich ihr seid nicht wach kein schweins von euch seid ehrlich ihr seid ihr guckt morgen die 7 uhr mit mir genji seid ehrlich niemals wie broadcast talking ja also die meisten ja die meisten sind ehrlich gut genau t1 am sonntag an mir sein schlicht dann müsst ihr um 7 uhr wach sein sonst werde ich euch banden auf diesem channel aber ja morgen machen wir wahrscheinlich je nachdem wann ich wach werde die erste series und die zweite auf jeden fall und dann natürlich mit lions gegen bds ich werde euch zu john raden glaube ich wieder an 24 gemacht johnny ist auch am finalen tag dabei der wird mir gemeinsam das finale kommentieren ich freue mich extrem auf den bro ich wünsche euch einen ganz fantastischen abend viel spaß spaß noch bei johnny danke dass ihr mir beim best of five mit dabei wart haut rein chat bis morgen liebe an euch und ja liebe auch an brücki bis morgen wieder auf Virginie tschüss bis 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018